die weltwanderer die zierde des palastes edmunds boot mit einigen seiner leute bemannt wartete auf amanda an dem östlichen rand des gartens wo durch den vorsprung eines kleinen felsenhügels sich ein natürlicher hafen gebildet hatte eine ruderfahrt von wenigen minuten genügte um die gegenüber sich erhebende felsenmauer zu erreichen der palastberg bildete hier eine vorspringende ecke wodurch die schmale südliche bucht an deren ende die hindustadt lag von dem großen seebecken getrennt wurde ziemlich an der ecke auf der jetzt in violetten schatten gehüllten südseite gähnte in dem rostroten felsen ein wenig einladendes grottenartiges tor über dem wasser an der stelle die jetzt der bungalow einnahm hatte sich in alten tagen ein befestigtes vorwerk befunden das in jenen wehrhaften zeiten einen vorgeschobenen posten und ein ausfallstor nach der wüste bedeutete damals mochte der verkehr zwischen dem wassertor und dem hafen der heute ausnahmsweise wieder eröffnet war täglich stattgefunden haben amandas einzige begleiterin war ein dienstmädchen das schon zu lebzeiten ihrer mutter bei ihnen gewesen war und sich keinen augenblick bedacht hatte seinem guten herrn und dem lieben fräulein nach dem heißen indien zu folgen obwohl das für seine begriffe ziemlich dasselbe war wie für einen anderen eine höllenfahrt zu unternehmen aber wenn es der herrschaft einfällt zur hölle zu fahren was soll dann eine getreue dienerseele tun barbara schwitzgäbele befahl ihre seele den heiligen schnürte ihr bündel und begab sich unter die heiden ein wagnis das ihr um so höher anzurechnen ist als sie sehr wohl entdeckt hatte daß nicht nur der gelehrte professor sondern auch daß fräulein gar arge ketzer wären und zwar nicht etwa nur protestanten was schon schlimm genug gewesen wäre sondern überhaupt fast selber heiden wodurch die gefahren ungemein gesteigert wurden solche bedenklichkeiten waren da das half aber alles nichts sie mußte mit und so saß sie denn hier im boot neben amanda eine derbe schwäbin von etwas unbestimmbarem alter mit blankroten harten apfelwangen und runden bärenaugen die alles sahen und sich über nichts wunderten denn seitdem sie die heimatliche scholle aus dem gesichtskreis verloren hatten waren sie auf alle ungeheuerlichkeiten gefaßt geschweige denn daß sie etwas hätten bewundern sollen daß bärbele im begriff stand in das allerheiligste einer jenana einzudringen und gesicht zu gesicht mit einer indischen fürstin zu stehen ein vorzug den viele damen die höher in der welt als selbst ihr fräulein gestellt waren gern mit teurem geld bezahlt hätten das imponierte ihr nicht im geringsten und interessierte sie nicht halb so viel wie wenn sie unterwegs gewesen wäre um einen kuhstall zu besichtigen schweigend saß sie neben ihrer jungen herrin die von einer nicht ganz zu bezwingenden erregung und neugierde ebenfalls verstummt war man sah es ihrem gesicht wohl an daß sie diese fahrt höchlichst mißbilligte sich aber bewußt war daß wenn es dem fräulein beliebe ihren niedlichen kopf den bärbele ihr heute so sorgfältig frisiert hatte in den rachen eines tigers zu stecken sie barbara schwitzgäbele nicht deshalb mit ihr nach indien gegangen wäre um den ihrigen zu salvieren für den rest möchten die gesegnete mutter gottes und die heiligen sorgen im wassertor war das schwere eiserne gitter das sonst den eingang versperrte in die höhe gezogen man erwartete sie ein cenana werther der aussah als ob er eilig aus dem bett gesprungen wäre den überzug seines kissens auf den kopf gesetzt seine großblumige steppdecke um sich gebunden und die füße in die pantoffeln seiner frau gesteckt hätte machte einen rechtwinkligen salam am fuße einer steilen treppe deren hohe stufen sich bald ins dunkel verstiegen harrten acht träger mit zwei tragsesseln deren eigentümliche form sie geeignet machte ohne gefahr für den insassen von zwei männern eine felsentreppe hinaufgetragen zu werden das arrangement fand keine gnade vor bärbeles augen als amanda sich anstandslos in den einen sessel setzen wollte hielt das mädchen sie am ärmel zurück und fing an in ganz waschechtem schwäbisch die etwas verdutzten inder zu benachrichtigen daß ihr fräulein und sie selbst im schwarzwald viel steilere felsentreppen mit viel schlechteren stufen hinauf und hinunter gestiegen wären und daß es ihnen nimmer einfallen würde sich in so eine schachtel zu setzen damit sie die ungetauften affen mit ihnen hinunter kollerten daß sie fratzen schneiden könnten so viel sie wollten hier aber wurde ihre substanzielle person von zwei paar brauner arme umfangen und in die eine schachtel gesetzt amanda sprang lachend in die zweite und aufwärts ging es so schnell daß den insassen sehen und hören verging denn die halbnackten inder deren ungetauftheit ihren bewegungen nicht hinderlich zu sein schien sprangen die stufen hinauf gleich den affen die sie nach bärbeles anschauung waren und die sie nach ihrer eigenen anschauung vielleicht noch im vorhergehenden leben gewesen waren und schrien dabei ebenso ohren zerreißend wie so eine bande affen die von einem gelungenen raubzug nach ihrem felsennest zurückkehrt die beförderung der beute schien ihnen wenig mühe zu verursachen die träger wechselten alle minuten ohne daß dadurch eine merkliche unterbrechung der fahrt entstanden wäre gewöhnlich befand man sich in ziemlich tiefem dunkel ab und zu fand aber das lichteingang durch einen engen schlitz in der rauh behauenen wand und zwar war es bald eine kolossale goldbarre bald ein blauer stahlbalken der sich hereinbohrte woraus amanda schloß daß diese in den felsen ausgehauenen treppengänge zwischen der dem see zugekehrten westseite und der südlichen die bucht begrenzenden seite des berges hin und her gingen plötzlich befand man sich im offenen tageslicht in einem inneren palasthof links nur der himmel über kolossalen mauerzinnen rechts das tor zu einem anderen hof glitzernd von bronze und von glasierten steinen aber nur mit einem flüchtigen blick zu genießen denn beim aussteigen stand amanda an der schwelle einer offenen tür vor welcher der genanawärter in kissen steppdecke und frauenpantoffeln rechtwinklig salamte zum eintreten auffordernd amanda begriff nicht wie er in diesem anzug den halbnackten trägern vorausgeeilt sein könne es war in der tat ein anderer ähnelte ihm aber wie ein zwillingsbruder der ziemlich lange halbdunkle korridor brachte die palastbesucher zu einer tür die von selber aufging und vor welcher ein drillingsbruder salamte sie traten in ein leeres zimmer ihnen gegenüber war eine spitzbogige türöffnung durch eine bambusportiere verhängt schwarze finger teilten ihre rasselnden stränge ein runzeliges affengesicht grinste ihnen entgegen und ein jetzt ganz zum vorschein kommendes altes hageres und gebücktes weibsbild das in gelben seidenstoff eingewickelt war winkte ihnen näher zu treten das allerheiligste der cenana war durchaus keine von orientalischem prunk strotzende märchenhalle aus tausend und einer nacht es war ein nackter raum weiß getüncht nur daß dies weiß nirgends weiß war sondern mystischer heller schein in dem gleichsam visionen von farben hin und her zu fluten schienen als ob das weiße im begriff wäre alle farben des regenbogens aus sich zu gebären in diesem land des reflektierten lichtes hatte amanda schon seltsame lichtwirkungen im inneren von hindutempeln oder mohammedanischen moscheen gesehen wunderbare phänomene eines leuchtenden helldunkels aber nichts daß diesem ähnlich käme das licht sickerte herein durch ein paar doppelte von schnitzwerk durchbrochene marmorplatten aus einer galerie die durch ähnliche öffnungen nach einem kleinen hof blickte solchermaßen filtriert hatte es gleichsam seine wirklichkeit eingebüßt und teilte allem worauf es fiel etwas unwirkliches mit ein dutzend bunt gekleideter mädchen die in einer ecke kauerten sahen aus wie große stiefmutterblumen die verzauberte mädchen waren und die alte gelb gekleidete die amanda herein gewinkt hatte und jetzt neben diesem beet stand war gewiß die hindu zirze die sie verzaubert hatte am unwirklichsten aber kam ihr die rani selbst vor wie sie dort auf einem fußhohen mit gurtgeflecht bespannten holzgestell vor ihr lag so also sah sie aus die zierde des palastes ein augenpaar vor allem groß mandelförmig geschlitzt tiefschwarz fast lauter pupille zu wenig voneinander durch die hohe nasenbrücke getrennt unter einer einzigen gewölbten brauenlinie die nicht weit von dem massigen groben rabenhaar entfernt war nur raum da für eine traube schwerfälliger rubinen im linken flügel der langen leicht gebogenen nase ein blitzender brillant kurze vollgeschweifte sehr rote lippen alles in ein mattbraunes oval gesetzt das war das gesicht das sich aus einem haufen regenbogenfarbiger schleier heraus neugierig amanda entgegenstreckte und als nun aus dieser duftigen hülle ein spangenglitzender arm hervorglitt und ihr eine kleine hand mit spitzen hennagefärbten nägeln zum kuß hin reichte als die bewegung des unter den musselinfalten hingestreckten körpers sie mit einer welle von widerwillen übergoß war dies wesen wirklich ein weib oder eine von jener gelben fee in frauengestalt verzauberte schlange eine lamia die farbenschillernden verse keats in lamia einem lieblingsgedicht edmunds welche die weibschlange schildern flogen ihr durch den kopf sie mußte sich gewalt antun um diese fingerspitzen mit den lippen zu berühren und auf einem schemel platz zu nehmen anstatt mit einem aufschrei davonzulaufen dann stärkte sie sich durch einen blick auf die getreue bärbele die nur wenige schritt von ihr entfernt stand und offenbar von lichtzauber und anderer magie des ortes so wenig beeinflusst war als ob sie im obstgarten ihres vaterhauses stände sie hielt einen flachen in ein seidenes tuch gewickelten gegenstand krampfhaft in den händen daß sie den nicht verlöre war was man von ihr verlangen konnte dies erinnerte amanda an das was zuerst zu tun war sie winkte das mädchen heran ließ sich den gegenstand geben und enthüllte ihn es war ein schön geschliffener handspiegel mit einigen wohleinstudierten hindustani worten überreichte sie das geschenk der rani die zierde des palastes spiegelte sich sofort und drückte ihre zufriedenheit aus ah ja rief sie die alte böse fee verließ ihre wache am blumenbeet nahm von einem kleinen tisch einen goldigen musselinschleier so fein als ob er von den spinnen für eine elfenkönigin gewebt wäre und reichte ihnen der rani die ihn ihrem gast übergab nachdem amanda das geschenk hinlänglich bewundert hatte händigte sie es dem mädchen ein die wichtige zeremonie des geschenkaustauschens war glücklich überstanden die dinge fingen an mehr realität zu gewinnen aber welch zwitterlicht von seltsamster mischung des wirklichen und des unwirklichen begann jetzt zu spielen als durch die vermittlung einer dolmetscherin die notdürftig das englische beherrschte ein gespräch zustande kam während die zierde des palastes süßigkeiten naschte und sie ihrem gaste aufnötigte welch sonderbarer abgrund von unwissenheit und aberglauben von erhitzter phantasie und langweiligster nüchternheit offenbarte sich dem immer mehr erstaunenden blick amandas immer unvorbehaltener entschleierte sich ihr die ganze bunte gemütsöde einer orientalin deren einzige geistige unterhaltung darin besteht stundenlang sich feenmärchen vorerzählen zu lassen oder alte heldenlieder zum einförmigen klinklang einer laute rezitieren zu hören während sie auf der niedrigen ruhebank liegend den aromatischen tabak der wasserpfeife einatmet betelblätter kaut oder opiumkügelchen zwischen den handflächen rollt um sie zu verschlingen und schlaffer zurückzusinken den wohligen traumbildern des erregers sich hingebend bin ich denn eine bayadere fragte sie beleidigt als amanda um nicht bloß der antwortende teil zu sein sondern auch ihrerseits etwas an den tag zu legen eine unglücklich gewählte frage stellte die voraussetzte daß diese zierde des palastes schreiben und lesen könne wenn du eine wärst würde dich kein gott besuchen dachte amanda bei dieser gelegenheit ließ sich vom blumenmädchenbeet in der ecke ein halb unterdrücktes kichern hören wie denn überhaupt ein solches vom knittern seidener stoffe begleitet zeitweilig von dort kam wobei der dem beet ausströmende duft nach moschus und kampfor etwas lebhafter wehte vom hofe her vernahm man das monotone plätschern eines springbrunnens und das girren der tauben dessen ruckendes rollen bisweilen so stark wurde daß die schwüle luft davon zu zittern schien das fragestellen hatte sich als schwierig erwiesen war aber auch überflüssig schier unerschöpflich war die neugierde der rani und diese war vor allem auf die person des großen sahib gerichtet von dem amanda ihr nicht genug berichten konnte wann er aufstehe was er am liebsten esse ob er betelkaue ob er rauche und was er rauche ob es wahr sei daß er auf fünfundzwanzig schritt seinem diener eine münze aus der hand schieße besonders wollte sie wissen ob er blinzele diese frage verstand amanda durchaus nicht aber es stellte sich heraus daß die götter es nicht tun was sie aus nal und damadjanti schon wußte und daß was sie nicht ahnte der große sahib eigentlich einer sei nämlich der wiederverkörperte rahm was ein priester der rani unter dem siegel der verschwiegenheit anvertraut habe freilich gingen ihre theologischen kenntnisse nicht so weit daß sie sagen konnte ob die eigenschaft des nicht blinzelns den göttern auch in ihrer verkörperung anhaftete wenn er auch blinzelte sei das doch kein beweis dafür daß er nicht rahm sei er müsse es übrigens sein wie hätte er sonst solche heldentaten vollbringen können habe er doch den sultan der türken aus dem lande der javana vertrieben dort sei er eigentlich könig habe aber einen statthalter eingesetzt und sei nun hierher gekommen um die franken aus indien zu vertreiben denn er sei selbst ein inder der enkel einer begum er sei aber nicht nur der größte held sondern auch der größte dichter der welt seit valmiki habe er doch ein gedicht geschrieben so groß wie ramayana es hieße seith haroldon shuhang und alle franken könnten es auswendig amanda begriff mit verwunderung daß in dieser dumpfen cenana atmosphäre die gestalt sir edmunds mit sagenhaften zügen seines großen freundes zusammengeschmolzen war fand sich aber nicht bewogen ihre wirtin über diesen punkt aufzuklären die zierde des palastes verließ übrigens auch sofort das ermüdende literarische gebiet und zwar mit der überraschenden frage zu welcher männerklasse der große sahib nach mem sahibs meinung wohl gehören mochte als amanda etwas unangenehm durch diese jedenfalls ziemlich indiskrete frage berührt nicht ohne erröten gestand deren sinn nicht klar zu fassen erklärte die rani sie meine nicht die einteilung nach dem grade ihrer vorzüglichkeit in beste mäßige und geringe aber gehöre er wohl zu den hasen den gazellen den stieren oder den hengsten ein leises flüstern und kichern vom mädchenbeet in der ecke begleitete diese frage und wollte nicht enden als amanda kopfschüttelnd auch die so spezifizierte frage als unverständlich ablehnte so teilt man doch die männer ein nach ihrem temperament wie sie sind wenn sie lieben sanft sprechend von guter sinnesart zartgliedrig schönhaarig ein schatzhaus aller vorzüge und wahrheitsliebend so ist der hase und man hat auch andere kennzeichen wie teilt denn ihr sie ein im frankenland das kichern in der ecke wurde zum halberstickten gluchsen das knittern der seidenstoffe zum lebhaften rascheln eine glutwelle überflutete amanda ihr war als ob sie in dieser dumpfen von moschusdunst sandelgeruch und jasminduft übersättigten chenana luft ersticken müßte ihre ganze europäische natur wandte sich im krampfhaften widerwillen gegenüber der vor ihr gähnenden bodenlosen schamlosigkeit des orients von der ihr eine ahnung aufdämmerte auf einmal so vag und so konkret wie die eines jungen mungos wenn er zum erstenmal im grase den schleimigen pfad einer schlange mit glühenden augen erblickt und mit zitternden nüstern wittert es kostete sie das aufgebot ihrer ganzen willenskraft sich so weit zu sammeln daß sie mit verächtlichem lächeln zu verstehen geben konnte im frankenlande ließe man die männer uneingeteilt die rani zuckte die achsel was lernt ihr frankenmädchen denn von euren ajas oder in euren schulen von denen ihr doch genug habt amanda fühlte die gebieterische notwendigkeit sich zu behaupten um so mehr als der blumenhafte mädchenchor sie offenbar auslachte was wir lernen und ohne sich lange zu bedenken schleuderte sie den einzigen sanskrit satz aus auf den sie sich augenblicklich besann einen vers den sie einmal in einem buch ihres vaters zitiert gefunden und der sowohl durch seinen wohlklang wie durch seinen sinn so großen eindruck auf sie gemacht hatte daß sie ihn auswendig gelernt hatte die wirkung war so stark wie unerwartet die rani warf sich auf das lager zurück streckte die rechte hand gegen sie aus und zog mit der linken an den fingern daß sie knackten ein altbewährtes mittel gegen den bösen blick und gegen ähnlichen zauber dabei rief sie ihre ajas wie ein erschrockenes kind die blumen des mädchenbeetes wurden wie von einem windstoß in die ecke hinein und zusammengefegt als ob sie davonfliegen möchten und durch eine hohe gartenmauer daran verhindert würden die aja aber sprang auf stellte sich zwischen die entsetzte rani und amanda und mit drohenden gebärden ihrer mumienartigen arme und hände deren krallenförmige finger ihre langen und spitzen nägel in den hals des mädchens hineinhauen zu wollen schienen überflutete sie amanda mit einem geiferartigen wortschwall dessen sinn deutlich genug der war daß es der mem sahib sehr schlimm ergehen daß sie wenigstens gepfehlt werden würde wenn sie der zierde des palastes eine krankheit angezaubert hätte barbara schwitzgäbele ließ die herausforderung nicht unbeantwortet mit einem sprung war sie neben amanda und schüttelte eine ländliche faust vor dem runzeligen affengesicht der alten offenbar bereit einen echten schwabenstreich für ihre herrin zu schlagen solchermaßen geschützt konnte amanda ihrer rache genießen ohne den drohenden krallen des alten geierartigen wesens die geringste beachtung zu schenken lachte sie laut auf und fragte auf hindustani zurück was lernt ihr mädchen denn hier wenn ihr nicht einmal so viel sanskrit versteht wir lernen wofür wir gebrauch haben murmelte die rani mürrisch mit einem mißtrauischen blick das gebaren amandas das allerdings nichts sehr furchtbares an sich hatte schien die erregten gemüter ein wenig zu beruhigen ein schnelles hin und her zwischen der rani und ihrer aya erfolgte die erklärung daß amanda sanskrit gesprochen hatte war zweifelhafter natur sanskrit jene längst ausgestorbene heilige momie von einer sprache welcher nur gelehrte brahmanenlippen ein vorübergehendes spukhaftes leben einhauchten hinlänglichen lebenshauch zum fledermausartigen umherschweben im halbdunkel der tempelhallen die priestersprache die zaubersprache die rani verlangte sofort eine übersetzung wort für wort zu hören sie ließ nicht lange auf sich warten allüberall wo sich begierde reget dort wahrlich wisset ist die wandelwelt solche weisheit lernen die mädchen bei uns fügte amanda mit dreister stirn hinzu der vers schien der rani nicht weniger zu gefallen als ihr selber es leuchtete auf in den mandelförmigen trübschwarzen augen der schwerfälligen doppelbraue noch einmal sag's noch einmal mem sahib amanda wiederholte den vers erst auf sanskrit dann auf englisch das die dolmetscherin in hindustani übersetzte prächtig rief die rani hört ihr's mädchen das will ich in den gartenkiosk setzen lassen oben über die säulen mit großen schönen sanskrit buchstaben gleich jenem mogul kaiser der die berühmte inschrift in seine halle setzte man liest sie noch heute in delhi mit edelsteinen stets in marmor geschrieben an der wand des divan ikas wenn es ein paradies auf erden gibt ist es hier ist es hier ist es hier ja so soll es in meinem kiosk stehen wenn der samsada dort ist wo sich begierde regt dann ist er hier ist er hier ist er hier die rani sprach oder sang diese worte mit einer fast erschreckenden leidenschaft indem sie bei jedem hier die hände an die brust preßte wie um zu verhindern daß die darin sich regende begierde ihre wogende wohnung zerspränge der atem kam stoßweise zwischen den offenen karminroten lippen die augen brannten wie im fieber zwischen den juwelen der stirn perlten die schweißtropfen mit einer mischung von regem interesse und lebhaftem widerwillen starrte amanda sie an sah sie doch vor sich den leibhaftigen inkarnierten trishna selber den willen zum leben zur wollust zur macht zum ergreifen verschlingen und aussaugen in seiner prachtvollsten gestalt jenen unersättlichen durst nach allem was den durst reizen und nicht löschen kann die rani murmelte einige worte und machte eine handbewegung als ob sie durch diese abgepflückt wären lösten sich zwei blumen vom eckbeete ab flatterten heraus und entzauberten sich in zwei hindu mädchen die sich in einer anderen ecke des raumes mit ein paar musikalischen instrumenten bewaffneten einer langhalsigen laute und einer handtrommel worauf sie zu füßen ihrer herrscherin niederkauerten mem sahib wandte die aya sich an amanda du hast der zierde des palastes einen schönen spruch gegeben der ihr wohl gefällt damit du nicht ohne entsprechendes gegengeschenk davon gehst sollst du ein rajaputanisches lied zu hören bekommen mem sahib die zierde des palastes will dir vorsingen amanda die jetzt ihren triumph gehabt und sich nunmehr gern recht höflich zeigen wollte erklärte daß ihre leber bei der ankündigung einer solchen ehre aufschwölle wie ein schwamm der wasser saugt in der tat erwartete sie mehr ehre als vergnügen von der sache zumal ihr mit schubert und beethoven erzogenes ohr sich entschieden weigerte daß geklimper und trommeln das die beiden mädchen schon angestimmt hatten als musik anzuerkennen und doch schlich sich nach und nach denn das präludieren dauerte ein paar minuten eine eigentümliche wirkung über ihre sinne und ihr gemüt festgebannt hing ihr blick an dieser kleinen trommel sie war geformt wie ein stundenglas das mädchen hatte sie in der mitte gefaßt und bearbeitete die beiden verschiedentlich gestimmten fälle bald mit den fingerspitzen bald mit den knöcheln der anderen hand bisweilen aber schüttelte sie nur das instrument wobei dann die seidenen teils mit bleikugeln teils mit knoten versehenen franzen auf die fälle schlugen und seltsame geisterhafte laute hervorbrachten wie die hufschläge wild dahinreisender gespensterpferde oder spukhaftes widerhallen längst geborstener herpauken klänge die in verbindung mit dem monotonen summen einer tiefen metallseite der laute unwiderstehlich die stimmung ja die vorstellung nächtlicher stille und öder weite erweckten und die rani hub an zu singen rau war ihre stimme und alles andere denn ausgebildet aber die töne waren nicht unangenehm und der ausdruck war lebhaft und ward um so ergreifender je leidenschaftlicher die wenig bewegte melodie sich steigerte besonders gegen den schluß der zeilen nach welchen sie immer noch in wortloser modulation nachsummte ein wildes und träumerisches zwischen lachen und schluchzen zwischen schreien und seufzen sich wiegendes vokalzwischenspiel daß der dolmetscherin reichliche zeit ließ ihre übersetzung zu murmeln und dies etwa war was sie sang der räuber jugurt wie sprengt er durchs feld ein schrei der verfolger hinter ihm gelt die rajabraut er im sattel hält in die wüste hinaus in die wüste sein renner stürzt am verfallenen schrein die schwerter blitzen im mondenschein erschlagen liegt joghurt an shivas stein in der wüste tief 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 in der wüste das schwert entringt seiner faust die braut ihre linke hand wohl ab sie haut die bringt meinem vater sie ruft es laut in der wüste laut laut in der wüste noch einmal schneiden die klinge muß sie trennt vom knöchel den zarten fuß den bringt eurem rajah als scheidegruß einen gruß von mir aus der wüste sie fällt auf den leichnam umarmt ihn mit macht die hufschläge schwinden fern fern in der nacht es heult der schakal die hyäne lacht in der wüste lacht lacht in der wüste die stimme der rani war in einem letzten röchelnden nachsummen hingestorben das geisterhafte trommeln des nachspieles schwieg gänzlich und amanda saß noch schweigend da sie fühlte sich als ob sie von einem wirbelsturm fortgetragen und irgendwo verloren wäre von sekunde zu sekunde wurde ihr das schweigen peinlicher und immer schwieriger wurde es ihr es zu brechen schließlich wußte sie zu ihrer eigenen beschämung nichts besseres als ein geschichtliches interesse für rajputana konik an den tag zu legen wer war wohl jener joghurt zu welcher zeit hat er gelebt die rani zuckte die achsel weiß ich's ein räuberwahrer der die rajabraut raubte das ist er wohl noch fügte sie hinzu mit dem unerschütterlichen glauben des hindu an die fortdauer des lebens und des charakters die explosive energie worüber die rani offenbar im höchsten grad verfügte hatte ausgerast und sie in einem vertieften stadium orientalischer trägheit zurückgelassen doch war gerade noch so viel übrig geblieben daß sie mit eigentümlich schnellen bewegungen ihrer winzigen hand etwa wie wenn eine kobra nach fliegen schnappt aus einer jaspisschale kardamomenkörner pickte die sie mit behagen kaute plötzlich neigte sie sich vor und schob ihrem lieben gast höchst eigenhändig einige von diesen leckereien in den mund eine hohe gunstbezeugung dabei reckte und streckte ihr körper sich unter der duftigen hülle und diese geschmeidige wellenbewegung gab selbst der unerfahrenheit amandas eine ahnung von der unvergleichlichen formenschönheit und elastischen anmut der indischen frauengestalt durchschauerte sie aber gleichzeitig so intensiv mit jener kriechenden angst vor allen schlangenwesen daß sie sich schleunigt empfahl ohne sich viel darum zu kümmern wie schwer sie wohl durch ein solches aufbrechen gegen die rajputana palastetikette verstoßen möge ende von abschnitt 16 gibt es bei deutlich konnte sie in dieser stille vom anderen ende des korridors die stimme ihres vaters und kala ramas vernehmen die beiden männer waren offenbar in eine ernste wahrscheinlich wissenschaftliche unterhaltung vertieft zwar wußte sie daß sie eine willkommene zuhörerin sein würde aber nach dieser etwas erregenden begegnung mit der zierde des palastes spürte sie das dringende bedürfnis mit ihren aufgescheuchten gedanken und aufgewühlten gefühlen allein zu sein freilich hatte sie eine botschaft von edmund an den minister wenn sie aber die tür ihres zimmers angelehnt stehen ließ konnte kala ramas nicht weggehen ohne daß sie bei der stille des hauses es hören mußte sie öffnete also die tür gegenüber der studierstube und trat in ihr eigenes hübsches zimmer hier setzte sie sich an das fenster und blickte über garten und see hinüber nach dem rajapalast der auf dem roten felsen thronend in blanken streifen wie mit pfeilern von polierter bronze durch purpurschatten getrennt dem baldachin der rosigen goldgefransten abendwölkchen entgegenstieg drei monate lang hatte amanda abend für abend so an diesem fenster gesessen in diesen anblick verloren und noch immer bezauberte er sie mit derselben macht des neuen und fremdartigen nie hatte sie recht gewußt ob verheißend oder drohend heute wußte sie es sie hatte zu ihrem vater gesagt es sei ihr als ob abends der palast reden wollte singen und sagen von allem was er in alten heroischen zeiten erlebt hatte jetzt sprach er zu ihr aber nicht davon es jauchzte von den türmen es rief von den zinnen es flüsterte von den pavillons und erkern worte liefen die terrassen entlang eilten die treppen hinunter um sie zu erreichen nur wenige worte aber welche welt von schmerz enthielten sie hier lebt die die er liebt obwohl auch aus diesem erker fenster drüben durch das schwarze schnitzwerk der marmorplatte ein augenpaar nach dem bungalow blickte dort lebt der den ich liebe sie kannte dies augenpaar unter der schweren gewellten brauen linie schwebte es dort vor ihr und der blick dieser großen schwarzen pupillen durchschauerte sie wieder mit jenem unbezwingbaren fast unsinnigen abscheu war es denn wirklich möglich daß edmund mit den fesseln der liebe an dieses geschöpf gebunden war die rani war schön auf ihre weise die nicht die amandas war und war vielleicht gerade dieser stil bestricken für einen mann der selbst das blut dieser rasse in seinen adern hatte aber war es nicht auch möglich daß sie sich täuschte daß sie schon für ausgemacht hielt was nur eine wahrscheinliche erklärung war könnte eine tödliche feindschaft zwischen dem rajputen und dem engländer nicht auch einen anderen grund haben etwa eine politische intrige das war eine hoffnung und sie klammerte sich daran während ihr blick furchtsam den erker drüben wieder aufsuchte hinter dessen gitter sie jenes feindliche augenpaar mit dem saugenden nachtblick vermutete der erker aber war kaum mehr zu entdecken der ganze bau schien eine glühende kohle zu sein und über ihm waren am himmel alle rosigen töne erloschen nur scharlach und orange flammten mit der reinheit und leuchtkraft prismatischer farben und amanda gedachte eines anderen sonnenuntergangs auch ein schloß in den letzten sonnenstrahlen glühend und sich gegen einen strahlenden abendhimmel erhebend gedachte jenes abends da all das seinen anfang genommen hatte das jetzt so weit geführt hatte und unaufhaltsam gott weiß zu welchem zweck weiter strebte es war fast ein jahr her in heidelberg wo sie sich seit einigen monaten aufhielt weil ihr vater dort eine professur antreten sollte sie saß am offenen fenster und sah über den neckar nach stadt und schloß hinüber ein wunderherrliches abendbild alles lieblich duftig und einschmeichelnd wenn auch ein wenig matt im vergleich mit diesen starrenden metallischen glutfarben des orients die sich in das gehirn einbrennen damals glaubte sie freilich daß es nirgends ein prachtvolleres abendbild geben könne als dasjenige das sie gerade vor augen hatte draußen im garten deckten gelbe kastanienblätter den rasen und ein würziger geruch gleich dem eines feinen curry strömte herein und mischte sich mit dem milden warmen duft einer weinroten rose die in einem hohen glas vor ihr auf dem nähtisch stand diese rose hatte ihr ein student geschenkt und zu ihnen gehörte als begleiter ein kleines gedicht das zwar nicht von liebe sprach aber souberet davon schwieg wie der anstand es erlaubte wenn die dinge noch nicht für eine förmliche erklärung reif sind die verse waren sehr hübsch und so war er der sie geschrieben hatte und amanda erwog in ihrem 18 jährigen herzen ob dies nun die liebe sei und ob sie wenn er ihr eines tages seine hand anböte diese für leben und tod ergreifen dürfe dabei pochte dies herz mit einer süßen unruhe die für eine bejahung der frage zu sprechen schien da trat ihr vater herein einen offenen brief in der hand amanda was meinst du davon nach indien zu gehen nach indien der name war ihr kein so leeres geograficum wie den meisten jungen deutschen mädchen denn ihr vater pflegte mit ihr über alles zu reden womit er sich beschäftigte hatte sie doch sogar angefangen das sanskrit alphabet zu studieren um ihm nach und nach vielleicht behilflich sein zu können aber indien war sicher fern von allem woran sie gewohnt war sehr fern besonders von dem jungen mann mit rosen und fersen ihr vater rückte einen stuhl nahe an sie heran und fing an ihr alles auseinanderzusetzen der brief war von dem minister kala rama sie kenne doch kala rama o ob sie kala rama kenne von den ministern ihres eigenen vaterlandes wußte sie nichts aber von diesem minister eines nordindischen kleinstaates und seinen verdiensten hatte ihr der vater ja immer wieder erzählt kala rama also hatte dem vater geschrieben daß es sowohl in seinem eigenen land wie in den benachbarten gegenden einige felsen inschriften gäbe die er zur rechten zeit festgestellt und gedeutet haben möchte zu diesem zweck wie auch um die große manuskript sammlung die er selber angelegt habe zu ordnen und zu verwerten und teilweise sogar der abendländischen gelehrten welt zugänglich zu machen wäre es ihm sehr erwünscht wenn professor eichstätt sich auf einige jahre bei ihm niederlassen wollte für den fall daß er willig wäre dies zu tun sei gerade jetzt eine sehr günstige reisegelegenheit gegeben denn ein junger engländer sir edmund trevellian wäre im begriff sich nach indien zu begeben und zwar gerade nach diesem ländchen zu welchem er in der tat intime beziehungen hatte insofern als er der enkel einer von dort her stammenden begum sei fußnote begum indische prinzessin die dem fremdländischen zauber eines englischen obersten nicht hatte widerstehen können er sei der jüngere sohn einer guten alten cornwallischen familie und habe noch nicht die vierziger erreicht obwohl er schon ein sehr abenteuerliches leben hinter sich hätte in den letzten lebensjahren lord byrons sei er dessen steter begleiter gewesen sir trevellian würde mit einer brick segeln die in southampton läge und die sie gerade noch zur rechten zeit erreichen könnten amanda sah wohl daß ihr vater schon mit leib und seele unterwegs nach indien sei und mit einem stillen seufzer der dem jungen rosen und fersespender galt versicherte sie ihm daß sie sich nichts herrlicheres denken könne als mit ihm in dem alten heiligen wederlande zu verweilen als sie etwa einen monat später southampton erreichten wartete die brick nur noch auf günstigen wind professor eichstätt machte sofort zur trevellian einen besuch in seinem hotel ein interessant aussehender mann von freiem aber gewinnendem wesen meldete er schon am nächsten tage waren sie unter segel und die sonne rollte wie eine feurige kugel auf der kimmung als sie die weiße küste albions über der bläue des wassers erbleichen sahen amanda hatte so ziemlich erwartet daß bei dieser gelegenheit der freund lord byrons auf dem achterdeck stehen und child harrels gute nacht rezitieren würde aber nichts dergleichen geschah sir trevellian mußte auf irgendeine weise an bord gekommen sein ließ sich aber gar nicht sehen und so ging es tag für tag woche für woche er blieb unsichtbar amanda fühlte sich wohl ein klein wenig enttäuscht aber lange nicht so sehr wie die englischen ladies der kleinen passagiergesellschaft obwohl er doch sie mehr anging als jene und die nicht wie amanda in einer kleinen hindustadt unter einem dach mit ihm leben sollten und die nur durch die wagen gerüchte über sein abenteuerliches treiben und seine freundschaft mit lord byron ein illegitimes interesse an seiner person hatten sie waren auf der höhe der kanarischen inseln als amanda an einem stürmischen abend sich auf das verdeck hinauf wagte seit mehreren tagen war das wetter so schlecht gewesen daß sie in ihrer eigenen kabine sich hatte aufhalten müssen jetzt hielt sie es aber nicht mehr aus durch die rätselhaften scheinbar so launenhaften schicksalsfügungen welche die gesetze der seekrankheit wie so viele andere ordnen war dieses mädchen obwohl aus familien stammend die seit unvordenklichen zeiten das salzwasser nicht gerochen hatten gänzlich von dieser plage verschont geblieben während die anderen passagiere durch ihren würgenden griff auf dem lager festgehalten wurden so war sie denn allein auf dem achterdeck zufällig befand sich kein offizier in der nähe denn sonst wäre ihr der aufenthalt dort kaum gestattet worden es war einer der ersten tropischen sonnenuntergänge die sie zu sehen bekam und der erste durch unruhiges wetter gesteigerte dessen anblick sie genoss zum ersten mal auch sah sie den atlantischen ozean seine ganze majestät offenbaren die pracht und größe des schauspiels überwältigte sie zunächst völlig dann aber gab sie sich mit dem ganzen enthusiasmus einer jungen reinen seele diesen mächtigen eindrücken hin der wolkenberg in dessen gipfel die sonne versank schien ein ungeheurer vulkan zu sein aus dessen krater gigantische feuergarben herausbrachen und den ganzen himmelsraum durchflammten um die wolken in brand zu setzen während glühende lavaströme in das meer hinunterstürzten wie mit goldigem gebüsch gekrönt erhoben sich die schäumenden wellenhügel blut floß in ihren tälern alle erdenklichen purpurtöne dämmerten in ihren höhlen amanda jauchzte und klatschte in die hand wie ein kind jedesmal wenn der schaum am bug der brick wie eine glänzende kaskade emporspritzte und wie regenbogenflammen vorüberfegte sie hörte die stufen der treppe die sich wenige schritte hinter ihr befand leise knarren und wollte hinsehen ob jemand käme ihre schöne einsamkeit zu stören als ihr blick unwillkürlich in die entgegengesetzte richtung gezogen wurde da starrte sie in eine durchsichtige smaragdene wand hinein von so leuchtender schönheit daß sie jeden schrecken vergessend unwillkürlich die arme gegen sie ausbreitete sofort schien sie sich mitten im ozean aber zugleich in einer kräftigen menschlichen umarmung zu befinden nach einer kurzen weile die sie aber eine kleine ewigkeit dünkte ließ das meer sie frei die umarmung aber nicht sie war zu geblendet und zu erschüttert um irgendetwas zu sehen nur purpurflammen tanzten vor ihren augen aber sie hörte über ihrem kopf eine klangvolle stimme lachen ei was ist denn das für ein mutiges dämchen das dem wellenspiel hier applaudiert und den ganzen atlantischen ozean umarmen möchte nein bleiben sie lieber in der umarmung eines alten seemanns das ist besser aha noch eine diesmal war es keine massive welle sondern eine mächtige schaumkaskade die ihr den nacken und die wangen peitschte und auf dem deck und dem glas des oberlichtes neben ihr laut klatschte sie haben sie mehr vom wind weg gedreht das nächste mal wird es wieder eine welle geben da können sie nicht hier bleiben amanda die sich ein wenig losgemacht hatte versuchte einen schritt zu machen taumelte aber hilflos gegen das geländer der treppe nein nein so geht das nicht erlauben sie sie fühlte sich in die höhe gehoben und die kampagnetreppe hinuntergetragen einen augenblick danach saß sie wohlbehalten auf dem sofa im salon vor ihr stand ein hochgewachsener mann dessen mantel in schweren nassen falten um ihn hing unter der schottischen mütze ringelte das schwarze haar glänzend von schaumtropfen sich auf die schulter hinunter seine großen orientalischen augen lachten ebenso sichtbar wie die vollen lippen um die blendend weißen zähne das ganze dunkle fast maurisch anmutende gesicht strahlte seltsam von einer wilden und doch ganz jovialen heiterkeit aber ich sollte mich ihnen wohl eigentlich vorstellen edmund trevelyan dessen name ihnen nicht unbekannt sein dürfte amanda wollte nun ihrerseits die präsentation vollziehen aber es kostete ihr mühe die lippen zu bewegen sir trevelyan bemerkte das nicht nötig schonen sie sich oh ich weiß die kleine binnenländerin in salonsprache miss amanda eichstätt so nun ist die gesellschaftliche zeremonie erledigt ich denke wir werden uns noch unter ruhigeren umständen näher kennenlernen er hatte geklingelt und das kabinenmädchen trat herein fräulein bringen sie miss eichstätt zu bett sie ist ein bisschen zu nah in berührung mit dem atlantischen ozean gekommen decken sie sie vor allem gut zu eine starke tasse tees ist das richtige und ich würde bei dieser gelegenheit empfehlen ein paar teelöffel von dem guten jamaica rum hinein zu tun gute nacht miss eichstätt die so geknüpfte bekanntschaft wurde vorläufig nicht weiter gepflegt sir trevelyan ließ sich noch immer fast so wenig sehen wie am anfang wiewohl doch schließlich alle die englischen misses die nicht ohne neid von dem kabinenmädchen so viel wie dieses von dem abenteuer des deutschen fräuleins wusste erfahren hatten nach und nach ihre neugierde befriedigen konnten amanda brachte einen großen teil des tages auf dem verdeck zu sie konnte sich an den seewundern der tropen nicht satt sehen stundenlang beobachtete sie die flugfische die sich in großen schwärmen aus den fluten erhoben und in schimmerndem fluge viele hundert fuß durch die luft schossen bevor sie wieder in ihrem nassen element zuflucht suchten in stillem wetter entzückte sie besonders der anblick des portugiesischen kriegsschiffes einer allerliebsten kleinen medose die durch die glasige tiefe bis zur oberfläche aufstieg und ihre zarten segel in dessen durchsichtigen falten sich rosa orange und hellblau mischten vor der leisen brise ausspannte um mit erstaunlicher schnelligkeit über die gekräuselte meeresoberfläche hinzugleiten vor allem aber mochte sie keinen sonnenuntergang versäumen es war ein solcher der die zweite begegnung etwa vierzehn tage nach der ersten herbeiführte und zwar unter noch romantischeren der erscheinung und dem ruf ihres neuen bekannten noch angemesseneren umständen und jetzt während sie nach dem rajapalast hinüberblickte dessen glut sich heftig vertiefte und schon hier und da wie von schwärzlicher schlacke überzogen wurde jetzt drängte die erinnerung an jene zweite begegnung sich ihr lebhafter denn jemals auf unwillkürlich nahm sie ihr tagebuch zur hand das immer auf ihrem kleinen arbeitstisch am fenster lag sie hatte gerade an jenem nachmittag fleißig darin von fliegenden fischen farbenschillernden medusen und anderen meerwundern geschrieben und eine heftige erregung bemächtigte sich ihrer jetzt als sie in dem heft blätterte und zu den worten kam bei welchen sie damals die feder von sich gelegt hatte weil es die höchste zeit sei ihre enge kabine zu verlassen wenn sie des sonnenuntergangs nicht verlustig gehen wollte die letzte nacht war ziemlich stürmisch gewesen und die see ging noch hohl so wunderte sie sich nicht sehr kein weibliches wesen oben zu finden hingegen schien fast alles was von den passagieren männlichen geschlechts war seine seebeine gefunden zu haben sie hatten sich auf dem achterdeck versammelt aber offenbar nicht um den sonnenuntergang zu bewundern vielmehr kehrten sie achtlos ihren rücken dem strahlenden westen zu wo die sonne von leichtem gewölk umschwebt sich in ihrer vollen pracht schnell der kimmung zusenkte ihr ganzer blendender lichtstrom beleuchtete den gegenstand auf den sich jeder blick gerichtet hatte es war dies ein schiff das in schräger richtung auf sie lossteuerte und sich kaum noch eine halbe seemeile luftwärts befand seine großen von der frischen brise voll geblähten segel leuchteten in brennendem orange goldige kaskaden spritzten fortwährend empor am bug der wie blankes metall glänzte und über die purpurne flut ergoß sich der spiegelglanz dieser feurigen erscheinung bis zur brick als ob der fremde segler in seinem eifer sie zu erreichen sein bild vorausschickte der anblick hatte etwas eigentümlich faszinierendes amanda war noch darin versunken als eine wohlbekannte stimme sie weckte was das kleine fräulein hier sie scheinen mir einen trick zu haben hier oben zu sein wenn alles weibliche sich unten befinden sollte nun heute ist das wetter doch nicht so schlimm an das bisschen rollen habe ich mich schon gewöhnt was ist denn das für ein schiff ein schoner ist es vielleicht das schiff das wir in den letzten tagen immer nach osten zu wie einen fleck am horizonte sahen oho lachte sir edmund sie halten ihre laternen geputzt scheint es ja ja sie ist klar genug gewiß es ist das schiff darauf können sie sich verlassen und ein guter segler dazu nicht wahr wie er so über die wellen hintanzt es ist eine wahre freude zu sehen freilich aber die besten tänzer sind nicht immer die besten leute eine allgemeine wahrheit die sie auch auf der see bestätigt finden werden zumal unter diesen breitengraden und da sie nun schon seinen tanz bewundert haben möchte ich ihnen doch raten sich lieber hinunter zu begeben hier wurde er vom kapitän unterbrochen nun sir trevilian was halten sie von ihr womit er offenbar nicht amanda sondern das schiff meinte kein mann an bord hat ein besseres urteil darüber sehr geschmeichelt kapitän meine unmaßgebliche meinung ist klar zum gefecht möge ich nie mehr einen tropfen krok schmecken ob sie nicht mit der meinigen übereinstimmt er ließ sofort die mannschaft auf dem deck zusammen pfeifen und hielt vom achterdeck aus eine kurze ansprache über das altbewährte thema des nimmer sklaven werden könnens der briten die mit stürmischen hurras beantwortet wurde worauf er knapp und bestimmt seine befehle gab und jeder nach seinem posten eilte auf dem achterdeck rissen sich die männlichen passagiere um die waffen die verteilt wurden alte büchsen pistolen enter haken und hieber überall sah man die ragende gestalt edmunds und hörte seine herzhafte stimme der kapitän hatte ihn damit beauftragt diese improvisierte wehrkraft die das kaufadeischiff sehr nötig hatte so gut es gehen wollte ein wenig zu organisieren für ein ängstliches gemüt war seine gegenwart eine wahre herzensstärkung so augenscheinlich war es daß dieser mann sich erst jetzt in seinem rechten element befände und daß er für seine person nichts lieber sehen würde als daß es zur aktion käme amanda hatte das gefühl als ob sie in seiner nähe sich nicht fürchten könne aber auch als ob ihr bisschen mut völlig dahin schwinden würde wenn sie von ihm entfernt würde sie fürchtete nichts mehr als in den salon hinunter geschickt zu werden wo die damen natürlich alle hysterisch vor angst waren von ihrem vater wußte sie zu ihrer beruhigung daß er bis über die ohren im sanskrit säße denn er hatte sich vom buche nicht trennen können als sie ihn aufforderte zum genuß des sonnenuntergangs mit ihr auf das deck zu gehen sie machte sich darum so klein wie möglich ganz hinten am heck wo der mann am steuerrad sie mit seiner breiten matrosengestalt so ziemlich verdeckte schließlich wurde sie doch von mr watson entdeckt einem jungen seeoffizier der ihr sehr beharrlich den hof machte in diesem augenblick aber offenbar keineswegs durch die begegnung angenehm überrascht wurde er bat sie inständig sich doch hinunter in den salon zu begeben ob es nun war weil er selbst in einem so ernsten augenblick keine gelegenheit zu einem kompliment ungenutzt vorübergehen lassen konnte oder weil er gerade diesen ernst gern etwas scherzhaft verkleiden möchte jedenfalls versicherte er ihr er könne ihr nicht erlauben oben zu bleiben weil sie wenn es möglich wäre einem kampf aus dem wege gehen müssten es sei aber noch so hell daß die piraten sie dort sehen könnten und wenn sie das täten würde nichts sie zurückhalten sie würden dann auf alle fälle entern hoho mr watson was ist dies es war edmunds stimme und seine hand legte sich derb auf die uniformierte schulter des offiziers im begriff falsche signale zu machen wie sie müssen sehr skrupellos sein wo es sich um ein kompliment handelt oder sie kennen den geschmack dieser dunklen gentleman und harems versorger schlecht nein was die gefahr angeht können sie ruhig miss eichstätt hier oben bleiben lassen dagegen halten sie miss smith unten denn wenn die ihrer reize hier oben lüftete dann könnte ihre befürchtung sich allerdings erfüllen amanda blickte eifrig zur seite nach dem gefürchteten schiff hinaus so wenig auch die ganze situation zur heiterkeit stimmte so wenig es sich ziemte von dem etwas plumpen scherz notiz zu nehmen sie musste ein wenig lächeln miss smith war eine großmächtige britische jungfrau bei der die kräftige insulare kost offenbar gut angeschlagen hatte und die keineswegs mit ihren sehr substanziellen reizen geizte besonders nicht sir trevellian gegenüber o was miss smith anbelangt bemerkte der schiffsarzt durch das oberlicht in den salon hinunterguckend wo die lampen schon angebrannt waren die liegt auf dem sofa und hat ihr gesicht ganz in den kissen begraben betet schon zu allah daß sie sultaner werden möge nun vielleicht machen wir noch ihre wohlbegründeten hoffnungen zunichte freilich von ihr weglaufen das werden wir schon bleiben lassen das sie galt wiederum keiner dame sondern dem schiff selbst das unerfahrenste auge konnte freilich sehen daß der schoner in der kunst des segelns der brick weit überlegen sei er schien das ganze recht neckisch zeigen zu wollen indem er bald parallelen kurs hielt bald sich entfernte und dann wieder auf sie zuschoss jetzt lief er die brick einholend nur einen steinwurf entfernt lufwärts auf der backbordseite rechts war die sonne gerade unter die kimmung gesunken aber das leichte gewölk breitete ihr licht um so glühender über den ganzen westlichen himmel bis gegen den zenit hinauf und ließ einen widerschein wie von blut über segel und deck des schoners sich ergießen der sich stark nach ihnen hinüber neigte dies solchermaßen schräg gestellte und leicht zu überschauende deck schienen völlig leer zu sein mit ausnahme einer einzigen gestalt ein riesiger neger stand auf dem achterdeck die lange ruderpinne in der hand diese leerheit machte einen ganz besonders unheimlichen eindruck das zierliche schiff schien ein magisches boot zu sein das von selber manövrierte der kapitän breite den schoner aber keine antwort erfolgte noch zwei anrufe blieben ebenso fruchtlos da drohte er feuer zu geben wenn keine antwort käme sofort sprang eine person auf den rufer in der hand und antwortete mit einem längeren gebrüll das unverständlich war und wahrscheinlich auch beabsichtigte es zu sein unmittelbar danach hielt der schoner ab anstatt sich aber zu entfernen drehte er sich auf dem fuß des hinter stevens wie ein kreisel sie will uns die breitseite längsseits von hinten geben captain rief edmund kenne schon den alten trick schmunzelte der kapitän zurück und gab schnell einige befehle die brick machte eine kleine drehung freilich nicht so elegant wie der schoner aber doch gut genug um zu verhindern daß die gefährliche senkrechte gegenüberstellung vorkäme bald liefen die beiden segler wieder parallel mit etwas westlicherem kurs man hatte aber jetzt den schoner auf der steuerbordseite und hatte ihm die luw genommen wie amanda die leute ringsum sagen hörte und was sie als einen großen vorteil zu betrachten schienen in der tat bemerkte auch sie daß der feind nicht mehr so übermütig und spielend manövrierte wiederum breite der kapitän wiederum sprang wie von einer spiralfeder aus einer schachtel emporgetrieben der mann mit dem rufer in die höhe und brüllte sein abrakadabra unmittelbar danach fiel der schoner ab und lief mit dem wind davon nach westen zu wo er bald in der jetzt plötzlich einbrechenden dunkelheit verschwand die prik wurde wieder in ihren alten kurs gebracht von welchem sie sich um einige striche westlich entfernt hatte eine heitere stimmung machte sich unter den passagieren bemerkbar man hatte den schoner aus nächster nähe betrachtet und fand daß von einem so kleinen schiff wenig zu befürchten sei da es von seiner bemannung nur zwei personen gezeigt hatte würden wohl nicht allzu viel an bord sein und man machte sich darüber lustig daß er sich so bald davon überzeugt habe daß für ihn hier nichts zu holen sei einige blasse gesichter älterer herren und später auch einiger frauen zeigte sich am rande der kajütenkappe kamen aber nicht weiter denn ein hier postierter matrose schickte sie wieder hinunter dieser umstand sowie das eifrige flüsternde gespräch das edmund abseits mit dem kapitän führte erweckte bei amanda die vermutung daß alles doch nicht ganz so friedlich sein mochte wie es den anschein hatte in diesem zustand banger zweifel gereichte es ihr sofort zu einer gewissen beruhigung daß edmund nun wieder in ihre nähe zurückkehrte indem er sich neben den mann am steuerrad stellte um ihm wie es schien einige direktiven des kapitäns möglichst unauffällig zu übermitteln unter diesen ungewöhnlichen umständen meinte amanda daß ihre flüchtige bekanntschaft wohl genügen möchte um ihr zu erlauben eine frage über die wahre lage der dinge an ihn zu richten und trat zu ihm hin ach sie sind noch hier fräulein eichstätt und ich meinte sie wären längst unten um ihrem vater das glücklich überstandene abenteuer zu berichten ist es wirklich auch glücklich überstanden ich glaubte sie würden wiederkehren glaubten sie sie sind gescheiter als die anderen nun wenn sie meine meinung hören wollen dann kann es doch noch ernst werden der kapitän hat sehr klug gehandelt seine stückpforten gut verschlossen zu halten damit sie nicht sehen sollen wie wenig zähne wir zu zeigen haben ja ich denke wir werden sie bald wieder sehen aber ich kann mich ja irren damit fing er an das schloss seines gewehres zu untersuchen seine allerletzten worte machten sie an ihrem entschluss irre ihren vater und barbara aufzusuchen und ihnen zu sagen wie die sache stände wenn sie ihren vater recht kannte würde er noch mit der nase im buche sitzen ohne die leiseste ahnung von der nähe der piraten zu haben und hätte barbara den geringsten verdacht gehabt daß irgendeine gefahr in der luft schwebe würde sie sicher nicht geruht haben bevor sie ihr fräulein gefunden hatte warum nun also die beiden vielleicht ganz unnötig in angst und unruhe versetzen ende von abschnitt 17 gelesen von hokus pokus abschnitt 18 von die weltwanderer dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox.org die weltwanderer von karl kjellerup zweites buch zweites kapitel sonnenuntergänge teil zwei die brick schien sich allerdings allein auf dem weiten meere zu befinden der mond war aufgegangen aber der östliche himmel war etwas diesig und so war sein licht getrübt links lag eine nebelbank auf dem wasser rechts wo der schoner verschwunden war konnte man weit blicken und kein schiff war zu sehen eine halbe stunde verstrich sie wollte doch jetzt hinuntergehen und wenigstens sehen wie es dem vater und dem mädchen ginge schließlich brauchte sie ja noch nichts zu sagen segel hoh klang es vom fog mars herunter ein schauer der durch das ganze schiff zu zucken schien schüttelte amanda von der fußsohle bis zum scheitel sie folgte dem blick edmunds der luftwärts hinausspähte aus der hier auf dem wasser brütenden nebelbank glitt der schoner kaum in der entfernung eines kanonenschusses hervor der gedanke den vater aufzusuchen war verschwunden wie jeder andere gedanke sie konnte nur gedankenlos und fast gefühllos jenen auf sie zugleitenden segler anstarren der in dem gespensterlicht des verschleierten mondes so furchtbar aber auch so unwirklich zu sein schien wie der fliegende holländer selber auf deck und achterdeck war alles in lebhafter bewegung edmund war überall aufmunternd an vorher verabredetes erinnernd und neue anordnungen treffend amanda stand noch immer am hecke ihre augen waren gerade über der reiling und hingen am schoner der jetzt genau wie das erste mal auf demselben kurs wie die brick lief und so nahe an dieser dass man bequem hinüberrufen konnte aber das breien hatte keinen sinn mehr so weit sie beim unsicheren licht sehen konnte bot das deck denselben leblosen anblick nur am ruder der riesige steuermann der in dieser beleuchtung vollends wie ein dämonisches wesen wirkte wenn er sich über die kolossale ruderpinne beugte hier nehmen sie diese auf alle fälle es war edmunds stimme seine nähe hatte sie schon gespürt jetzt fühlte sie die berührung von einem kalten gegenstand um den sich ihre hand instinktiv schloß eine pistole sie sah auf und ihr blick begegnete dem seiner schwarz glänzenden augen aus dem ihr ein seltsamer milder ausdruck tiefer besorgtheit entgegenleuchtete nur wenn's zum äußersten kommt nicht wenn sie entern erst wenn sie hier auf dem achterdeck die oberhand gewinnen sie entern mit schiffs wenn sie hier fuß gewinnen dann nicht zögern nur den hahn spannen und abdrücken die mündung an der schläfe aber mein vater wir männer werden alle über die klinge springen das ist bald geschehen aber die frauen nun für sie ist gesorgt wenn sie den mut haben und ich glaube sie haben ihn ich denke wir werden finden daß manfred recht hat es ist so schwierig nicht zu sterben ein gefühl freudigen stolzes weil er der machtvolle mann der einzige der sich nicht fürchtete sich so um sie kümmerte weil er ihr das zutraute das war alles wofür das gemüt in diesem augenblick raum hatte aber freilich sie konnte das nicht tun freiwillig sterben ja aber nicht so sie mußte den vater und die barbara finden wir wollen zusammen in die see springen ich muß sofort zu ihnen das war ihr ausgesprochener wille aber sie war nicht imstande einen fuß zu bewegen sie stand da vom anblick des fremden schiffes fest gebannt jetzt lenkte es von der brick ab lag still und fing seine kreiseldrehung auf dem achterstefen an dasselbe hinterlistige manöver die kommandorufe des kapitäns erschollen das rad flog in den händen des rudergastes die ketten des steuers knarrten und schnurrten die rahen knarrten die segel schlugen und knallten aber die stimme des kapitäns ertönte wieder und heftiger erneutes knarren knacken schnurren und knallen erneute kommandorufe mit flüchen und fußstampfen untermischt eine welle von unruhe jedem einzelnen fühlbar ging über das deck etwas sei nicht in ordnung das manöver gelinge nicht und amanda sah den schoner immer mehr sich hinter das heck der brick schieben sie erinnerte sich der worte edmunds sie will uns ihre breitseite längs schiffs von hinten geben im nächsten augenblick konnte ein eisenhagel über das deck fegen sie blickte wie hilfesuchend auf edmund sein gesicht war am kolben des gewehrs ein blendendes aufblitzen ein scharfer knall drüben auf dem achterdeck des schoners rollte der riesen körper des steuermanns die mächtige ruderpinne schwenkte wie ein arm der nach einer stützenden hand greift die segel schlugen wild hin und her ein freudenruf erscholl auf der brick vom achterdeck bis zum heck der schoner trieb hinten wie ein wrack ein dunkler fleck auf dem leuchtenden streifen des kielwassers lange dauerte es freilich nicht bis der feind wieder sein schiff in der hand hatte alle segel beigesetzt die nase bis zum bug spriet im schaum kam der schoner herangebraust wie ein windhund der an der seite des fliehenden hirsches springt hielt er sich an der seite der brick dieser hatte aber wieder die luw gewonnen und das allgemeine gefühl daß edmunds meisterschuß sie gerettet habe sollte sich nicht als ein trügerisches zeigen schon nach wenigen minuten drehte der schoner ab um vor dem wind westwärts zu gehen in diesem augenblick trat der vollmond über den rand einer wolke hervor ein unwillkürlicher schrei entrang sich den lippen amandas und er waren nicht der einzige schreckens ausruf der an bord laut ward das plötzlich heranströmende volle silberlicht des mondes zeigte ihnen das schiff dessen heck kaum einen steinwurf entfernt war gedrängt voll von menschen sie überfluteten deck und schanze ritten und krochen auf den rahen hingen in den wanden das wimmelte durcheinander da drüben wie in einem umgewälzten bienenkorb man sah die weißen zähne in den schwarzen gesichtern grinsen so fräulein eichstätt nun können sie ihren vettern und cousinen daheim schreiben daß sie piraten gesehen und was das beste ist sie haben das letzte von ihnen gesehen das hätten sie uns nicht gezeigt wenn sie daran dachten wiederzukommen an die dreihundert man mehr als genug um uns allen die gurgel abzuschneiden wenn sie den mut gehabt hätten die plötzliche gewißheit daß die gefahr gerade in dem augenblick wo sie ihr gesicht entschleierte endgültig vorüber sei war zu viel für amandas nerven die pistole entglitt ihrer schlaffen hand und fiel rappelnd auf die deckbohlen ein kräftiger arm unterstützte sie ach mr watson bringen sie fräulein eichstätt in die kajüte ich sehe daß der kapitän mich sprechen will und trösten sie miss smith daß ihre sultanerschaft ad undas ging dieser seemannsscherz war das letzte was ihr von diesem abend in erinnerung geblieben war nie war später zwischen ihr und edmund eine hindeutung auf das abenteuer gefallen und heute hatte arthur steel verraten daß sein vetter zu ihm davon gesprochen und ihren mut gelobt hatte ihren mut während sie noch immer geglaubt hatte eine recht klägliche rolle gespielt zu haben ja mehr noch edmund hatte selber mit wort und blick seine bewunderung für ihren mut ausgesprochen dass sir trevellian nach diesem abend als retter des ganzen schiffes der populärste mann an bord war und das weibliche interesse für ihn im salon bis zum siedepunkt stieg hatte nicht die wirkung ihn geselliger zu machen eher die entgegengesetzte zu den gemeinsamen mahlzeiten hatte er sich sowieso nie in der kajüte eingefunden da wenige dinge ihm verhasster waren als eine table d'hôtel und er sich von dieser einrichtung ganz unabhängig fühlte durch sein zusammenleben mit shelley und byron hatte er sich sowohl die gewohnheitsmäßige unregelmäßigkeit wie die absolute bedürfnislosigkeit in bezug auf das essen selbst welche den beiden englischen dichter dioskuchen gemeinsam war vollkommen angeeignet unter dem weiblichen publikum verbreitete sich dadurch die sage daß er ebenso wie lord byron es nicht ertragen könne damen essen zu sehen weil ein solcher anblick mit der vorstellung die er von ihrem ätherischen wesen hatte kontrastierte eine schrulle die miss smith zwar himmlisch fand dennoch aber aus tiefstem herzen bedauerte edmund hielt sich also nach wie vor fern von den passagieren und verkehrte in der messe aber auch vielfach vor dem mast wo er da er sich ausnehmend gut mit dem kapitän stand bisweilen den nicht diensthabenden teil der mannschaft mit rum bewirtete so ließ er sich denn mehr hören als sehen in den tropischen nächten mit ihrer milden kühlung und ihrem ungeahnten herrlichen sternenhimmel über der stillen sommersee liebte amanda es wachend auf dem verdeck zu träumen wurde aber in dieser angenehmen beschäftigung oft gestört durch den gesang der zechenden von der back des schiffes eine hohe ungeschliffene aber nicht unangenehme baritonstimme und ein brüllender chorus der mannschaft besonders ein sehr beliebtes lied gab es dessen kehrreim immer mit unglaublicher gewalt von den durstigen seelen angestimmt wurde fifteen men on the dead man's chest yo yo ho and the bottle of rum leutnant watson der seine kavalierdienste noch immer getreulich dem deutschen fräulein widmete erklärte ihr freilich bei einer solchen gelegenheit dass dieses lied eher unter den lustigen roger als unter den blauen peter hingehöre sie gestand lächelnd diese beiden gentlemen nicht zu kennen worauf er ihr sagte der letztere sei nichts weniger als die britische seeflagge während der lustige roger die gemütliche bezeichnung für die schwarze flagge der piraten sei sie wollen doch nicht sagen scherzte amanda daß sir trevilian ein pirat gewesen ist mr watson wer weiß was er gewesen sein mag antwortete der seeoffizier mit einem skeptischen achselzucken im vorigen jahrhundert gab es in york einen erzbischof dem man nachsagt er sei in seiner jugend bakkenier gewesen fußnote bakkenier westindische seeräubergesellschaft ende fußnote ich darf behaupten daß sir trevilian nicht erzbischof in york wird aber ich würde nicht darauf schwören daß er nicht in seiner jugend unter dem lustigen roger gefahren ist es gab keinen vernünftigen grund warum amanda dem jungen seeoffizier diese meinung übel vermerken sollte sicher ist es aber daß sie ihn von diesem augenblick an kühl behandelte die lange dreimonatliche seereise näherte sich nun ihrem abschluss man kreuzte gegen westlichen wind im bengalischen meerbusen an der orissa küste als amanda zur zeit des sonnenuntergangs auf das deck kam hörte sie edmund vom achterdeck ihren namen rufen und sah ihn eifrig winken kommen sie fräulein eichstätt begrüßen sie indien das land der fremden götter ich will meinen vater rufen nein sputen sie sich wir wollen den steward nach ihrem vater schicken auf dem achterdeck waren mehrere passagiere versammelt die westwärts blickten man hatte ein großes fernrohr auf die reiling gestützt und spähte eifrig nach irgendeinem bestimmten punkt die brick hatte sich beim kreuzen dem lande bis auf eine knappe seemeile genähert es war eine trostlos flache küste vor ihr der weiße streifen der brandung in wenigen minuten mußte das schiff über stark gehen und sich wieder von der küste entfernen deshalb edmunds eifer ich war gerade daran nach ihnen zu schicken sehen sie hier durchs rohr schon mit bloßem auge hatte amanda mächtige und seltsame bauwerke gewahrt durch das fernrohr das edmund für sie richtete sah sie mit großer deutlichkeit ein unvergessliches bild die küste erhob sich nur wenig über den beweglichen weißen schaumrand der brandung hier und da einige dünne palmen wie riesenhafte blühende grashalme und nun umfasste das seefeld jenen komplex von gebäuden aus einem ziemlich ausgedehnten haien stiegen zwei pyramiden aber weit über diese hinauf ragten zwei hochgestreckte kuppeltürme gleich zwei ungeheuren gurken von denen man das eine drittel abgeschnitten und die man auf der schnittfläche aufgestellt hatte der anblick war grotesk und doch nicht ohne eine gewisse feierliche und wilde schönheit zumal die sonne gerade zwischen der einen breiten pyramide und dem höchsten weil nächsten kuppelturm stand ein rosiger feuerschein schmiegte sich weich um die zylinderfläche des turmes während die stufen der pyramide mit goldstreifen gezeichnet waren zwischen welchen kolossale skulpturen aus dumpfer purpurglut empor dämmerten ihre violetten sammelttiefen hineingrabend und hier und dort ein streiflicht auffangend oder es mit einem schartigen rand brechend die schweren schlagschatten lagen quer über den haien überall aber wo die bäume nicht in ihrem bereich waren glänzten laub und geäst als ob sie aus bronze wären und die ganze luft ringsum schien von goldstaub zu sein so daß eine glorie um das bild stand was ist das fragte amanda ohne das auge vom glas zu nehmen sind das ruinen nein bewahre die steine sind lebendig genug es ist wohl das wirksamste heiligtum der welt jaggernaut wenn sie den namen gehört haben sie hatte ihn gehört er war doch ein sprichwörtliches symbol geworden für selbstopfernden religiösen fanatismus fantastischster und wildester art und mit tiefem fast andachtsvollem schauer hing ihr blick an diesen schwarzen pyramiden und hoch aufsteigenden kuppeln in ihrem tempelhain von der glut des hinter ihnen sinkenden goldenen sonnendiskus umstrahlt rings um sie herum unabsehbare rostrote sandwüste zu ihren füßen die schäumende welle des blauen weltmeeres ja das ist in der tat heiliges land was sie dort sehen miss eichstätt sagte leutnant watson ich habe im vorigen jahr einen kurzen urlaub genutzt um von kalkutta aus diesen tempel zu besuchen es ist keine übertreibung daß die seiten der wege meilenweit weiß von den gebeinen der pilger sind denn von überall her in ganz indien schleppen sich leute die sich dem tode nahe fühlen nach diesem tempel und sterben glücklich an der seite des weges wenn ihre brechenden augen jene kuppeltürme erblicken deshalb kann ich nicht einmal sagen daß diese toten schädel und knochen die in dem roten sand bleichen einen traurigen eindruck machen denn nichts ist gewisser als daß diese menschen in vollkommener zuversicht auf ein seliges leben sterben und wie werden sie enttäuscht in welcher hölle müssen sie erwachen wie lazarus sterben und wie der reiche mann erwachen seufzte ein glattrasierter herr dem man auf eine englische viertelmeile den reverend ansah und das nennen sie keinen traurigen anblick ein so entsetzliches zeugnis davon bis zu welchem wahnsinn der aberglaube die menschen verblenden kann wenn sie nicht durch das licht des evangeliums erleuchtet sind und was sagen sie zu den wahrhaft teuflischen prozessionen in jenem tempel bei welchen hunderte von fanatischen anbetern sich von den rädern des götzenwagens zermalmen lassen und so durch selbstmord ihren schöpfer verleugnen professor eichstätt war unterdessen auf dem achterdeck erschienen und hatte durch die hilfe amandas einen flüchtigen blick des tempels genossen bevor die brick übers dag ging und sich wieder von der küste entfernte was gerade jetzt geschah er wandte sich nunmehr kampfbereit gegen den kirchenmann und erklärte ihm daß dies ammenmärchen von der selbstaufopferung in jaggernaut auf verleumdung oder groben missverständnis beruhe die gottheit würde gerade hier in ihrer lebenserhaltenden form als vishnu angebetet so daß solche wilden gebräuche hier absolut ausgeschlossen seien er fand einen willkommenen unterstützer in einem hübschen schlanken herrn mit einem starken schnurrbart einem kavallerieoberst der von einer urlaubsreise nach england zurückkehrte es sei konstatiert daß in den letzten dreizehn jahren nicht ein einziger solcher fall vorgekommen sei die vereinzelten fälle vor der zeit möchten leicht begreifliche folge des ungeheuren gedränges sein solchermaßen zurückgewiesen setzte der reverend eine mächtig hochkirchliche mine auf wobei seine oberlippe noch einmal so lang wurde und meinte dem sei wie ihm wolle jedenfalls würde dieser und ähnliche scheußliche gebräuche bald von diesem nachtumhüllten land durch das licht der kirche und das segensreiche zivilisationswerk der engländer verjagt werden ach gehen sie mir mit ihrem zivilisationswerk rief der unverfrorene edmund was würden die engländer für spuren zurücklassen wenn sie morgen aus diesem nachtumhüllten land hinausgejagt würden den großen hauptweg von kalkutta nach benares so weit er gebaut ist und eine pyramide von leeren bierflaschen dieser herausfordernden behauptung wurde mehr mit kopfschütteln und lachen als mit entrüstung begegnet die des pastors war augenscheinlich aber stumm na na sir trevelyan rief der kapitän der sich unterdessen auch der gesellschaft angeschlossen hatte das ist doch wohl etwas zu viel gesagt aber immerhin besser eine pyramide von bierflaschen zu hinterlassen als eine von menschenköpfen was frühere eroberer indiens getan haben wenn es mit dem garn das man mir darüber gesponnen seine richtigkeit hat ich weiß nicht ich glaube dass ich letztere vorziehe sie ist dekorativer und man kann sie wenigstens in einem gedicht verwenden man lachte über diesen unerwarteten gesichtspunkt seine ehrwürden hatte sich mittlerweile gefasst und richtete mit strenger miene die frage an edmund ob er etwa auch das nicht für eine unschätzbare wohltat wollte gelten lassen dass der gotteslästerlichste teuflischste gebrauch den je ein dem götzendienst verfallenes volk erfunden habe die sati schon in den eigentlichen englischen besitzungen verboten wäre und hoffentlich bald vom boden indiens überhaupt und damit aus der welt vertrieben sein würde etwas ausweichend antwortete edmund dass auch darüber wohl verschiedene meinungen sein könnten weil eben niemand so eifrig für die sitte des selbstgewählten feuertodes der witwe eingetreten sei wie gerade die indischen frauen die doch in dieser frage zuständig sein müssten hiermit war nun eine allgemeine diskussion über die sati eröffnet worden die nicht umhin konnte äußerst lebhaft ja erregt zu werden es war kaum fünf jahre her dass der gouverneur lord bentic unter großer opposition von allen seiten das verbot der sati in bengalen durchgesetzt hatte wodurch jeder aktive teilnehmer an einer solchen der strafbaren tötung schuldig erklärt wurde selbst in diesem kleinen kreise waren die meinungen geteilt wenn auch einige lord bentic als einen der größten wohltäter der menschheit priesen so zweifelten andere ob ein solcher humanitärer eingriff in uralte religiös ethische vorstellungen eines der ältesten kulturvölker berechtigt sei professor eichstätt mußte den interessierten zuhörern auseinandersetzen daß die sati zwar in das graue altertum zurückreiche dennoch aber nicht in der vedischen zeit beglaubigt sei vielmehr sei sie nachträglich durch hinzufügen eines hakens an einem sanskrit buchstaben von den brahmanen in den heiligen text hinein gefälscht worden wodurch sie erst die religiöse sanktion erhalten habe und eine wenn auch keineswegs obligatorische so doch sehr häufig ausgeübte sitte geworden sei während sie im altertum vielmehr das gepräge der heroischen ausnahme getragen habe eben diese heroische treue priesen einige als noch heute so bewundernswert wie je während andere das durchaus nicht wollten gelten lassen es sei lediglich die furcht vor dem gänzlich freudelosen leben des indischen witwenstandes daß eine frau zur sati bestimme in verbindung mit den bitten der familien auf die der glanz einer solchen handlung fallen würde und mit den abergläubischen versprechungen und drohungen der brahmanen wenn so ein armes geschöpf seine einwilligung gab sei sie schon von opium berauscht und vollends bei der handlung selbst befände sie sich bekanntlich im zustande vollkommener narkotischer apathie fast der einzige mann der sich an diesem streit nicht beteiligte war der oberst als nun eine kleine pause eintrat räusperte er sich und meinte da er wie es schien der einzige anwesende sei der einer sati beigewohnt hatte würde es vielleicht nicht unangebracht sein wenn er ihnen seine erfahrung und seinen eindruck mitteilte man bezeugte den einstimmigen wunsch dies erlebnis so ausführlich wie nur möglich berichtet zu hören und selten hat ein erzähler sich von einem aufmerksameren kreis umgeben gefühlt als jetzt der oberst da er seinen bericht anfing er hatte sich drei jahre vorher in der nördlichen halb unabhängigen provinz kutsch mit mehreren seiner kameraden aufgehalten um der gewöhnlichen ferienrekreation der indischen offiziere von der langeweile des kantonements lebens zu genießen der tigerjagd kurz nach ihrer ankunft erfuhren sie daß eine junge frau ihre absicht erklärt habe nach dem satiritus auf dem scheiterhaufen ihres am vorhergehenden tage verblichenen gatten zu sterben die offiziere kamen überein daß sie sich überzeugen wollten ob diese tat völlig freiwillig geschehe ohne dass list oder macht irgendwie mit im spiel seien widrigenfalls sie auf jede gefahr hin und wenn nötig unter gebrauch der waffen die ausführung der sati verhindern wollten sie begaben sich also in guter zeit zur gegebenen stelle wo es schon von zuschauern wimmelte bald danach erschien die witwe selbst begleitet von den brahmanen und von ihren angehörigen der leichnam ihres gatten wurde hinter ihr hergetragen sie war eine außerordentlich schöne frau etwa dreißig jahre alt und prachtvoll gekleidet die zuschauer begrüßten sie mit lautem preisen ihrer tugend und warfen blumen die frauen drängten sich vor um nur ihr kleid zu berühren selbst legte sie eine solche ruhe an den tag und sah dem aufschichten des scheiterhaufens anscheinend so gleichgültig zu dass der verdacht sehr nahe lag sie befände sich unter dem einfluss von opium zwei von den europäern die militärzte waren traten deshalb nahe an sie heran kamen aber beide zu dem resultat dass weder opium noch sonst irgendein betäubendes oder auch nur berauschendes mittel verwendet worden sei der oberst wandte sich nun selbst an das weib fragte sie ob sie völlig aus freiem willen diese tat begehe und versicherte ihr daß wenn sie nur das geringste widerstreben spüre ihr gelübde zu erfüllen dann würde er im namen der britischen regierung ihr schutz des lebens und des eigentums garantieren ihre antwort war ruhig von heroischer festigkeit ich sterbe freiwillig gebt mir meinen gemahl zurück dann will ich leben während die zeremonien weiter schritten versuchte man es noch einmal mit vorstellungen bitten ja man beschwor sie flehentlich von ihrem vorhaben abzulassen aber alles vergeblich niemals hatte ein christlicher märtyrer mit größerer festigkeit den scheiterhaufen bestiegen als dies zarte weib es ohne jeden zwang tat von dem obersten brahmanen begleitet umschritt sie siebenmal den scheiterhaufen indem sie die gebete her sagte reis auf den boden streute und die umherstehenden mit wasser besprengte dem man eine entsühnende kraft zuschrieb sie nahm dann ihre juwelen ab und verteilte sie an ihre angehörigen wobei sie für jeden ein tröstendes wort hatte der brahmane reichte ihr eine brennende fackel und mit dieser in der hand trat sie durch die tür und setzte sich ins innere des scheiterhaufens hier wurde der leichnam ihres gatten nachdem er siebenmal um den scheiterhaufen getragen worden ihr über die knie gelegt nun wurde der eingang durch dornen gestrüpp und gras verdeckt die engländer bestanden aber darauf daß dies so oberflächlich geschehe daß die frau wenn sie aus ihrem brennenden gefängnis fliehen wollte nicht durch diese schranke daran gehindert würde sie überzeugten sich daß die kraft eines kindes genügen würde um das hindernis zu beseitigen und erinnerten aber und aber die frau daran daß ihr der ausgang keineswegs versperrt sei denn sie hofften noch immer daß sie noch im letzten moment entweichen würde eine lautlose stille trat ein bis ein dünner rauch der sich vom gipfel des scheiterhaufens empor kräuselte sie benachrichtigte daß die frau mit ihrer fackel das holz angezündet habe gleich danach züngelten und prasselten die flammen in die höhe kein schrei ja nicht das leiseste stöhnen verriet daß etwas anderes als die leiche des verstorbenen vom feuer verzehrt wurde diese erzählung belebt durch die anschaulichen kleinzüge worüber nur der augenzeuge verfügt und unterstützt durch die bewegung die von der lebendigen erinnerung ausgelöst sich in stimmklang blick und mine unwillkürlich verriet und sich so den zuhörern direkt mitteilte hätte nie und nirgends ihre wirkung verfehlen können hier unter diesen umständen war sie überwältigend oben der glänzende nachthimmel wo das licht des mondes das brillantfeuer der sterne nicht zu beeinträchtigen vermochte unten die see die mondlicht und sternen blinken auf ihren langen flachen wellen schaukelte welche sich mit leisem monotonem brausen am bug des schiffes brachen und draußen nach links hinter dem weißen streifen der brandung dies mächtige rätselhafte land ein weltteil für sich indien mit seinen unerhörten gegensätzen mit seinen tiefen mysterien seiner uralten weisheit verborgen im nebellicht als ob es lausche schweigend in der nachtstille mit einem schweigen das ihnen allen vielleicht sogar den pfarrer nicht ausgenommen hörbar wurde ihr fremden die ihr draußen vor meiner schwelle schwimmt was erkühnt ihr euch mit euren neulingshänden an meinen uralten gebräuchen zu rütteln was vermisst ihr euch mit euren neuen ideen von gestern über mich zu gericht zu sitzen endlich brach edmund das schweigen das nach der erzählung des obersten als der beräteste dank von selbst eingetreten war wir haben nun die sache für sich selbst reden hören die europäischen herren hatten reichlich gelegenheit gehabt sich darüber auszusprechen und was die indischen frauen meinen wissen wir auch nun möchten wir auch hören was die europäischen damen sagen die anwesenden engländerinnen waren jetzt da der bann worunter sie sich befunden gebrochen war sehr bereit einmütig vom beiläufigen murmeln seiner ehrwürden aufgemuntert zu erklären der selbstmord sei ein schreckliches verbrechen das von dem lieben gott ausdrücklich verboten sei weshalb man unmöglich mit einer solchen handlung sympathisieren könne die einzige ausnahme bildete jene nicht sultaner gewordene miss smith die mit einem schmachtenden blick auf edmund verstehen ließ daß es ihr eine wahre wonne sein würde ihre körperfülle auf dem scheiterhaufen eines geliebten ehegesponses zu opfern was freilich später von dem undankbaren edmund dahin gedeutet wurde die miss sei so erpicht darauf einen mann zu bekommen daß sie zur not das risiko des feuertodes mit in den kauf nehmen wolle britannia hat gesprochen was meint germania es ärgerte amanda sehr zu fühlen wie sie errötete und wie verwirrt sie wurde als diese frage edmunds plötzlich die aufmerksamkeit aller auf sie richtete außerdem befand sie sich in einer etwas unklaren position die ganze erörterung hatte so ziemlich den charakter eines kampfes zwischen dem mann der hochkirche und dem byronianer angenommen man rangierte sich je nach seinen sympathien oder nach dem was man scheinen möchte unter der fahne des einen oder des anderen und jetzt wurde sie von dem einen der führer aufgefordert als der letzte kombatant ihre partei zu ergreifen nun war ihr der hochkirchenmann der unterwegs mehrere zusammenstöße mit ihrem vater gehabt vom ersten anblick an im innersten zuwider gewesen und nie mehr als gerade heute abend andererseits wollte ihr aber auch das ganze auftreten edmunds bei dieser gelegenheit nicht recht gefallen diese ziemlich gemischte gesellschaft mit gewagten paradoxen teils zu amüsieren teils zum widerspruch zu reizen schien ihr an sich eine nicht ganz würdige rolle und noch dazu eine solche die für die ganze stimmung nach dem ersten eindruck einer fremden mächtigen welt der man zusteuerte ganz besonders schlecht gewählt war ich weiß nicht antwortete sie endlich ein wenig stotternd und nach worten suchend ob es germania ansteht durch meine wenigkeit zu sprechen aber ich finde daß wenn eine solche handlung wirklich aus reiner liebe geschieht wenn gar nicht die furcht vor einem freudelosen leben mitspielt wenn die unglückliche sich neben den leichnam ihres gemahls auf den scheiterhaufen hinlegt weil sie nicht von ihm lassen kann weil sie ohne den geliebten nicht leben will und wohl auch hofft mit ihm in einem seligen leben vereinigt zu werden dann verstehe ich nicht wie man vor einer solchen treue bis in den tod hinein andere gefühle als die der unbedingten hochachtung und bewunderung hegen kann seine ehrwürden erhob sich und trat in würdevoller haltung die hände auf dem beleidigten rücken einen spaziergang auf dem deck an offenbar um die nähe jenes wesens zu meiden das eine so verworfene meinung äußern konnte dieser erfolg tat amanda im herzen wohl viel wohler als der laute beifall admins der nicht auf sich warten ließ heroisch gesprochen wie schillers jungfrau und weise wie shakespears portia noch nicht ganz wie portia denn da muß man auch die andere seite in betracht ziehen sagte amanda mit einem ihr eigentümlichen schalkhaften augenlachen das selten unterließ denjenigen an denen es gerichtet war begierig zu machen was wohl jetzt folgen würde auch edmund war etwas neugierig als er fragte und was ist denn die andere seite edle portia sie haben recht audiator et altera pars die andere seite ist die daß ich nie davon gehört habe daß ein indischer witwer sich auf dem scheiterhaufen seiner frau hat verbrennen lassen und daß ich dieses gegenstück einigermaßen schmerzlich vermisse diese replik weckte ein so lebhaftes und lautes echo daß sogar der pastor sich mit beschleunigten schritten der gruppe näherte um zu erfahren was vorgefallen war der kapitän vollends war so entzückt daß er mit seinen großen seemannstatzen edmund auf den rücken klatschte und ihn fragte ob er old boy diesen trumpf stechen könnte der alte knabe schien nicht in dieser glücklichen lage zu sein und es kam ihm offenbar recht gelegen als die allgemeine aufmerksamkeit gerade in diesem augenblick dadurch von ihnen abgeleitet wurde daß von der saarling aus ein großes schiff vorne auf der backbordseite signalisiert wurde gott verdamme seine augen rief der kapitän ist denn der junge verrückt geworden wie soll denn dort ein schiff sein können mit ihrer erlaubnis herr kapitän sagte leutnant watson der matrose hat wahrscheinlich die schwarze pagode bei kanarak für ein schiff gehalten und es muß zu seiner entschuldigung dienen daß er nicht der erste seemann ist den sie getäuscht hat es zeigte sich in der tat daß dies der fall war bald konnte man jenseits des schaumstreifens einen dunklen gegenstand unterscheiden der einem großen schiff unter voller segelbekleidung täuschend ähnlich sah diesmal handelte es sich nicht wie bei jaganaut um einen lebendigen tempel sondern um eine ehrwürdige ruine und zwar um eins der berühmtesten architektonischen denkmäler indiens der turmartige hauptbau war längst zusammengestürzt und was man sah war nur der kubische vorbau mit seinem pyramidenförmigen dach das sich zu einer höhe von etwa 130 fuß erhob leutnant watson der auf seiner rückfahrt von jaganaut auch diesen tempel besucht hatte mußte eine beschreibung zum besten geben er sagte die schwarzen marmorblöcke aus denen das heiligtum gebaut war seien von so übergigantischen dimensionen daß man schlechterdings nicht begreife wie menschliche kraft sie in ihre jetzige lage gebracht habe und dabei seien sie mit skulpturwerken von so minutiöser ausführung bedeckt daß nur der große buddha tempel auf java damit rivalisieren könne ende von abschnitt 18 gelesen von hokus pokus abschnitt 19 von die weltwanderer dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox punkt org die weltwanderer von karl kjellerup zweites buch zweites kapitel sonnenuntergänge teil drei das war amandas erster indischer abend und wohl mochte er mit allen kleinigkeiten unauslöschlich in ihrer erinnerung stehen von allen anderen getrennt eingehegt durch die beiden mächtigen landkennungen und indischen wahrzeichen den tempel von jaggernaut und die schwarze pagode aber wie ein stern leuchtete zwischen ihnen im grunde ihres bewusstseins der stolze gedanke daß sie dem übermütigen edmund einen federhandschuh hingeworfen habe den er nicht hatte aufnehmen dürfen wußte sie doch mit untrüglicher gewißheit daß er das leben einer frau und das eines mannes nicht als gleichwertig betrachtete ohne zweifel würde er jeden augenblick bereit sein das leben für eine frau zu opfern und dies auch von jedem mann verlangen aber nur weil es dem manne gezieme ritterlich zu sein und den tod zu verachten im grunde seines herzens befand er sich in völliger übereinstimmung mit der wertschätzung die sich in der einseitigen satisitte so naiv aussprach sie wußte aber auch daß er in jenem augenblick sich dessen auf beschämende weise bewusst geworden sei und sich ihr gegenüber zu dieser orientalischen ansicht nicht habe bekennen dürfen und noch ein bild tauchte an der hand dieser reihe auf um sie abzuschließen der sonnenuntergang von benares wenn der sonnenuntergang von jaganaut der erste gruß von indien bedeutete so war der von der heiligen stadt am heiligen strom erst die volle weihe die endgültige bestätigung daß sie sich jetzt wirklich mitten im alten wunderland befände aber zwischen jaganaut und benares lag kalkutta und damit das eintreten eines neuen faktors in ihr plötzlich so bewegtes leben der aufenthalt in kalkutta bildete eine kleine oase zwischen der dreimonatlichen seefahrt und der ebenso langen bootfahrt den ganges aufwärts nach corpore wo man die zivilisation zu verlassen hatte um in ochsenkarren sich langsam weiter zu bewegen in jener stadt der paläste die weder dem vater noch der tochter zusagte schloss sich sir trevillians vetter der etwa 25 jährige arthur steel der gesellschaft an er hatte eine nicht gerade hervorragende stellung im dienste der ostindischen kompanie gehabt und wollte jetzt seinem vetter folgen in der eigenschaft als sekretär ein weder sehr anstrengender noch sehr einbringlicher dienst allerdings aber ihm schien es hauptsächlich darum zu tun zu sein land und leute kennen zu lernen und sich vielleicht dadurch für eine zukünftige stellung zu qualifizieren durch sein freundliches und offenes wesen gefiel er sofort amanda während er das herz des indologen durch sein interesse für alles indische gewann leider entdeckte dieser aber bald dass dieses interesse das bei den engländern in indien nicht gar zu häufig zu finden war bei dem jungen schotten stark abergläubisch angehaucht sei arthur steel gehörte einer geheimen theosophischen gesellschaft an in die er durchaus professor eichstädt einführen wollte glücklicherweise war keine zeit dazu man mußte westwärts eilen um vor der größten hitze den bestimmungsort zu erreichen die fahrt den hugli und den ganges aufwärts wurde mit einer kleinen flottille von bodgeras unternommen eingeborene boote von einem besonders unchristlichen äußeren wie die brave bärbel befand die sich mit schwerem herzen einem solchen fahrzeug anvertraute amanda meinte es ähnele am meisten einem umgekehrten dreimaster zwei drittel des decks auf einem solchen ganges fahrzeug sind der bequemlichkeit des passagiers eingeräumt und bilden eine kajüte die in zwei zimmer geteilt ist von welchen das hintere als schlafzimmer benutzt wird vor dem ersten raum ist eine veranda und das dach ist das erhöhte achterdeck des schiffes das bei schönem und nicht zu heißem wetter der hauptsächliche aufenthaltsort für den zeitweiligen besitzer dieser herrlichkeiten ist vom steuermann nicht zu reden der hier das enorme steuerruder hantiert im vorderen offenen teil des schiffes stehen die bootsleute die mit ihren plumpen rudern den viereckigen segeln helfen das fahrzeug vorwärts zu bringen alleine vermögen die roderer nicht dies stromaufwärts zu tun bei windstille oder gegenwind wurde deshalb ein seil am mast befestigt worauf die ganze mannschaft etwa zwölf mann hoch auf dem ufer marschierend ihre kräfte nicht sparte um das fahrzeug langsam genug vorwärts zu schleppen zu jeder budgera gehörte wie ein trabant ein küchenboot mehr floß als boot bestehend aus einigen rohen balken mit einer grasshütte darauf und von zwei oder drei überaus lumpigen schwarzen gesellen vorwärts geschaufelt edmund und arthur führten an die zweite budgera beherbergte amanda und berbele professor eichstätt hatte sich mit einer kleinen bibliothek in der dritten eingerichtet und die dienerschaft folgte auf einer vierten das wetter war fast immer schön amanda brachte den größten teil oben auf dem deck ihrer kajüte zu und versuchte besonders wenn sie geschleppt wurden in ihr skizzenbuch landschaftliche erinnerungen einzutragen jede biegung des flusses entfaltete eine neue szenerie immer reizend durch schroffe felsen anmutige hügel und mächtige baumgruppen oft geschmückt durch ein kuppel grab einen verfallenen tempel oder die hütten eines dorfes als sie aus dem hugli hinaus waren und mutter ganga sie auf ihren breiten strome trug oft sich zu einem großen see erweiternd aus welchem tempelgekrönte felseninseln auftauchten nahm alles einen größeren charakter an auf dörfer folgten städte mit den freitreppen und torbauten der ghats am wasser belebt durch die farbenfreudigen kleider der bengalen mit ihren kuppeln und minaretten hohen pforten und mächtigen wehrhaften granitmauern ihrem durcheinander von palästen und hütten immer wunderlich und im höchsten grade malerisch so wurde bei aller einförmigkeit die fahrt amanda niemals langweilig zumal das träumerische beschauliche dasein während des tages immer einen gesellschaftlichen abschluss auf dem achterdeck der ersten budgera fand wo edmund allabendlich seine gäste zum plaudern bei einem glas sorbet erwartete die unterhaltung war dann gewöhnlich ebenso lebhaft wie mannigfaltig und lehrreich der professor versäumte nicht aus der reichen vorratskammer seiner gelehrsamkeit geeignete wegzehrung hervorzunehmen bihar das alte magada an dessen nordgrenze sie fuhren gab mit seinen großen buddhistischen traditionen reichlich veranlassungen zu geschichtlichen abstechern die das licht der vergangenheit über die umgebende gegenwart strahlen ließen als sie an patna vorüber kamen verstand es sich von selbst daß er den glanz des alten pataliputra schilderte der hauptstadt des großen und edlen kaisers asoka wie sie der grieche megathenes angestaunt hat und wie fast 700 jahre später der chinesische pilger fa hie sie noch sah erfüllt von gelb gekleideten buddhamönchen und von der festlich geschmückten menge und der endlosen prozession der bilder dort lag nun der rest jene herrlichkeit vor ihnen mit seinen vorstätten die sich drei meilen weit am südufer des ganges hinstreckten überaus malerisch zwar aber doch sehr den eindruck machend als ob pataliputra ähnlich wie benares zwar einst aus gold gebaut gewesen aber zur strafe seiner sünden später in stein und martel lehm und schmutz verwandelt worden wäre vielleicht ähnelte die stadt in diesem bescheidenen zustand mehr dem uralten ehrwürdigen pataligama in dessen herberge der buddha auf seiner letzten wanderung einkehrte wo er bis tief in die nacht die laienbrüder mit religiöser belehrung erfreute und wo er nach der legendarischen hinzufügung in der morgendämmerung durch die anwesenheit großer götterscharen aufmerksam gemacht seinem lieblingsjünger ananda die zukünftige größe der stadt prophezeite arthur steel seinerseits hatte während seines dreijährigen dienstes viele erfahrungen über das indische leben und über die denkart der hindus teils durch eigene beobachtung teils durch berichte zuverlässiger zeugen gesammelt die man gern aus ihm herauslockte wenn er durch irgendeine bemerkung einen anhaltspunkt bot denn er war besonders am anfang zu schüchtern um selber damit hervorzutreten namentlich entwickelte amanda eine große geschicklichkeit darin so einen fast zufällig heraushängenden faden zu ergreifen und behende daran zu ziehen bis eine ganz hübsche geschichte zum vorschein kam und der junge schotte ehe er sichs versah sein garn so hübsch spann wie sein seemännischer vetter und das bei diesem garn alles in der ordnung sei daran würde nicht leicht jemand zweifeln während es bei dem spinnen edmunds immer ein wenig zweifelhaft blieb ob die jugendjahre auf der see die für die wahrheit ebenso gefährlich zu sein schienen wie der wald und das zusammenleben mit dichtern die auch keine erziehung zur wahrheit sind nicht manchmal das gesponnene garn etwas glänzender machte als es von rechts wegen hätte sein sollen dieser letzte beitrag zur unterhaltung war überhaupt anderer art und hatte keine verbindung mit dem fremden wunderland das man durchkreuzte es wurde aber nicht mit geringerem interesse aufgenommen wenigstens nicht von amanda wenn edmund von seinen mit byron shelley und keats verbrachten stunden sprach da schien ihr der ganze indische sternenhimmel der über ihnen leuchtete und in den wellen des heiligen stromes blinkte allmählich zu verblassen vor dem abglanz jenes drei gestirns der englischen poesie der diesem mann ihr gegenüber entströmte welchem in der tat diese erinnerungen und nur sie etwas heiliges waren auf diesem erhöhten achterdeck des ersten schiffes war denn auch die gesellschaft versammelt an dem abend wo man erwartete hoffentlich noch vor dem eintritt der dunkelheit benares zu gesicht zu bekommen sie hatten den ganzen vorhergehenden tag in der militärstation gasipore zugebracht wo ein jugendfreund edmunds als major garnisoniert war edmund war mit ihm und mehreren offizieren auf wildschwein jagd geritten obwohl arthur ein guter sportsmann war zog er es vor amanda und ihrem vater gesellschaft zu leisten als beamter der ostindischen kompanie war er einigermaßen mit ihrer geschichte vertraut so mußte er denn die wissbegierde des professors stillen und hier selbst den historiker spielen indem er vor dem grabmonument des marquis cornwallis nicht ohne anfängliches stottern einen vortrag über die regierung und die kriegstaten des ersten aus der englischen aristokratie hervorgegangenen indischen generalgouverneurs hielt dabei fühlte er sich noch dazu bedrückt durch eine etwas feindselige stimmung im männlichen teil seines auditoriums denn in seiner begeisterung für das indische hielt professor eichstätt eigentlich die eroberungen der engländer hier für raubzüge obwohl er ohne sie niemals das gelobte land gesehen hätte so war es denn doppelt nötig daß amanda ihn aufmunterte indem sie etwas sympathie für den edlen marquis zeigte dessen mausoleum nicht eben sehr zur bewunderung aufforderte sie wunderte sich daß alle indischen denkmäler stil und charakter hätten während alles was die engländer bauten beides vermissen ließ und arthur konnte nicht umhin zu gestehen daß sie auf ihrer ganzen reise keinem so reizlosen bauwerk begegnet wären wie diesem seit unverdenklichen zeiten war gasipore berühmt wegen seiner rosen die alle kenanas indien mit rosenwasser versahen der süße duft von diesen unabsehbaren blumenfeldern wurde von einem kühlenden abendwind der gesellschaft entgegen geweht als man sich auf dem promenadenplatz vor dem mausoleum erging und der militärkapelle lauschte die den deutschen gästen zu ehren stücke aus der zauberflöte und ein paar alte wiener walzer spielte nach denen schon der kongress getanzt hatte es war bei dieser gelegenheit daß amanda sich die frage vorlegen mußte ob sie nicht vorher zu viel interesse an den taten des marquis cornwallis gezeigt habe und ob sie nicht mit blicken und minen ja sogar mit worten dem jungen schotten gegenüber vorsichtiger umgehen müsse als sie in der letzten zeit getan hatte leicht fiel es einer solchen frage nicht bei ihr aufzutauchen da sie keineswegs zu den mädchen gehörte die jeden jüngling der in den bereich ihrer augen kommt als in übermächtiger gefahr schwebend betrachten im gegenteil da sie im profil keine griechische stirn und nasenlinie aufzeigen konnte und en face über kein eiförmiges madonnengesicht verfügte hatte sie längst entschieden daß sie auf schönheit keinen anspruch habe und fand deshalb keinen grund warum ein junger mann sich kopfüber in sie verlieben solle und das trotz ihrer erfahrung hinsichtlich des heidelberger studenten mit den fersen und den rosen an den eine erinnerung sie hier inmitten dieses rosendufts ganz natürlich anwandelte ob er wohl vielleicht in einer abendstunde in einem wirtschaftsgarten am lieblichen neckarstrom säße seinen wein trinkend ihrer gedenkend und vielleicht verse schreibend auf flügeln des gesanges sie suchend ihm war es zweifelsohne passiert das kam ihr aber auch als ein unbegreiflicher fall vor der sich nicht so bald wiederholen könne und andererseits daß ein junger mann während einer monatelangen einförmigen flussreise wo sie der einzige repräsentant des zarten geschlechts war nachgerade ihr gegenüber in einen leichten schwärmerischen rausch geriet war schließlich kein zauberstück und brauchte nicht viel zu bedeuten aber es war ein beunruhigendes symptom daß er sie sogar den wildschweinen vorzöge und ganz wundervoll war nun auch die behendigkeit womit dieser junge mann beim aufbruch wußte alles so zu ordnen daß amanda allein mit ihm im dockart fahren mußte man hatte nämlich da der fluss von gasipore bis benares sich in mächtigen windungen schlängelt die flottille den ganzen tag weiter segeln lassen um sie in der nacht an einem bestimmten punkt einzuholen zu welchem zweck die offiziere ihnen bereitwillig einen zweispänner und einen dockart zur verfügung gestellt hatten im letzteren saß also amanda neben dem kutschierenden arthur an sich keine üble situation da man auf diesem freien erhöhten sitz die herrliche fahrt in der erfrischend kühlen balsamischen nachtluft durch die stille weit und breit vom monde erleuchtete landschaft mit ihren großen bäumen ihren hügeln und kleinen ruinen viel besser als im großen wagen genoss wenn nur nicht eben dies neue ihr so ungewohnte bewußtsein dagewesen wäre sich nicht gehen lassen zu dürfen aufpassen zu müssen damit die stimmung nicht zu romantisch würde was ihren genuß ziemlich beeinträchtigte sie atmete sogar erleichtert auf als sie die silberglänzende biegung des flusses mit den schwarzen punkten der flottille sah ohne daß etwas beunruhigenderes passiert wäre als daß er ihr ein paar mal versichert hatte er würde diese nacht nicht vergessen wenn er auch hundert jahre alt würde und daß ihre herrlichkeit in sein nächstes erdenleben noch hinein klingen müsse wobei ihr nicht ganz leicht war die fiktion aufrecht zu erhalten daß solche einzigartigkeit dieser nokturne lediglich auf die rechnung der umgebenden natur zu schreiben sei nun standen sie alle auf dem hohen achterdeck der ersten budgera ihrer flottille alle im höchsten stadium gespannte erwartung mit ausnahme der unerschütterlichen berbele die sich zum ersten und letzten mal freilich ohne es zu wissen in übereinstimmung mit einem großen indischen worte befand mit dem nämlich daß es dem weisen gleich gilt ob er in benares oder in einer hundehütte sterbe nur hatte sie insofern eine noch höhere warte des gleichmuts erstiegen als es ihr auch gleichgültig war welches von beiden sie sähe jetzt sahen sie benares wenigstens sahen es die anderen ja da lag sie vor ihnen auf dem hohen ufer sich amphitheatralisch aufbauend im glitzernden wasser widerspiegelnd die heilige stadt am heiligen strom kühler schattendunst webte einen violetten schleier über die treppenreihen und torbogen der guards fußnote gard landungs- oder badeplatz mit prächtigen treppenanlagen von hervorspringenden kiosk gekrönten basteien unterbrochen und oben oft durch prächtige torbauten architektonisch abgeschlossen ende fußnote und neue fäden zogen sich in dies gewebe hinauf von den rauchknäulen der auf den leichenverbrennungsstätten am ufer glimmenden scheiterhaufen goldiges hell dunkel umflutete mystisch das durcheinander und übereinander der tempel die stadt schien nur aus solchen zu bestehen stufen steigende terrassendächer pyramiden runde kuppeln und hochgestreckte kuppeln und ganze kuppel bündel alters schwarze elfenbein gelbe blutrote besternte und güldene und über diesem ganzen bunten und wilden gewimmel thronte in einsamer und erhabener majestätischer ruhe wie weiland die mogul macht über das zersplitterte hindutum aurangzebs moschee die mit ihren einfachen arabischen formen dem ganzen bild erst das entscheidende orientalische gepräge den zauberstempel tausend und einnächtiger märchenpoesie aufdrückte indem sie ihre glänzenden kuppeln und die beiden fast überschlanken minarette gegen den abendhimmel erhob einen himmel in dessen tiefe alle rosen die je auf den feldern gasipores ihr feuriges duftiges blumendasein gefristet haben in verklärter gestalt zu überirdischer wonne wiedergeboren zu sein schienen dachte ich's mir doch sagte edmund daß dies sehenswert sein würde da doch ein schwacher sehr schwacher abglanz genügt hat um mich überhaupt hierher zu bringen da möchte man ja wirklich mit den indischen fabeltieren die neugierige frage stellen wie war das oh keineswegs fabelhaft mein lieber professor sondern überaus einfach ich hatte die absicht nach amerika zu gehen um zu sehen wie die in europa geknebelte freiheit sich dort gebürdete eines tages besuchte ich einen freund in london um abschied zu nehmen während ich im salon wartete blätterte ich in einem illustrierten reisewerk und das erste bild worauf mein blick fiel war ein feiner farbendruck von benares dieser anblick was der für einen eindruck auf mich machte nun ich denke er hat mich da berührt wo ich meinen strich mit dem teerpinsel bekommen habe fußnote der teerpinsel a touch of tarbrush ist der gewöhnliche ausdruck in indien für einen engländer der hindublut in seinen adern hat ende fußnote jedenfalls sehen sie die wirkung dass ich jetzt hier stehe und nicht in amerika bin einfach kann man das ja nennen rief arthur ich verstehe aber dass ich darin eine wunderbare fügung sehe für die ich wahrlich nicht dankbar genug sein kann nun das nenne ich wahrhaftig einmal ritterliche gefühle deren äußerung mir im tiefsten herzen wohltut sagte edmund im aufgeräumtesten ton und klatschte arthur auf die schulter glänzende äußere vorteile hat dir mein herkommen ja nicht gewährt deine freude darüber darf ich also ganz auf die rechnung meiner persönlichkeit schreiben der spöttische sinn dieser worte klang so deutlich heraus daß arthur sich genötigt sah anstandshalber zu äußern er habe den kanzleidienst in kalkutta herzlich satt und sehne sich sehr danach land und leute kennen zu lernen so daß edmunds absicht die ihm gelegenheit dazu böte allerdings auch abgesehen von verwandtschaftlichen gefühlen ein wahrer segen für ihn sei als ob es nicht genug wäre daß der junge schotte bei dieser ausflucht mit der durchsichtigkeit der blonden naturen bis unter sein sandfarbiges haar hinauf errötete mußte er außerdem noch amanda einen entschuldigenden blick von solcher beretsamkeit schicken dass sie froh war sich in den anblick von benares vertiefen und darauf bezügliche fragen an ihren vater richten zu können kein zweifel daß es sich hier um etwas mehr als um eine durch die einförmigkeit einer flussreise in bewegung gesetzte und durch den mangel an auswahl dirigierte elementare übung des jugendlichen herzens handle kein zweifel auch daß dieser jüngling so treu und zuverlässig sei wie das metall nachdem er sich nannte und so sah sie sich denn gebieterisch der frage gegenüber gestellt ob sie wohl imstande sein würde das gefühl das aus diesen gewöhnlich recht kalten stahlblauen augen ihr so warm entgegen leuchtete jemals zu erwidern damals angesichts des von der seligen röte des sonnenuntergangs am himmel und im wasser umleuchteten benares wußte sie diese entscheidende frage nicht zu beantworten heute angesichts des im sterbenden abendlicht finster und drohend sich erhebenden rajapalastes wußte amanda daß sie jene frage verneinen müsse nie würde sie den braven jungen schotten lieben können ihr herz war vergeben die so urplötzlich erweckte vorstellung daß edmund eine andere liebe und die gleichzeitig auftauchende angst vor einer ihm drohenden lebensgefahr hatte ihr innerstes mit solcher macht aufgewühlt daß das verborgenste an den tag gekommen war die bekanntschaft mit jener anderen aber und der eindruck den diese auf sie gemacht hatte steigerte durch bittere schärfe das liebesbewusstsein bis zur höchsten fast unerträglichen klarheit ja sie liebte edmund oh wie verschieden war dies rückhaltlose selbstgeständnis von jener schüchternen frage in heidelberg hier gab es aber auch keine süße unruhe mehr keine belebende freudige hoffnung alles schien hier drohung enttäuschung entsagung und verzweiflung zu sein und doch hätte sie dies nicht gegen jenes getauscht doch hätte sie nicht wünschen können daß sie nie das liebliche neckarstädtchen verlassen und ihren fuß nie auf das deck einer englischen brick gesetzt hätte was konnte sie überhaupt jetzt wünschen nichts nur verharren konnte sie in der gegenwart denn in die zukunft hinausblickend was wurde sie wohl dort gewahr was war das nächste vielmehr was war das neueste das irgendeine aussicht eröffnete sie wußte daß etwas neues hinzugekommen sei noch an diesem tage wo sich so manches zusammenfand war es hinzugekommen sie mußte die hände an die schläfen pressen um ihre gedanken gewaltsam zu sammeln richtig das war es admons mission nach afghanistan diese mission wenn er sie annäme würde sie ihn von ihr entfernen auf wie lange auf immer vielleicht ja wahrscheinlich auf immer kala rama hatte nicht verschwiegen daß die persönliche gefahr die mit dieser sendung verbunden war eine sehr große sei und außerdem der ruf der afghaner als das verräterischste und mordlustigste räubervolk auf gottes erden war in nordindien das sie so oft entvölkert hatten lebendig genug und auch ihr nicht unbekannt geblieben und dennoch hatte sie selbst ihm geraten hinzugehen hatte das bisschen was sie von überredungskunst besaß in worten blick und mine aufgeboten um bei ihm die überzeugung zu wecken daß es seine pflicht sei nach afghanistan zu gehen wie hatte sie nur das tun können wie wenn ihre verwendung das letzte lot wäre das die schale zum sinken brächte wenn sie es wäre die ihn in den tod schickte amanda bedeckte ihr gesicht mit den händen ein zittern ging über ihren ganzen körper dann erhob sie entschlossen den kopf lieber die afghanischen löwen als die indischen schlangen ende von abschnitt 19 gelesen von hokus pokus abschnitt 20 von die welt wanderer dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei der der rajapalast war in der unterdessen eingetretenen dunkelheit fast verschwunden nur ein großer eckiger schatten zeigte wo jene indische schlange hauste und in diesem schatten verborgen schien sie noch lauernder noch giftiger zu sein von der drohend finsteren zukunft zurückgeschreckt fingen amandas gedanken von selber an sich der vergangenheit zuzuwenden zuerst der nächsten vergangenheit sie gingen den einzelnen gliedern nach die sich zu dieser eisernen kette der notwendigkeit zusammengefügt zu dieser gegenwart geführt hatten da musste es ihr nun auffallen wie sich unter ihnen doch so viel zufälliges befände so vieles was beinahe eine andere richtung genommen hätte wodurch sich dann das ganze völlig anders gestaltet hätte ja wenn nur ein einziges dieser glieder seine ursprünglich eingeschlagene richtung beibehalten hätte dann wäre diese gegenwart nicht herausgekommen ja nicht einmal eine die ihr irgendwie ähnlich sähe ihr vater hatte sich eigentlich der philosophie widmen wollen nur der umstand daß sich für einen sanskritisten viel bessere universitätsaussichten eröffneten hatte ihn bestimmt sich mit seiner ganzen kraft auf das damals noch so junge sanskritstudium zu werfen mit dem er bisher nur wegen dessen neuen philosophischen inhaltes geliebäugelt hatte sir edmund war im begriff sich nach amerika zu begeben als eine ansicht von benares einen solchen eindruck auf ihn machte dass er sich entschloss anstatt nach den nordamerikanischen staaten sich nach indien zu begeben kala rama endlich hatte schon ein schreiben an einen englischen professor aufgesetzt als eine zeitschrift mit einer abhandlung von professor eichstätt ihm in die hände kam und irgendetwas in diesem aufsatz ihm so sehr gefiel dass er sich entschloss lieber diesen deutschen gelehrten für sein vorhaben zu werben aber wie hatte nicht schillers wallenstein doch recht mit seinem es gibt keinen zufall wenn aber keine einzige von diesen anscheinend gleichgültig schwankenden einzelheiten zufällig diesen weg genommen hätte wenn alle einander suchten und fanden um gemeinsam einem einzigen ziele zuzustreben um zusammen ein einheitliches muster zu weben welches war denn dieses ziel welchen sinn hatte das muster an welchem auch sie mitwob und in welches sie verwoben wurde war es die gütige vorsehung gottes die alles dies zum besten lenkte wie sie in der schule gelernt hatte oder war es wie dies alte land der weisheit lehrte und vor den zeiten europäischen denken schon gelehrt hatte das karma ein ewiges moralgesetz das alles leitete war alles dies lediglich die unaufhaltsame selbstbewegung unserer eigenen taten ihr vater meinte zwar dass er um des brotes willen indologe geworden sei aber vielleicht war dies nur ein vorwand für seine vernunft gewesen und er hatte in wirklichkeit das sanskrit gewählt weil ein geheimer innerer trieb ihn zu dieser sprache hinzog etwa weil er sie einst gesprochen habe sie mußte an die platonische lehre denken das alles lernen erinnern sei ihr vater hatte ihr oft diesen satz in seiner ganzen bedeutung entwickelt sie wußte auch dass er eine lieblingsidee shellys war wie gegenwärtig war ihr der abend auf dem ganges geblieben wo edmund ihnen die geschichte von seinem extravaganten dichterfreund und dem bambino erzählte sie hatten einen ganzen tag platon zusammen gelesen das heißt shelly hatte aus platon übersetzt denn das bisschen griechisch das edmund gekonnt war längst verdunstet und gingen gegen abend aus um die herrliche luft am lung arno zu genießen als sie über eine der marmorbrücken kamen stand eine arme frau dort mit einem kleinen jungen auf dem arm shelly nahm ihr plötzlich das kind ab und hielt es vor sich hin zum größten schrecken der mutter die wohl befürchten mochte der seltsame inglese mit dem bloßen von wilden haaren umflatterten kopf sei ein verrückter der ihr kind in den fluß werfen wolle weshalb sie es krampfhaft an seinem hemdchen festhielt will ihr bambino uns etwas von der präexistenz sagen signora fragte shelly er kann nicht sprechen signor antwortete sie oh das glaubt er vielleicht aber er könnte schon er ist nur ein paar wochen alt signor meinte die mutter entschuldigend eben deshalb er kann noch nicht das sprechen vergessen haben es ist undenkbar antwortete der poet und gab ihr das kind zurück und mit komischer entrüstung rief er aus während er mit seinen langen schritten vorwärts eilte es ist zum verzweifeln wie verstockt diese säuglinge sind und doch ist es gewiss dass er vor wenigen wochen vieles wusste das wir in unseren lebtagen nicht erfahren und am allerliebsten wissen möchten so war sie denn mit dieser idee so vertraut dass sie manchmal mit ihr spielte eines abends war über shakespeare viel gesprochen worden und sie hatte zuletzt geäußert man könne sich zumal in diesem lande seine erstaunliche mannigfaltigkeit so erklären dass er ein wesen sei das schon die verschiedensten menschenleben hinter sich habe so dass er sich nur zu besinnen brauche um aus eigenster erfahrung zu wissen wie ein krieger ein kaufmann ein clown eine desdemona und ein falstaff ein prospero und ein kaliban dachte und handelte jetzt dachte sie und sie musste bei diesem gedanken lächeln vielleicht hat der vater einst die felseninschriften eingehauen die er nun mit solcher sicherheit dechiffriert und noch eine andere seite bei dieser wahl ihres vaters fiel ihr auf vielleicht hätte er es doch vorgezogen frei im weiten gebiete der philosophie umherzuschweifen wenn er ein von den anforderungen des bürgerlichen lebens unabhängiger mann gewesen wäre er war aber fast ohne vermögen und er war verliebt ja er war sogar heimlich verlobt und zwar mit einem mädchen aus adeliger familie die ebenso stolz wie wenig begütert war und große hoffnung auf eine reiche partie für die einzige sehr hübsche tochter setzte er musste sich also bald möglichst eine stellung erkämpfen auf dem wege der indologie waren ihm die wärmsten empfehlungen august wilhelm von schlegels gesichert dessen kollegien er in bonn besucht hatte und der sich lebhaft für ihn interessierte dies gab den ausschlag mit seinem eisernen fleiß der von einer robusten gesundheit getragen wurde vollbrachte er wunder in ein paar jahren hatte er seine professur und sein mädchen wenn es nun aber im leben eines mannes etwas gibt das nicht äußerlich und zufällig ist so ist es die heftige liebe zu einer bestimmten frau und in dieser liebe lag schon ihr eigenes dasein mit seinen individuellen merkmalen mit ganz bestimmten fähigkeiten anlagen und beschränkungen vollkommen beschlossen dann war edmunds anscheinend zufälliger entschluß da nach indien anstatt nach amerika zu gehen hatte er aber nicht selber angedeutet dass der anblick eines benares bildes in einem prachtwerk gewiss nicht diese wirkung auf ihn hätte ausüben können wenn er nicht das blut einer hindu prinzessin in seinen adern gehabt hätte dies lautete nun freilich rationell genug kein noch so hartgesottener empiriker und naturwissenschaftler könnte etwas dagegen haben aber war dies nicht vielleicht nur die äußere hülle könnte auch hier nicht ein innerer zusammenhang wirken den man kaum zu ahnen vermochte war er vielleicht das kind jener begum und eines abenteuernden engländers weil sein innerstes wesen der niederschlag früherer taten gerade solche bedingungen für seine verkörperung brauchte gerade diese mischung vom morgen und abendland die träumerische zigeunerhaft schweifende phantastik gepaart mit der zähen und doch heftigen energie des westens sachsentum mit starkem keltischen einschlag denn schon das tre seines namens gemahnte ja daran daß er zu den cornwall männern gehöre und nun kala rama der ihren vater zu jenen felsen in schriften hingerufen hatte bei kala rama fing für sie überhaupt das mysterium erst recht an wie wunderbar war die ähnlichkeit zwischen ihm und seinem vorfahren des altertums mahimsasa so zwar dass sogar die worte die amanda nach der ersten begegnung mit ihm ihrem vater gegenüber gebraucht hatte sich bei dem alten chronisten fanden mahimsasa sehe er wie ein sannyasin denn wie ein feldherr aus freilich würde auch hier der naturforscher mit seiner erklärung schnell bereit sein mit einer die nicht die ihrige war vor ihrem bohrenden blick schienen in der person kala rama die wurzeln der gegenwärtigen dinge bis in die graue vorzeit hinab zu reichen und waren etwa in jenen tiefen die lebensfasern des indologen mit denen des inders verflochten hatte vielleicht irgendein ausdruck eine stilistische wendung von denen wo der mann im stil ist in jenem aufsatze bei dem indischen minister dunkle erinnerungen träumende sympathien wachgerufen die ihn für den deutschen gelehrten anstatt für den näher liegenden engländer entschieden als amanda sich diese dreiste frage stellte besann sie sich darauf dass jener aufsatz nicht von ungefähr in die hände des ministers gekommen sei er war ihm übergeben worden und zwar von einem freunde den kala rama seinen guru seinen geistigen führer nannte wer mochte wohl diese jedenfalls sehr hervorragende persönlichkeit sein die hier so entscheidend eingegriffen hatte welche neuen geheimnisvollen beziehungen konnten sich nicht hier verborgen wie dem nun auch sei wie auch alle faktoren sich zusammengefunden haben mochten sie wirkten und worben unaufhaltsam was wirkten was worben sie amanda blickte wie fragend in die nacht hinaus auch die schatten masse des palastes hatte sich jetzt im dunkel aufgelöst sie verriet sich nur dadurch dass drüben keine sterne zu sehen waren amanda versuchte noch ein durchschnittenes sternenbild ergänzend zu erkennen da war es plötzlich helles tageslicht sie befand sich draußen vor der hindustadt wo sie öfters die weberinnen an ihrer arbeit beobachtet hatte gerade vor ihr streckte sich der primitive webstuhl eine lange reihe von schief in die erde gepflanzten tigergras stengeln zwischen welchen die kette des gewebes sich ein und ausschlängelte auf jeder seite ging ein hinduweib hin und zurück ihre rockfalten flatterten seitwärts ihre schleier bauschten sich während die schön geformten arme blank wie bronze die auf langen stöcken befestigten schifflein durch die kette führten dazu sangen sie ein wildes melancholisches lied es war die ballade von jugurt und in ihr singen mischte sich bisweilen das gedämpfte gebrüll einer der höckrigen büffelkühe die ringsum auf der mit backsteinbröckeln bestreuten erde ihr sparsames futter suchten das war alles wie sie es so oft gesehen nur pflegten die frauen nicht bei ihrer arbeit zu singen sondern zu schwatzen eben wollte sie versuchen ob sie hinlänglich hindustani zusammenbringen könnte um die weberinnen zu fragen ob jugurt wohl noch immer ein räuber sei der racha beute entführe da waren beide weiber plötzlich verschwunden aber die kette des webstuhles spannte sich noch vorher aus zu beiden seiten oben und unten sie erfüllte den ganzen raum und schien an den sternen befestigt zu sein denn es war wieder nacht aber erleuchtet von den farben des musters in diesem unendlichen lebendigen gewebe und amanda war selbst mittendrin war einer von den unzähligen einschlagsfäden die durch keine hand geleitet und gezogen zu werden brauchten denn sie waren beweglich und beseelt wie schlangen und wie von einem untrüglichen instinkt geführt suchte und fand jeder seinen weg um immer an der rechten stelle im muster zu sein aber amanda steckte nicht nur als selbstwirkender faden im gewebe sie befand sich gleichzeitig außerhalb desselben obwohl es überall war sie stand ihm gegenüber als schauerndes auge überblickte das muster und sah die nahen und fernen bilder hier amanda in der stürzwelle auf dem deck der brick vom arm edmunds umfasst die gesellschaft auf der budgera vor benares amanda und der vater der vorlesung kalaramas lauschend amanda in der kenana und die singende rani dort die kleine amara in den armen des heimkehrenden mahimsasa amara als junges mädchen vor einem herrlichen kuppelbau von hohen bäumen umgeben sitzend und noch andere gar seltsame amara bilder und in dieser zwiespaltung ihres wesens in ein wirkendes und ein schauendes teil der faden der sie selber war der durch die eine bilderei sich ziehend emsig weiter am muster wirkte zugleich weit hinten in jene andere bilderei verflochten war auch erkannte sie die anderen fäden die neben ihr her liefen und mit ihr zusammen wirkten den grauen faden ihren vater den roten edmund den schwarzen die rani den silbernen kala rama den blauen arthur eben wollte sie den letzten fragen woher er denn eigentlich käme da in der anderen bilderei doch kein blauer faden verwoben sei als ihre aufmerksamkeit von einem prächtigen goldenen faden in anspruch genommen wurde der ihren weg kreuzte als ob er allen fäden eine neue für das muster entscheidende richtung geben wollte goldig glänzte es ja auch überall dort hinten in der anderen bilderei und sie freute sich des reicheren glanzes der sich jetzt im gewebe verbreitete als dieser güldene meisterfaden sich mit dem silbernen verschlang und ihr eigener weißer den von ihnen vorgezeichneten dreisten schwung mitmachen durfte je eifriger sie aber im gewebe mitwirkte um das neue ungeahnte hervorzubringen umso mehr strengte sie sich an um als schauende das entstehende zu erblicken und sie sah wie in der mitte des ungeheuren teppichs durch zusammenwirken aller fäden ein menschenantlitz entstand und immer deutlicher wurde es war ein männliches gesicht aus dessen zügen jene mit unaussprechlicher milde gepaarte erhabene ruhe leuchtete die den besten buddhabildern allein eignet während der dunkle geklüftete bart dem bilde zugleich etwas vom christus typus verlieh als ob osten und westen sich vereinigt hätten um ein idealbild heiliger übermenschlichkeit zu schaffen die augenlider waren gesenkt wie auf den bildern des in innere schauung versenkten buddha allmählich aber lüfteten sie sich oder schienen vielmehr durchleuchtet zu werden von dem blick dessen geheimnisvolle macht amanda so innerlich empfand das nunmehr mit einem male ihre traumhafte zwiespaltung aufgehoben war als ob ihr wesen sich gewaltsam einigen müsste um diese einwirkung auszuhalten sie sah wieder den fensterrahmen die sträuche und bäume des gartens die sterne über ihren wipfeln aber das gesicht war noch immer da ende von abschnitt 20 abschnitt 21 von die weltwanderer dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox.org die weltwanderer von karl gellerup zweites buch kapitel vier der gruß des meisters kaum zehn schritte vom fenster entfernt unter dem dunklen laubdach eines niedrigen baumes stand ein inder und betrachtete sie unverwandt als sie nun diesen blick erwiderte mußte sie an kala rama denken sie wußte eigentlich nicht warum denn wohl war die größe der beiden männer ziemlich dieselbe aber die gesichter ähnelten sich nicht gerade sehr am ehesten noch die augen die des fremden waren aber größer und leuchtender als die des ministers und schienen sie mit ihrem blick zu durchdringen wie lange hat er mich wohl so angesehen dachte sie gewiß schon eine ganze weile und die seltsame idee bemächtigte sich ihrer daß alle jene karmagedanken die ihre phantasie soeben durchzogen hatten nicht aus der tiefe ihres eigenen geistes aufgetaucht sondern ihr zugeschickt waren eingegeben von jenem inder der sie mit seinen funkelnden augen durchleuchtete daher käme es gewiß auch daß sie gar keine angst empfand als sie ihn so plötzlich dastehen sah sie sei schon von ihm durchdrungen und dadurch auf seine erscheinung vorbereitet gewesen und wer war er denn war er ein neuer faktor eine neue eingreifende macht gewiß war er das sie fühlte es und eine gute auch das fühlte sie aber was würde er wohl wirken hatte er vielleicht schon eingegriffen der inder der edmund gerettet hatte der yogi vor dem selbst die mörder scheuten war er es nicht sie möchte fragen aber sie scheute sich doch schon war es ihr als ob diese frage bejaht zu ihr zurückkehrte wie gern hätte sie ihm gedankt aber vielleicht hörte er auch diese dank sagung unbeweglich blieben das mädchen und der mann einander gegenüber blick in blick kein wort flog hin und her wenn eine unterhaltung stattfände dann bewegte sie sich in einem unterstrom der zu tief ging um die oberfläche des bewusstseins worauf gedanken und worte schwimmen in bewegung zu setzen und sie müsse wohl stattfinden diese unterredung woher sonst die ruhe die fast freudige zuversicht in ihrem gemüt wo es vor wenigen minuten noch so unselig gestürmt hatte und doch empfand sie eine leise enttäuschung als er nun fortging ohne ein wort zu sagen jedoch nicht ohne durch eine neigung des kopfes und eine fast segnende handbewegung sie zu grüßen eine leise enttäuschung sie hatte erwartet daß schon jetzt und hier etwas sich ereignen würde und nun ging er jedoch nur ein paar schritte als ob er sich plötzlich eines besseren besenne blieb er stehen und wandte sich an sie will die liebe mem sahib einen gruß an den minister kala rama überbringen amanda lächelte gern will ich einen gruß überbringen wenn der freundliche fremde mir einen solchen anvertrauen will mem sahib möge dem minister sagen der guru grüßt seinen chela fußnote guru geistiger führer meister chela lehrling ende fußnote vor dem dritten schakal schrei erwartet der guru den chela an dem ort wo sie einst ihre bitterste stunde erlebten ich werde den gruß wort für wort überbringen fremder ich danke ihnen gute nacht mem sahib er grüßte mit derselben bewegung von kopf und hand und verschwand im laubschatten des gartens amanda blickte ihm sinnend nach das war nun die zweite botschaft die sie an kala rama zu bringen hatte sie wollte nicht länger zögern schon war sie aufgestanden um sich hinüber in das studierzimmer des vaters zu begeben als ein laut aus der dunkelheit draußen ihre aufmerksamkeit gefangen nahm und ihren fuß fesselte warum wußte sie nicht es war nur der schrei eines reihers unten am seeufer sie wunderte sich ob er sich wohl wiederholen würde er tat es und mit seltsamer neugierde die ihr herz pochen ließ lauschte sie ein dritter reiherruf erfolgte amanda erblaßte zitterte am ganzen körper und sank auf den stuhl nieder sie hörte nicht mehr den ruf edmund edmund der bald danach fast unmittelbar unter ihrem fenster ertönte noch weniger vernahm sie als die türe des studierzimmers sich nun öffnete und die stimmen des vaters und kala ramas laut im korridor erschollen der minister verabschiedete sich und bat professor eichstätt seine liebe tochter recht herzlich zu grüßen da bemerkten sie daß garuda der mit ihnen die studierstube verlassen hatte durch die nur angelehnte türe zu amandas zimmer hinein schlüpfte und sofort ein gar jämmerliches wimmern anstimmte sie traten ein und fanden das mädchen besinnungslos am fenster der vater erschrak tödlich mein gott exzellenz wie sie sagten hat meine tochter doch bis jetzt das klima sehr gut vertragen und nun finden wir sie ohnmächtig ist es möglich daß das indische klima dennoch kala rama der sofort den wasserkrug ergriffen hatte und das gesicht der ohnmächtigen mit dessen allerdings etwas lauem inhalt besprengte tröstete den bestürzten indologen der schon die wahrscheinlichkeit voraussah seine tochter nach europa zurückschicken zu müssen ich denke verehrter freund daß dieser kleine anfall nicht so sehr eine klimatische als vielmehr eine seelische ursache haben dürfte wie wir ja wohl jetzt gleich erfahren werden in der tat schlug amanda jetzt die augen auf und sah sich verwundert um sie würde von der ohnmacht nichts gewußt haben wenn nicht die besorgten fragen ihres vaters gewesen wären wie sie sich jetzt fühle wie das wohl gekommen sei ob sie unmittelbar vorher etwas verspürt habe oder durch irgend etwas erschüttert worden sei diese fragen die durch ein paar ruhige bemerkungen des ministers unterstützt wurden brachten ihr bald alle kleinen vorgänge in vollständiger deutlichkeit zurück oh es war ein plötzlicher schrecken oder wie ich es nennen soll ganz unbegründet ja töricht wenn man will ich vernahm drei kurz nacheinander folgende reierrufe bei dem zweiten wurde mir ganz sonderbar zumute und gar bei dem dritten nun ja ich habe ja wie sie sehen das bewußtsein verloren professor eichstädt sah ratlos den minister an dieser vorgang schien nichts zu erklären es mußte wohl doch eine klimatisch bedingte krankheit sein die sich ankündigte sonderbar genug sagte kala rama nur reierrufe vom seeufer ja ich denke vom seeufer doch zugleich so fern unendlich fern als halten sie durch zeiten und ewigkeiten wieder nein ich kann nicht sagen wie mir ward kala rama nickte nachdenklich wahrlich ich würde denken daß sie weiter in der sage vom schlangenstein gelesen hätten wenn ich nicht gesehen hätte daß ihr vater das manuskript in den schrein einschloß der noch immer auf dem tische steht wenn ich sie recht verstehe exzellenz fragte der professor so kommen in jener sage solche reierrufe vor gewiß und zwar unter so unheimlichen umständen daß wenn ihre tochter diesen teil der sage gekannt hätte eine solche wirkung auf ein so zartes und sensitives wesen wie amanda mem sahib bei aller natürlichen gesundheit der seele und kraft des geistes offenbar ist durchaus nicht unerklärlich sein würde sie machen mich recht begierig exzellenz diese stelle zu lesen sagte amanda also auch dort drei reierrufe ja aber keine wirklichen von keinen vögeln her stammend sondern ein verabredetes zeichen vielleicht war es auch hier ein solches zeichen es kommt mir fast vor als ob es das sein müßte aber das wäre doch wohl zu sonderbar wenn so ein ganz zufälliger zug an demselben ort nach jahrtausenden sich wiederholen sollte sagte amanda und starrte das kinn in die hand gestützt sinnend in die dunkelheit hinaus wir sind ja im alten indien wo alles wiederkehrt warf professor eichstädt warf professor eichstädt warf professor eichstädt fast scherzend hin denn es gefiel ihm nicht wenn seine tochter in ihrem jetzigen zustand sich in grübeln verlöre und dadurch vielleicht ihre gereiztheit erhöhen könnte wir sind in der alten welt wo alles wiederkehrt sagte kala rama mit ruhiger überzeugung wir kehren wieder und die welt mit uns alle drei schwiegen eine kleine weile amanda strich sich mit der hand über die stirn und zum minister aufblickend fing sie an ach daß ich das ja nicht vergesse ich habe zwei botschaften für eure exzellenz der europäische titel kam ihr jetzt nach den letzten worten des inders und im zusammenhang mit dem gruß des guru recht sonderbar und unangemessen vor aber die etikette mußte wohl gewahrt werden nun mem sahib da bin ich in der tat begierig der erste gruß ist von sir trevelyan er bat mich ihnen zu sagen daß er die sache mit afghanistan sich doch reiflich überlegen würde es ist mir lieb das von ihm zu hören und besonders lieb ist es mir daß er es mir durch sie sagen läßt dies ist mir eine bürgschaft dafür daß seine überlegung zum besten ausfallen wird weder vater noch tochter begriffen wie kala rama dies meinte aber sie fühlten beide daß er gar wohl den sinn seiner worte wußte die andere botschaft ist von einem fremden von einem inder der plötzlich vor meinem fenster draußen stand er bat mich ihnen zu sagen der guru grüßt seinen chela vor dem dritten schakalschrei erwartet der guru den chela an dem ort wo sie einst ihre bitterste stunde erlebten professor eichstätt blickte bestürzt von seiner tochter zum minister daß ein fremder diesen hochgestellten siebzigjährigen greis seinen jünger nannte und als meister ihn zu sich rief kam ihm bei aller indischen sonderlichkeit doch etwas zu sonderbar vor er fürchtete also daß amanda auf einen schlechten scherz hereingefallen sei und er wäre in dieser ansicht nicht wenig bestärkt worden hätte er geahnt daß dieser fremde nach der schätzung seiner tochter ein etwa vierzigjähriger mann war so war er denn nicht wenig besorgt ob nicht sein gönner sich durch diese zweite botschaft verletzt fühlen würde aber im gegenteil kalorama der mit großem ernste diesen worten gelauscht hatte neigte als amanda schwieg seinen kopf wie in demütiger annahme eines höheren befehls und sein schönstes wärmstes lächeln umspielte seine augen und lippen als er sprach sie sind in der tat die überbringerin einer guten botschaft mem sahib und zu ihrer großen verwunderung ergriff der greis ihre hand und drückte einen kuss darauf dann blieb er am fenster stehen und blickte lange schweigend in die nacht hinaus ein perlmutterartiger glanz breitete sich über den rajapalast dessen türme und kuppeln in immer deutlicheren schattenrissen hervortraten der tag war heiß die nacht wird kühl und köstlich werden brach kalorama endlich das schweigen und wandte sich an die beiden der mond ist im aufgehen begriffen und es ist sogar wie ich mich besinne vollmond wäre es nicht gut diese nacht zu einer wasserfahrt zu benutzen vater und tochter waren beide gleichfreudig überrascht durch diesen unerwarteten vorschlag gewiß könnte nichts einladender sein sagte der professor besonders wenn exzellenz wie ich sie verstehe auf dieser fahrt uns begleiten oder wohl gar uns führen werden gerade das beabsichtige ich das heißt wenn ihre tochter sich hinlänglich erholt hat um einen solchen ausflug zu unternehmen oh amanda befand sich schon vollkommen wohl und schien bereit bis an das ende der welt mit kala rama zu gehen immer hatte sie sich ja gewünscht eine indische nacht draußen in der natur so recht genießen zu können und ich vermute sogar fügte sie hinzu daß eure exzellenz etwas ganz bestimmtes haben was sie uns zeigen wollen was sie doch für ein kluges töchterlein haben professor sahib lächelte kala rama ja in der tat habe ich so etwas vor drüben hinter den palastfelsen geht eine bucht ein und wohin sie ein kleiner fluß deltaartig ausmündet stehen ein paar uralte ruinen die sie wahrscheinlich noch nicht besichtigt haben nein wir waren nicht da exzellenz ich besinne mich jetzt freilich von ihnen gehört zu haben aber es gab bis jetzt so viel anderes was dringenderes interesse für mich hatte ganz recht ich glaube aber daß diese ruinen jetzt für ihre tochter und für sie selbst ein nicht nur landschaftliches interesse haben werden nun wohl unten wartet meine gondel denn ich habe sie herbestellt weil ich die absicht hatte in der abendkühle auf dem wasserwege zurückzukehren diese botschaft aber die ich jetzt empfing ruft mich anderswohin und zwar gerade nach jener ruinenstätte bis zur letzten nachtstunde ist noch weithin und wir werden zeit haben alles in ruhe zu besehen dann können sie mit der gondel zurückkehren denn ich werde sie nicht mehr gebrauchen der professor bezeugte eine passende wenn auch unnötige besorgnis daß seine exzellenz sich ihretwegen irgendwelche unbequemlichkeit auferlege eine besorgnis die er sich bereitwillig genug ausreden ließ während amanda ganz von dem bevorstehenden ausflug erfüllt sich schon über die kommodenschublade beugte um einen schal hervorzusuchen und auch ein seidenes tuch für den kopf falls es später in der nacht etwas kühl werden sollte so führt das eine gute das andere mit sich sagte kalorama und dieser mir so willkommene gruß bringt auch ihnen etwas schönes ja sie könnten in der tat diesen tag an dem ich sie schon etwas in meine familien chronik eingeweiht habe nicht würdiger beschließen als gerade durch einen besuch dieser ruinen denn die eine ist der überrest des palastes den der prinz ajatasattu gerade an der stelle errichten ließ wo er zum ersten mal mahamaya begegnete die bauwerke rühren von baku her und wurden als seine hervorragendsten schöpfungen geschätzt das ist ja aber ungeheuer interessant rief professor eichstätt hörst du amanda zwei meisterwerke von jenem baku mit dem die feder unseres hochverehrten freundes uns schon vertraut gemacht hat denke dir nur amanda amanda dachte in der tat an jenem ort so dachte sie haben unser kalorama und jener ehrwürdige fremde ihre bitterste stunde erlebt wann war sie aber gehörte sie diesem ihrem erdenleben an oder einem früheren haben sie diese bitterkeit gekostet zwischen den ruinen längst vergangener herrlichkeiten oder damals als jene bauten so standen wie bakus meisterhand sie vollendet hatte werde ich das je erfahren werden mir vielleicht schon heute nacht diese steine reden ende von abschnitt 21 abschnitt 22 von die weltwanderer dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox.org die weltwanderer von karl kielerup zweites buch kapitel fünf mutter kalis haus und das haus kala ramas als professor eichstätt und amanda mit kala rama in den garten hinaustraten empfing sie der unbeschreiblich wonnige gruß einer indischen nacht jeder luftzug der mit den hundertfachen düften der blumen und sträucher balsamisch beladen ihnen entgegen fächelte strich wie eine sammetweiche liebkosung über stirn und wange und wenn noch etwas mattigkeit von dem ohnmachtsanfall bei dem jungen mädchen zurückgeblieben war so mußte diese vollständig schwinden als nun auch die vor ihnen sich ausbreitende große seefläche ihre labende kühle ihnen entgegen hauchte in dem selben kleinen hafen von dem aus amanda ein paar stunden vorher zum palast hinauf gefahren war lag die gondel des ministers am fuße eines kleinen schroffen fels hügels der in den see hinaustretend diesen geschützten landungsplatz gebildet hatte die anhöhe war mit einer gruppe von schönen pappelähnlichen pipalbäumen bestanden deren schattenschleier einen kiosk umhüllte der mit seiner von geschnitzten holzpfeilern getragenen niedrigen kuppel sich zierlich auf dem hellen nachthimmel zeichnete gleich einem jener kleinen hindu tempel die an so vielen stellen in rajputana sich vorfinden offenbar von dem glücklichen instinkt beseelt sich gerade auf dem malerischsten punkt der landschaft aufzustellen dieser beherrschte zur einen seite die große fläche des sees nach dem gebirge zu zur anderen die enge bucht an deren ende die hindu bucht amphitheatralisch gelagert war während der schroffe palastgekrönte burgfelsen gegenüber diese seitenbucht begrenzte und scharf wie ein schiff steven sich in den see hinausschob der kiosk war denn auch amandas lieblingsplatz besonders verträumte sie gerne die nachmittagsstunden dort ein buch in der hand aber den blick öfters auf die stadt gerichtet die zur hälfte vom violetten schatten des burgberges bedeckt war während die andere hälfte sich in abenteuerlichem glanz breitete übertünchter lehm und schlechter mörtel größtenteils in der nähe gesehen aus denen aber die magischen goldstäbe der indischen nachmittagssonne haufen von rosen und perlen hervorzauberten so lag sie drohend und verlockend da diese seltsame hindustadt wimmelnd voll von dem fremdartigen leben in das ein europäer nie hineindringt ja daß er kaum ahnend streift zu dieser tageszeit der bewegtesten in einer indischen stadt drang die stimme jenes bewegten lebens bis zum garten kiosk des bungalow ein tausendfach zusammengesetztes geräusch woraus sich einzelne laute hervorhoben der lang gedehnte ruf des wasserträgers der raue kehlenschrei des kameltreibers gelle gongschläge oder dumpfe glockentöne aus einem tempel lauter exotische klänge die auch wenn sie las sie fortwährend daran gemahnten unter welchem fremden himmel sie weilte und immer wieder ihren blick von den blättern weg nach jenem stadtbild hinzogen die häuser drängten sich bis an den see heran warteten sogar auf starken pfeilern hinaus tauchten sich in das kühle nass und brüteten darüber mit purpurdunklen torbogen lugten mit viel löchrigen taubenschlagartigen erkern über das wasser hinaus guckten mit terrassen kiosken türmchen und kleinen maulwurfshaufen ähnlichen kuppelchen einander über die schultern als ob ihre sonnenversenkten höhen doch wenigstens das wasser glitzernd säen möchten hier und dort wurden ihre mengen von den guards auseinander geschoben breitspurig stiegen ihre freitreppen herunter farbig belebt wie durch das gewimmel wandelnder krokusse deren blaue rote und gelbe flämmchen auch unten am wasser leuchteten wo die mäntel der badenden ihre lebendigen farben mit den wiedergespiegelten mischten links wo die leichenverbrennungsstätte war glühten ein paar scheiterhaufen unter dem schatten und schickten ihre rauchsäulen in das sonnenlicht hinauf wo sich ihre blässe in rosige wölkchen verwandelte ganz so wie sie es an jenem abend in benares gesehen hatte und so wie die scheiterhaufen in diesem uralten lande schon jahrtausende lang tag für tag geraucht hatten ein ewiges opfer von der erde an den himmel von dem diesseits an das jenseits gesandt aber auch andere opfer wurden dem undurchdringlichen jenseits gebracht auch lebendiges opferte diese indische erde und nicht nur dem himmel rechts am südlichen gard auf einer in den see hervortretenden bastei stehend erhob ein kleiner reich verzierter tempel seine dachgruppe von zusammengewachsenen hochgestreckten kuppeln die blutrot gefärbt und von goldigen sternen übersät waren so hoch und spitz war dies kuppeldach so gering der umfang des vieleckigen gebäudes dass das ganze bauwerk wie eine prächtige riesenlaterne aussah dies heiligtum war der furchtbaren göttin kali geweiht oben in der luft und unten im wasser mit dem im sonnengold gebadeten glitzernden steinschmuck seiner reich gegliederten architektur und mit seiner hochragenden roten tiara leuchtend und glühend beherrschte dieser tempel das ganze stadtbild ein nicht zu umgehendes symbol des allerfremdartigsten des dämonisch furchtbarsten in diesem geheimnisvollen indien das sie so seltsam lockte und sie so seltsam abstieß amanda wußte gar wohl was für scheußlichkeiten dies eigenartige bauwerk drüben unter seinem pittoresken ja fast eleganten äußeren verbarg hatte sie doch von der vorhalle aus in die zelle hinein geschaut wo das abscheu und grauen erregende bronzebild der göttin aus der dunkelheit unheimlich hervorschimmerte das schädelhalsband baumelte ihr auf den blanken bauch hinab sie hatte den von hauben blähenden kobras gekrönten kopf nach der seite gedreht und blickte den besucher mit einem seitwärts schießenden blick aus dem gelben steinauge an während ein unsagbar grausames lächeln ihre vollen mit blut frisch bestrichenen lippen umspielte ein paar hässliche priester erzählten ihr und ihrem vater die göttin habe ursprünglich gerade ausgeblickt das war in den alten frommen zeiten gewesen als täglich zu ihren füßen einem menschen der kopf abgeschlagen wurde seitdem aber der mensch durch ein elendes zicklein ersetzt worden war habe sie verächtlich den kopf zur seite gedreht und obwohl ihr manchmal an ihrem festtage hunderte von schwarzen ziegen und viele stiere geopfert worden seien habe sie sich nicht mehr ganz versöhnen lassen erst wenn das alte rechtliche menschenopfer wieder eingeführt werden würde dürfte man hoffen daß kali wieder den kopf drehen und ihre anbeter mit einem geraden gnädigen blick ansehen würde erst dann würde sich auch wieder glück und segen über das land ergießen und amanda hatte sich beeilt aus dem unheiligen schatten der tempelsäulen wieder hinaus unter den offenen himmel zu kommen so magnetisch lebendig schien ihr plötzlich das wesen dieses von tausenden inbrünstig angebeteten tagtäglich mit blut gespeisten fantasiegebildes drinnen in seinem eigenen bezirk zu walten nie konnte sie aber mehr aus der ferne jene blutrote spitze kuppelgruppe sehen ohne an die zicklein zu denken die jeden tag drinnen geopfert werden vor jenem unglaublich lebendigen götzenbild daß sie kaum eines blickes würdigte weil es von alters her an kostbareres blut für seine bronze lippen gewöhnt war selber hatte sie einer solchen opferung nicht beigewohnt aber arthur hatte ihr davon erzählt wie hässliche schwarz gekleidete priester ein schwarzes niedliches zicklein vor das bild hinziehen wo es von einem priester festgehalten wird während ein anderer eine schnur an seinen hörnern befestigt wie neben das tierchen ein plumpes krummes messer alt und schartig von härteren halswirbeln als den seinigen hingelegt wird und wie die klinge und der kopf des zickleins mit reißkörnern bestreut und mit gangeswasser besprengt werden wieder bei das zicklein ein ängstliches meckern hören läßt das in diesem gewölbten von säulen korridors umgebenen resonanzreichen raum noch zehnfach erbärmlicher klingt und überall noch spukhaft nachzittert wenn ein priester schon ein schwert hoch erhebt die krumme klinge durch die luft saust und das losgetrennte köpfchen des tieres ohne den boden berühren zu dürfen an der schnur hängend in ein becken hinein geschwenkt wird wie der opferpriester seinen plumpen fuß auf die heftig zuckenden glieder setzt und wie das hervorquellende blut in das becken sprudelt und gurgelt und gluckst wie das aufgeregte ohr es überall gurgeln und glucksen hört als ob der ganze bau in allen ecken und winkeln das blut dränke und wie die noch aufgeregtere fantasie beschwören möchte daß die teuflische bronzegöttin ein boshaftes raues lachen ein lachen wie es der alten schwarzen götterbronze wohl in der kehle stecken mochte verächtlich unterdrückt als das blutgefüllte becken mit dem ziegenkopf zu ihr hingetragen und ein rotes tuch vorgezogen wird um die hochheilige sakramentale handlung das beschmieren ihrer lippen mit dem warmen blut dem profanen blick zu entziehen wie man dann hinausstürzt und wie einem den ganzen tag übel ist ja wie einen noch lange ein abergläubischer schrecken verfolgt als ob man durch seine anwesenheit beim opferdienst sich der scheußlichen dämonien verschrieben habe die einem drinnen wirklicher denn die wirklichkeit vorkam alles dies sah hörte und fühlte amanda wenn sie das spitze rote kuppeldach erblickte und man konnte die hindustadt nicht mit dem auge ja kaum mit der erinnerung streifen ohne dies hervortretende wahrzeichen dieses berete symbol der übermacht des schwarzen blutes vor sich zu sehen umso lieber blickte sie hinüber nach dem bau der zur anderen seite das stadtbild beherrschte die stammburg kala ramas es war ein gewaltiges bauwerk von monumentaler einfachster größe ein einziger geschlossener steinblock höher als er breit war nach unten ausgetreten um stämmiger zu erscheinen an den vier ecken sich mit viereckigen turmartigen vorsprüngen verstärkend von denen der westliche seinen durchsichtig violetten schlagschatten auf die orange leuchtende frontmauer warf diese ecktürme überragten nicht die mauerlinie nur ein paar nestartig oben angeklebte erker erhoben ihre kuppelköpfchen darüber in der ganzen fläche nur ein paar unregelmäßig sitzende fensterschlitze aber unten war die ganze front zwischen den ecktürmen eine offene arkadenhalle von welcher nur die bogen und der obere teil der pfeiler die mauern der terrasse überragten die dies trutzige haus wie eine mächtige durch einen runden vorsprung wiederum verstärkte bastei bis zum abhang vorschob dessen seiten das mauerwerk größtenteils glatt verkleidete so daß der ganze bau sich wie in zwei ungeheuren stockwerken vom talgrund erhob die anhöhe worauf die burg stand schien ebenso wohl dem radgerberg wie dem stadtgebiet zu gehören und in der tat vereinigte sich die alte stadtmauer am rande der schlucht mit der terrasse während die befestigungsmauer die an dieser seite von den zinnen gekrönten höhen des berges in zickzacklinien die schroffen leiten herunterstiegen erst an der rückseite der burg aufhörten trutzig und wehrhaft vom mauerkranz bis zum sockel in jedem stein das heim eines kriegergeschlechts so stand die stammburg des mächtigen ministers mitten zwischen palast und stadt da in seiner majestätischen einsamkeit mit der vornehmen ruhe seiner geraden linien hatte das gebäude ihr bis jetzt immer von seinem besitzer dem edlen kala rama dem gönner ihres vaters gesprochen von heute ab würde aber der heroische name des großen feldherrn mahim sasa wie mit trometenklang von allen vierecktürmen zu ihr hinüberklingen wenn sie nachmittags träumend dort oben im gartenkiosk saß sie würde das liebliche kind amara dort wohnen lassen in jener mächtigen arkade hatte ihre vogelartige kleine stimme den widerhall geweckt und das herz des großen helden erheitert aus jenem hochschwebenden schwalben nesterker hatte sie weit übers land hinaus gespäht ob nicht in der tiefen einsattlung der ockerfarbigen hügelkette das banner ihres ohm wehen und die lanzenspitzen seiner begleiter aufblitzen würden bis sie es eines tages wirklich taten und sie hinunter eilte um blumen zu pflücken und zusammenzubinden zu einem kranz für sein geliebtes haupt das fantasierst du dir alles recht hübsch aus mein kind sagte professor eichstätt aber eine solche lokalisierung dürfte doch aus dem grund nicht erlaubt sein weil dieser bau unmöglich ein so hohes alter haben kann und warum denn nicht er ist doch so fest gebaut daß er wohl tausende von jahren stehen kann sie blickte den minister an in der hoffnung unterstützung bei ihm zu finden kala rama aber schüttelte lächelnd den kopf sie mögen darin recht haben mem amanda sahib das gefüge scheint derzeit trotzen zu können wie das der pyramiden tatsächlich hat aber ihr vater recht und ich kann ihm mein zeugnis nicht versagen daß dieses haus aus der mitte des siebzehnten jahrhunderts stammt es wurde von demselben ahnherrn gebaut der durch den verrat des großmoguls ums leben kam und zu dessen andenken unsere familie seitdem mit der linken hand grüßt amanda mußte sich dieser autorität beugen aber sie meinte jener vorfahr kala ramas habe gewiß sein haus an derselben stelle errichtet wo die familie von jeher ansässig gewesen war denn es stünde gerade am rechten ort zwischen rajapalast und stadt wie der minister zwischen fürst und volk dort habe gewiß auch schon mahimsasas haus gestanden und könnte es nicht ebenso ausgesehen haben und durch tradition nachgeahmt worden sein arkadenhallen und erker habe man in indien seit unvordenklichen zeiten gehabt und so müßte es ihr denn auch erlaubt sein es sich so vorzustellen und in dieser neuen burg nur eine wiedergeburt der ursprünglichen zu sehen dagegen wird gewiß niemand etwas einwenden können sagte kala ramas und mich dünkt mem sahib sie haben dort einen sehr glücklichen ausdruck gewählt um ihre befugnis zu erherten die dinge der vorzeit im richtigen licht zu erträumen jetzt freilich haust oben in jenem elker kein lieblicheres wesen als mem sahibs aller untertänigster diener denn abends ist er mein liebster aufenthalt ich kann da wenn ich mich von meinen büchern abwende weit über die dunkle welt hinaus blicken und zur anderen seite direkt auf das flache dach meines hauses hinaustreten wo diese erdenwelt nicht zu existieren scheint und nichts als der sternenfunkelnde himmelsraum um mich ist o wie beneidenswert ein erhabener aufenthalt murmelte der professor dann ist es ihre lampe exzellenz die mir von drüben so oft wie ein stern zugewinkt hat von jetzt ab wird das licht mir noch traulicher leuchten wie mem sahib auch nachts suchen sie diesen entfernten punkt auf aber doch nicht allein nicht allein exzellenz mit meinem garuda denn bevor mir herr stiel den guten mungo schenkte hätte ich für mein leben mich nicht im dunkel so weit gewagt dazu hatte ich gar zu große angst vor kobras und sie erging sich im lob des treuen und tapferen tierchens das auch jetzt von der einen seite des weges zur anderen und manchmal ein stückchen ins gras hinein vor ihnen hin und her schnuberte in unermüdlichem nachkommen seiner polizeilichen pflicht amanda versäumte nicht seine heutige heldentat zu rühmen und erzählte auch von dem kleinen schlangenstein dieser unansehnlichen alltagsausgabe des berühmten edelsteins kala ramas den der sieger aus der toten kobra herausgeschüttelt hatte wobei sie denn auch das nächtliche abenteuer arthur's nicht unerwähnt ließ kala ramas nickte mit freundlichem lächeln ja mäm amanda sahib auch ich habe ein paar mal das beobachtet es sieht wirklich aus als bete die kobra den stein an und doch sucht das vieh dabei nur sein futter das steinchen es ist eine besondere art kiesel phosphorisiert und verbreitet einen schwachen schein wie das weibliche glühwürmchen die käfer werden dadurch angezogen und die kobra schnappt zu dachte ich mir doch rief der professor vergnügt dass eine befriedigende erklärung dieses sonderbaren phänomens schon bekannt sein müsse so mich befriedigt sie gar nicht schmolte amanda es war so hübsch sich zu denken dass einige besonders hochentwickelte kobras einen kleinen fetisch mit sich herumführten und nachts ihre andacht davor hielten meine übertriebene angst vor diesen tieren kommt mir etwas weniger ungereimt vor wenn ich mir einreden darf diese meine erbfeinde seien geistig so hochentwickelt dass sie eine art religion haben betet so eine weise böse kobra die mutter kali an auf das ihre haube sich recht giftgeschwollen aufblähen möge dann darf es mir schon eher erlaubt sein mich ein wenig unsinnig zu fürchten nun ich denke es müsste dich schon getröstet haben zu hören dass der vagehalsige sir trevilian an derselben angst leidet sir trevilian fröckte kala rammer und blieb vor überraschung stehen seine beiden begleiter mit großen augen anblickend ja denken sie sich exzellenz antwortete amanda mr steel erzählte uns heute sein vetter könne sich nicht dazu überwinden die künste eines schlangenzähmers zu sehen trotz aller aufbietung seiner willenskraft mußte er es aufgeben das ist stärker als ich sagte er seltsam höchst seltsam murmelte kala rammer nur zu gerne hätte amanda gefragt welche gedanken sich der greise inder wohl über das scheinbar zufällige zusammentreffen mache das auch ihr gemüt als ein bedeutungsvolles rätsel tiefsinnigen zusammenhang es beunruhigte aber sie wagte es nicht das schweigen zu stören das kala rammer im weiterschreiten beobachtete sie wagte es nicht obwohl gerade dies schweigen sie in ihren ahnungen bestärkte dass an diesem unscheinbaren punkt sich etwas für sie sehr wichtiges verberge wenige schritte brachten sie nun zum ziel dem gartenhafen am fuße des kleinen kiosk tragenden vorgebirges kala rammer blieb stehen bevor sie noch die landungsstufen erreicht hatten und das vorherige freundliche lächeln belebte wieder augen und lippen es tut mir sehr leid meine liebe memsaib ihnen mit meiner nüchternen erklärung eine enttäuschung bereitet zu haben aber wenn wir etwas tiefer blicken wird der unterschied vielleicht nicht so groß wie es zuerst den anschein haben mag denn was meinen sie sucht der mensch am meisten bei seinem fetisch seinem götzen seinem heiligen bild ja selbst bei seinem herrgott im täglichen gebet glauben sie mir weitaus die meisten suchen hauptsächlich was die kobras bei ihrem stein suchen und finden ihr futter nur zu wahr exzellenz rief der professor mit wieviel ängstlicherer innigkeit wird von den meisten das gebet unser tägliches brot gib uns heute gebetet denn das erhabenere so recht religiöse geheiligt sei dein name und fügen wir noch hinzu hochverehrter professor sahib das kann in diesem leben in dieser welt auch nicht anders sein so wollen wir denn auch nicht zu viel von den armen menschen verlangen und von den armen kobras auch nicht memsaib zumal wir schließlich doch nicht wissen ob sich bei ihnen angesichts des helfenden lichtsteines nicht dunkle gefühle rühren die für sie ebenso viel bedeuten mögen wie die regung des gemüts eines wilden der seinen fetisch um jagdglück bittet und er trat an die stufen hin und mit tiefer orientalischer verbeugung auf die anlegen der barke zeigen sprach er darf ich nun meine liebenswerten gäste die mir wie mein vater und meine mutter sind ersuchen ihre unschätzbaren persönlichkeiten die fackel der wissenschaft und die zierde des weiblichen geschlechtes diesem geringen erbärmlichen fahrzeug ihres diensteifrigen sklaven anvertrauen zu wollen der humor kala ramas wenn er auf diese weise seinen europäischen freunden gegenüber den üblichen orientalischen schwulz leise travestierte hatte einen eigentümlichen herzlichen charakter er wußte es sie durch blicke und stimmklang verstehen zu lassen dass er sich gerne seines vorrechtes als orientale bediene um in scheinbar übertriebenen formen gerade das richtige zu sagen hielt er doch in vollem ernst das liebliche mädchen für die zierde ihres geschlechtes und nicht weniger den vater für eine fackel der wissenschaft und war er doch bereit ihnen mit allen seinen kräften die nicht gering waren zu dienen die barke des ministers konnte allerdings nur vom standpunkt morgenländischer zeremonieller selbsterniedrigung als ein erbärmliches fahrzeug betrachtet werden er nahm sie sich in europäischen augen etwas schwerfällig aus und erinnerte vater und tochter an ihre budgera auf dem ganges sie streckte einen langen spitz zulaufenden vordersteven gleich dem schnabel eines ungeheuren wasservogels über die wasserfläche hin während der achtersteven sich breit und kräftig in die höhe erhob hier stand regungslos wie eine statue die stange des großen steuerruders in den händen ein mittelgroßer schön gebauter inder dessen nackte glieder wie bronze in den mondstrahlen glänzten ein großer weißer turban und ein gleichfarbiges ländentuch bildeten auch für die sechs ruderer die ebenso gleitsame wie praktische livret denn den bloßen kopf dem mondlicht auszusetzen hielten sie für den unfehlbaren weg zur geisteskrankheit sie standen paarweise am vorderen teil der barke jeder ein kurzes und breites schaufelförmiges ruder in beiden händen haltend zur abfahrt bereit der mit gestickten kissen und persischen teppichen üppig ausgestattete sitzplatz befand sich in der mitte des fahrzeuges doch etwas zurück ziemlich wie in einer venezianischen gondel kala rama nötigte seine beiden gäste sich auf den ehrenplatz zu setzen einen sofaartigen sitz der die breite der barke einnahm und den rücken an den hintersteven lehnte und von dem man aus des angenehmsten und freiesten blickes während der fahrt genoß selbst aber nahm er einen niederen stuhl und setzte sich seitwärts nieder wie professor eichstätt sich mit einer häufigen wende der buddhistischen sutras sagte denn er war nicht unempfänglich dafür von einem indischen magnaten als ein erhabener behandelt zu werden nicht ganz so leicht wie das unterbringen der passagiere war das der plates und decken die das fürsorgliche dienstmädchen hinuntergetragen hatte mit vollstem beifall kala ramas da man nie wisse wie lange man wegbleiben würde und gegen morgen sehr wohl eine ziemliche kühle auf dem wasser eintreten könne sie hatte die arme voll denn tapfer hatte berbele sich gegen jeden beistand der von ihr verachteten wimmelnden indischen dienerschaft gewährt sie war auch jetzt nicht gesonnen die kostbaren von ihr selbst eingekauften und aus heidelberg bis hierher mitgebrachten sachen der behandlung brauner eingeborene hände zu überlassen vergebens streckten sich diese ihr entgegen vergebens ertönte ein sechsstimmiger chorus gib her aja gib her aja nur um so fester schlossen sich die starken arme der derben schwäbin um die teure last nur um so energischer schüttelte sich ihr runder kopf mit den harten blanken apfelwangen ja aja hat mich soviel ihr wollt ihr nackten heiden euch die schönen decken geben damit ihr sie recht voll spritzt was ihr braunen affen plätschern sie mit ihren schaufeln im wasser herum schönes rudern das berbele war freilich eine waschechte binnenländerin aber sie hatte unterwegs sowohl bremer seeleute wie englische orlocks matrosen rudern sehen und bildete sich was darauf ein daß man ihr in diesem kapitel kein x für ein u machte schönes rudern wie die jungen in einer kufe auf dem dorfteich herumschaukeln und die ehrliche aber dicke haut gab sich nicht zufrieden bevor sie nicht eigenhändig die sachen in den hintersteven außerhalb des bereiches eines wassertropfens weggestaut hatte zum großen ärger des professors der zu diesem zweck aufstehen mußte wodurch der feierliche moment seines erhabenen thronens mit dem seitwärts sitzenden minister zu seinen füßen erheblichen abbruch erlitt als nun das fahrzeug von dannen glitt hätte freilich berbele gerechterweise zugeben müssen daß diese sechs nackten heiden mit ihren schaufeln die barke recht wacker vorwärts zu bringen wußten aber die getreue magd hatte anderes und wichtigeres im kopf die arme über den busen gekreuzt schaute sie missbilligend und besorgt ihrer abfahrenden herrschaft nach daß ein junges unwissendes blut wie amanda die von den garstigen kobras abgesehen keine furcht zu kennen schien sich der obhut lauter brauner hindus anvertraute war nicht zum verwundern aber so ein graues haupt wie das des herrn professors hätte auch klüger sein können und wäre es auch gewesen wenn es nicht ewig und immer über die alten bücher gebückt wäre sondern sich umsehe was rings in der welt vorginge daß der alte anständig gekleidete indische herr den sie minister nannten so ziemlich wie ein christenmensch aussehe war nicht zu leugnen aber moor bleibt halt moor und indianer indianer denn so bezeichnete die schwäbin ebenso hartnäckig wie sprachlich korrekt die eingeborenen indiens wiewohl es sie anfangs etwas irre gemacht hatte daß die indianer nach allem was sie gehört und gelegentlich sogar gelesen hatte rot heute waren während diese menschen zweifelsohne braun ja oft fast schwarz waren sie zog aber aus diesem konflikt zwischen erlerntem und geschautem lediglich den schluss daß man sich auf historienbücher nicht verlassen könne und das halt probieren über studieren gehe als ob es amanda ahnte daß ihre gute magd einer aufmunterung sehr bedürftig war winkte sie in diesem augenblick mit ihrem taschentuch bärbele war nicht saumselig den gruß zu erwidern aber aufgemuntert sah sie dabei nicht aus vielmehr rannen dicke tränen ihr die wangen hinunter wer verbürgte ihr denn daß sie ihr geliebtes fräulein und ihren guten herrn auf dieser erde wiedersehen würde bärbele konnte keine englischen zeitungen lesen und sie dankte ihrem gott ihrem heiland und allen heiligen daß sie diese fremdländische sprache nicht kenne aber die luft selbst war in diesen tagen in ganz indien schwirrend voll von den furchtbaren namen der tax überall in britisch indien wurden die leichen ihrer opfer hekatombenweise aufgehängt so war denn auch hinlängliches in diesen schwäbischen kopf eingedrungen um seiner besitzerin eine nicht ganz grundlose abneigung gegen mondscheinfahrten zu land und zu wasser in der gesellschaft dieser indianer einzugeben wie wäre ihr aber erst zumute gewesen wenn sie geahnt hätte daß ein echter tag ihr selber barbara schwitzgäbeler aus echter dingen noch gestern im bazar die musseline ausgemessen hatte und daß ihr geliebtes fräulein amanda noch bevor die barke ihr aus dem auge entschwand mit demselben mörderischen diener kalis in berührung kommen sollte ende von abschnitt 22 gelesen von hokus pokus abschnitt 23 von die weltwanderer dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind licenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox.org die weltwanderer von karl kjellerup zweites buch kapitel 6 der diener kalis wie eine kulisse schob sich der kioskkügel zur seite als die barke vorwärts glitt im hintergrund erglänzte die stadt mit ihren zahllosen kleinen lichtern und warf eine goldige fransenreihe über den atlasblanken see alle charakteristischen laute des nächtlichen lebens der hindustadt wimmelten ihnen entgegen leichtsinniges geklimper der bagnoseiten schwermütige und sehnlich hingehauchte seufzer der rohrflöten das trockene aufdringliche dröhnen der tomtoms und das rastlose pochen der kleinen stundenglasförmigen handtrommeln das wie die hörbaren herzschläge fieberhaft pulsierenden lebens ist momentweise wurde dies von dem heiseren heulen und bellen der pariahunde übertäubt die sich auf der offenen strecke zwischen stadt und bungalow balgten ab und zu aber drang durch all dies ein voller etwas gedämpfter glockenton gleich einem großen immer aufs neue sich bildenden und herabfallenden laut tropfen der die blanke wasserbahn herab direkt zum boot hinüber zu gleiten schien amanda wußte sehr wohl aus welchem heiligen gefäß der tropfen fiel jedes mal sah sie vor sich die alte schwarze bronzeglocke die in schweren ketten von der niedrigen kuppel herunter hing gerade über der steinernen statu nandis des heiligen stiers shivas sah auch wie der alte grimme priester den klöppel gegen die glockenwand schlug wenn ein besucher eine opfergabe niederlegte und sich nach dem allerheiligsten verneigte wo shivas gemahlin kali selbst in finsterer majestät thronte und aussah als ob sie nicht übel lust habe ihren alten sport zu erneuern feindliche dämonen zu verschlingen und ihre kriegswagen mit den zähnen zu zerkauen aber das war lange her tausend mal tausende von jahren einen ganzen kalper her längst längst hatte sie statt der dämonen und ihrer kriegswagen mit menschen vorlieb nehmen müssen unlängst war es nun gar ein zicklein geworden und wer wußte ob ihr nicht auch dieses entzogen werden würde in einer zeit wo man es wagte ihre getreuesten diener scharenweise aufzuhängen aber noch waren inbrünstige anbeter die menge da noch klang die opfergebetglocke schlag auf schlag schlag auf schlag in die nacht hinaus über den see hinüber zu ihren feinden und verächtern hinüber um diese stunde hatte sich sonst der tempel in das nächtliche dunkel zurückgezogen das seiner finsteren herrin so wohl eignete heute abend aber waren all die gedehnten kurvenlinien seines kuppeldachs durch lichtpünktchen abgezeichnet auch war dieser schmuck nicht das einzige lichtzeichen eines ungewöhnlichen lebens des kali hauses unten war eine lange reihe ähnlicher flämmchen in langsam gleitender bewegung den kai entlang nach dem dunklen raume unter den lichtkuppeln zu und von denselben fort offenbar eine prozession von lampenträgern von ihr schien auch der hundertstimmige ruf auszugehen der jetzt anhob und sich mit tödlicher monotonie wiederholte eine wilde kadenz von drei vier tönen und von drei worten von denen amanda das mittlere als kali auffasste was singen sie nur immer sie singen jai kalima siegte mutter kali wissen sie was das zu bedeuten hat als amanda und der vater den minister mit fragender wißbegierde anblickten fuhr dieser mit einer stimme fort an der seine gäste zu ihrer überraschung eine nicht ganz beherrschte erregung bemerkten sie haben vielleicht gehört dass in qualior die schwarze pest seit kurzem viele opfer fordert gewiß exzellenz stammelte der professor sichtbar unangenehm berührt sie liegt ja immer auf der lauer in einer hindustadt ich schmeichle mir freilich durch sanitäre maßnahmen die gefahr hier bei uns bedeutend vermindert zu haben oh darüber kann kein zweifel sein exzellenz auch englische zeitungen haben das ja ausdrücklich konstatiert beeilte sich der professor seinem hohen gönner zu versichern und vielleicht noch mehr sich selbst denn schon die äußerung dieser tröstlichen worte verlieh ihm wieder ein mutiges aussehen in qualior tritt sie wie gesagt seit einigen wochen lebhafter auf deshalb diese prozession aber zu welchem zweck was meinen sie wohl doch wohl um die göttin anzuflehen dass sie diese stadt beschützen möge vermutete amanda ganz wie sie in ähnlichen fällen in italien eine prozession an die mutter gottes veranstalten und um ihren schutz flehen sagte der professor obwohl ich freilich diese beiden göttinnen nicht verglichen wissen möchte kala rama schüttelte den kopf mit einem lächeln das einen stich ins sarkastische hatte sie sind eine fackel der wissenschaft professor sahib und das arische indien des weder das land worin der buddha predigte liegt offen wie ein buch vor ihnen aber das spätere indien das hinduland des durchsickanten schwarzen blutes das durchschauen sie nicht seine wege sind leider gottes nicht die ihrigen oh nein nicht um die pest abzuwenden um sie hierher zu beschwören findet jene kali prozession statt hierher rief der professor eichstätt und fuhr unwillkürlich vom sitz empor als ob der ruf der kali anbeter der laut und drohend herüberklang den tödlichen pesthauch der schädelgegürteten göttin mit sich trüge auch amanda fühlte ein kaltes schauern in allen gliedern ja fuhr kala rama fort sie beschwören die göttin den ganzen kelch ihres zorns hier über ihre feinde auszugießen über denjenigen die es wagen die blutigen gebräuche jenes finsteren aberglaubens zu bekämpfen die die witwenverbrennung nach kräften einschränken und die tax verfolgen die für gesundheit und geistiges wohl des volkes sorgen über jeden der sich an dieser kulturarbeit beteiligt bis zum letzten tagelöhner der einen stein zu einem schulgebäude oder einem krankenhaus trägt und wenn sie auch selber die getreuen anbeter der götter mitfallen müssen oh das schreckt sie nicht ich muß ihnen das lassen sie würden alle mit freuden sterben wenn sie wüßten daß mit demselben griff die würgende hand kalis auch ihre feinde vernichtet und mit dem letzten seufzer würden ihre blauen lippen ein jai kalima hinhauchen kala rama hatte mit der bitterkeit gesprochen deren sich ein großer und edler mann wenn er auch sein herz mit der erhabensten philosophie der resignation gepanzert hat kaum erwehren kann wenn er sieht daß seine besten bestrebungen an der blindheit seiner zeitgenossen teilweise scheitern oder daß sie doch nur in verkümmerter gestalt an ihr vorüberkommen können nach diesem ausbruch folgte ein allgemeines schweigen eine pause die durch das geräusch und die laute aus der stadt vor allem von dem ewig sich wiederholenden kaliruf ausgefüllt wurden es tat amanda herzlich leid daß sie durch ihre unüberlegte frage diesen ehrwürdigen greis zu äußerungen verleitet hatte die er aus eigener initiative offenbar nicht getan hätte und die er vielleicht jetzt schon als eine gar zu offenherzige vertraulichkeit bereute ihren feinfühligen weiblichen instinkt gehorchend strengte sie ihre ganze erfindungskraft an um das dadurch eingetretene schweigen auf eine weise zu brechen die von jenem thema abführte ohne doch die absicht zu verraten dies zu tun sie vermeinte schon einen passenden weg gefunden zu haben und wollte ihn gerade betreten als sie zu ihrer überraschung bemerkte das kalorama den kopf zur seite geneigt angespannt lauschte ein kurzer leise gesprochener befehl und die sechs ruderer stellten ihre arbeit ein die barke glitt noch eine kurze strecke vorwärts auch das rauschen des wassers am bug des flachbodigen fahrzeuges verstummte ein neuer laut war da er mischte sich wie ein stetiger unterton in das wüste bellen der pariahunde tief und glockenweich ob er wohl von den glockenfröschen herrührte von denen amanda schon hatte erzählen hören ein blick auf das gesicht kaloramas genügte um ihr zu zeigen dass es sich um etwas wichtigeres handle der minister lauschte nicht mehr er spähte nach dem jenseitigen ufer hinüber vom schatten des palastberges ausgesehen der sie jetzt einhüllte leuchtete die küste zwischen der stadt und dem bungalow wie eine schneelandschaft man konnte die ganze strecke deutlich übersehen bis dorthin wo die stadt unregelmäßig und wie zerbröckelnd aufhörte und wo amanda noch die wellenlinie der verlassenen webstühle erkannte vor denen sie sich kürzlich in ihrer traumvision befunden hatte in jener vision die sie wieder vergessen hatte und deren spuren auch jetzt nur teilweise und dunkel in ihr erwachten der schatten der ewigen bäume und der unebenheiten des bodens lagen tiefschwarz in unbeweglicher ruhe da aber einer dieser schatten bewegte sich er flog wie von einem sturmwind getrieben von der stadt in der richtung nach dem bungalow oder vielmehr wie es jetzt schien nach einer stelle in der mitte zwischen beiden wo die küste sich abflachte denn in der nähe der stadt war das ufer noch felsig und schroff wenn auch nicht von bedeutender höhe das heulen der pariahunde verstummte als ob sie auseinander gesprengt worden wären jener neue laut hingegen der sich damit vermischt hatte drang selbstständig und herausfordernd ans ohr jetzt erkannte amanda ihn sie hatte ihn vernommen als sie alle einige wochen vorher die stelle des rajah besuchten es war das bellen eines spürhundes der fliegende schatten war der eines mannes dessen gestalt man ihrer weißen kleidung wegen nicht unterscheiden konnte und der mann wurde von einem hund verfolgt amanda erhob sich in atemloser spannung obwohl sie von ihrem sitzplatz aus eine ebenso freie aussicht hatte der minister und die ruderer starrten sich um die wette die augen aus nur der professor war durch seine kurzsichtigkeit von der allgemeinen erregung ausgeschlossen auch dachten weder sein freund noch seine tochter daran ihm den grund ihres sichtbar gespannten interesses mitzuteilen was ist's seht ihr denn etwas besonderes fragte er ein wenig ungeduldig es ist ein mann der aus der stadt flüchtet vater von einem hund verfolgt hörst du nicht wie er bellt ein spürhund mein gott wenn er den ärmsten einholt der flüchtige schatten flog über das ufer hinaus ein leises platschen ringwellen im wasser eine silbern leuchtende dreieckspitze die sich über die blanke fläche vorwärts schob hörtest du vater er entkam er schwimmt hierher ach der hund noch ein platschen plumper patschiger neue ringwellen die anderen überfließend noch eine silbern leuchtende dreieckspitze der ersteren nacheilend sie lagen etwa zwanzig faden von der schroff abfallenden felsenwand entfernt und nicht sehr weit von der stelle wo ihre scharfe ecke in den see hinaustrat von dem augenblick an wo kala rama seinen ruderern den befehl gegeben waren sie unbeweglich dort liegen geblieben während amanda aber jetzt unverwandten blickes die beiden über die wasserfläche hineilenden dreieckspitzen beobachtete merkte sie daß sich das fahrzeug bewegte anfangs wunderte sie das keineswegs was war natürlicher als daß man dem schwimmer entgegen ruderte um ihn aufzunehmen anstatt aber dies zu tun zeigte sich bald daß die barke mählich der felswand zuglitt dabei mußte sie sich langsam drehen so daß sie den hohen achtersteven dem schwimmer entgegen wandte denn amanda war genötigt ihren kopf immer mehr hervorzustrecken um ihn in sich zu behalten als sie nun überrascht durch dies unbegreifliche manöver sich umwandte sah sie mit wachsender verwunderung daß kala rama im begriff war seinen turban abzuwickeln und daß die ruderer und der steuermann schon barköpfig waren und als in diesem augenblick der vater sich vorbeugte berührte kala rama seine schulter und bat ihn mit leisem flüstern seinen strohhut abzunehmen offenbar versteckte sich die barke und wollte durch keinen hellen punkt die aufmerksamkeit auf sich lenken amanda wollte sich wieder umwenden und nach dem schwimmer hinaus blicken aber als ob kala rama sie auf andere gedanken bringen wollte reichte er ihr gerade jetzt den gelben nadelförmig gefassten edelstein den er aus seinem turban losgelöst hatte und bat sie diesen für ihn in verwahrung zu nehmen es mochte sich nach indischem gedankengang wohl nicht leicht ein kräftigerer magnet für eine junge frauenseele finden lassen als dies auserlesene juwel zumal amanda glaubte den berühmten schlangenstein selbst von dessen märchenhafter herkunft sie soeben gehört hatte in der hand zu halten hier stand aber ein menschenleben auf dem spiel und das junge mädchen ließ durch das anvertraute kleinod ihre aufmerksamkeit nicht ablenken der abstand zwischen den beiden dreieckspitzen hatte sich vergrößert offenbar war der mensch der bessere schwimmer er steuerte auf sie los wollte er aber auf dieser seite landen oder um die ecke herum schwimmen und irgendwo an der langen seewand des palastberges sein glück versuchen wo es ihm ein leichtes sein würde eine stelle zu finden die wohl er nicht aber der hund erklimmen konnte das letztere schien das wahrscheinlichere einmal weil er durch längeres schwimmen seinen vorteil besser aus nutzte dann aber auch weil es ihm kaum möglich sein würde auf dieser seite des berges an der bucht zu entkommen der hund war keineswegs mehr sein einziger verfolger vielmehr wimmelte schon das ganze jenseitige ufer von indern viele warfen sich ins wasser und setzten schwimmend die verfolgung fort andere liefen die küste entlang jeden hervorspringenden punkt suchend um von dort aus die schwimmenden durch zurufe anzufeuern und ihnen die richtung die der verfolgte nahm anzugeben die eifrigsten stürzten nach dem park des bungalows und schienen jenen lieblingsplatz amandas den kiosk gegründen felsenhügel erstürmen zu wollen von wo aus sie allerdings am längsten den flüchtling im auge behalten könnten falls er aus der bucht hinaus wollte das aber dies der fall war unterlag keinem zweifel mehr er steuerte links von ihnen auf die hervorspringende ecke los die barke kehrte ihm unentwegt den hohen achtersteven zu dessen form am leichtesten mit denen der nahen felswand zusammenschmolz aber gleichzeitig bewegte auch sie sich nach jener ecke hin lautlos wie kein europäisches boot mit langen zwischen dollen arbeitenden riemen es hätte tun können glitt sie nach links und in diesem seitwärts und halb rück links sich hinschieben des verschwindenden fahrzeuges lag etwas unaussprechlich lauerndes und heimtückisches das amanda den atem benahm und ihr gleichzeitig ein gefühl gab als ob sie im nächsten moment laut aufschreien müsste ein blick auf kala rama genügte aber um einen solchen ausbruch zu ersticken blitzenden auges die lippen zusammengebissen jede falte seines gesichtes starr als ob sie in stein gehauen wären spähte er über die reling hinaus während er mit fast unmerklichen bewegungen der rechten hand seine leute dirigierte die keinen bruchteil einer sekunde ihre schwarzen glitzernden augen von ihrem gebiet abwandten kaum erkannte das seltsam ergriffene mädchen ihren väterlichen freund wieder der kürzlich noch so vertraulich mit ihr geplaudert hatte sie meinte seinen vorfahren mahimsasa zu sehen der irgendeine gefahrvolle expedition gegen die schwarze haut leitete der schwimmer war jetzt nur ein dutzend faden entfernt und hatte noch immer keine ahnung von der nähe eines fahrzeuges sein blick haftete starr an der scharfen felsenecke hinter welcher er mit gutem grund hoffte seine sicherheit zu finden das glatte geölte haar an dem die wassertropfen abglitten glänzte bläulich turban und kumurbund fußnote kumurbund langes baumwollendes tuch das die inder um den leib wickeln ende fußnote hatte er abgestreift um seinen verfolger weniger sichtbar zu sein jedes mal wenn beim zurückführen der arme kopf und schulter sich aus dem wasser ein wenig erhoben sah man jetzt ziemlich deutlich sein gesicht mit der vor anstrengung gerunzelten stirn der hervorgeschobenen unterlippe und dem kurzen bart der in einer nassen zusammengeklebten spitze vom kinn herunter hing bald kam es amanda vor als ob ihr dieses gesicht wohl bekannt wäre bald schien es ihr wiederum in seiner wilden hässlichkeit völlig fremd zu sein kala rama erhob die hand die barke schwenkte links um und schoss mit ihrem langen spitzen steven wie ein alligator auf den schwimmer los der augenblicklich unter dem wasser verschwand ein kurzer ruf von kala rama und fünf von den sechs ruderern waren über bord verschwunden im erregten wasser der minister hatte schon seinen faltenreichen mantel von sich geworfen mit einem einfachen kaftan angetan ergriff er das eine ruder das er mit einer sicherheit handhabte als ob er sein leben lang bootsmann gewesen wäre hier und dort tauchte ein kopf auf und wieder unter der steuermann der auf seinem erhöhten standpunkt einen freien überblick hatte gab den schwimmenden fortwährend die richtung an jetzt schien ein vielköpfiges seeungeheuer mit einem von riesen schlangen geflochtenen körper und mit vielen köpfen versehen wie ein indisches götzenbild emporzutauchen und sich hin und her zu wälzen ein dutzend faden vorn und links von der barke gerade außerhalb des schattenbereiches wo das wogende wasser wie eine silberkaskade schäumte und spritzte um den blanken gliederknäuel im handumdrehen war die barke neben der gruppe empor gehoben und geschoben von den schwimmenden gezogen vom minister und seinen bootsleuten wurde ein halbnackter scheinbar lebloser körper in das fahrzeug hinüber befördert und sofort mit stricken kreuz und quer gebunden das mondlicht fiel gerade auf die starren züge des zurückgesunkenen kopfes amanda sah jetzt an wen das gesicht des schwimmers sie erinnert hatte sie glaubte molroy zu erkennen den reichen musselinhändler im bazar glaubte es und meinte dann im nächsten augenblick sich getäuscht zu haben als dieses gesicht sich belebte die züge sich zu einem dämonischen ausdruck verzerrten und aus den schwarzen augen ein stahlblaues blinken seitwärts schoss von so unheimlicher wildheit dass sie entsetzt zurückschauderte ein faustschlag in den nacken hatte den gefangenen nur für kurze zeit betäubt seine erste bewegung überzeugte ihn daß die bande fest waren sein erster blick starrte in den heiß atmenden rachen des spürhundes der soeben vom steuermann ins boot gezogen worden war wo er zitternd vor freudiger erregung über seiner zur strecke gebrachten beute stand mit der plötzlichen resignation der orientalen lag der hindu jetzt ruhig und scheinbar teilnahmslos auf dem boden des fahrzeuges nur ab und zu schoss einer jener stahlblauen blitze gleich dem blinken eines messers aus dem augenwinkel es war in der tat molroy die barke glitt schon in voller fahrt auf die stadt zu aber ein wort des steuermannes veranlasste kala rama das rudern einstellen zu lassen man hörte ruder plätschern von vorn eine große barke wurde sichtbar sie kam ihnen schnell entgegen wenige minuten danach lagen die beiden fahrzeuge ruhig nebeneinander das angekommene war die polizeibarke ohne schwierigkeit ward der gefangene in diese hinübergetragen der hund folgte offenbar entschlossen seine beute nicht mehr aus den augen zu lassen der sekretär des ministers stand im vordersteven der polizeibarke und stattete seinen bericht ab wodurch das rätsel das kala rama fortwährend geneckt ja sogar beunruhigt hatte wie sie in so kurzer zeit hin und zurück sein konnten in bälde gelöst wurde eher durch zufall als durch einsicht hatte der sekretär nicht gewartet bis sie an ort und stelle waren um den hund an dem romal riechen zu lassen sondern dies sofort beim aufbruch getan die glückliche wirkung zeigte sich als man noch kaum den halben weg zurückgelegt hatte denn plötzlich wollte der hund nicht weiter sondern mit der schnauze an der erde trete er rechts ab und suchte sich seinen eigenen weg mit solcher sicherheit und energie daß er seinen führer mit sich zog man konnte kaum zweifeln daß er unerwartet auf die fährte des würgers gestoßen sei in einem großen bogen führte der hund sie nun zur stadt zurück die sie durch das nördliche tor verlassen hatten und durch das östliche wieder betraten es war schon dunkel um diese tageszeit waren die straßen immer gedrängt voll heute aber hatte die kalifeier mit der angehenden lampenprozession ihre belebtheit dermaßen gesteigert dass es ein richtiges huriburi wie das bezeichnende hindustani wort lautete gab ohne jedoch sich dadurch im geringsten irre führen zu lassen stürmte der hund durch gässchen und höfe bald zeigte es sich daß er die richtung nach dem kalitempel einschlüge je näher man der langsam schreitenden prozession kam um so ärger wurde das gedränge durch die hierbei erfolgte verzögerung ungeduldig geworden ließ der hund sein tiefes bellen ertönen in den reihen der prozession entstand plötzlich unruhe das vorwärts drängende gebaren des hundes wurde so ungestüm daß man sich genötigt sah ihn loszulassen aber vergebens versuchte er die reihen der lampenträger zu durchbrechen die sich bein an bein vor ihm schlossen auf die vorstellungen des sekretärs und der rechtsdiener antworteten fanatische ausbrüche schmälerung der rechte kalis seien genug dagewesen ihr zorn ging sichtbar über die lande diese verunglimpfung diese störung der heiligen prozession würde nicht ungerecht bleiben ihre feinde möchten sich vorsehen drohungen wurden ausgestoßen schmähungen des ministers wurden laut man mußte sich dazu bequemen dem beispiel des hundes zu folgen und die unendlich lange prozession zu umgehen was freilich für die menschen längere zeit in anspruch nahm als für das tier dies war klugerweise auf der anderen seite der reihen zurückgeeilt bis es die fährte des flüchtlings auffand aber mittlerweile hatte dieser einen solchen vorsprung gewonnen dass er uneingeholt die niedrige stelle des gestades erreichte wo er ins wasser springen konnte um im schwimmen sein heil zu suchen was ihm wohl auch gelungen wäre wenn der minister selbst ihn nicht abgefangen hätte dieser schien mit der ihm vorbehaltenen rolle im drama nicht unzufrieden ein barsches lächeln umspielte seine schmalen lippen während er kopfnickend dem schluss des berichtes lauschte er lobte das ganze verhalten des sekretärs und seiner leute gab einige kurze anweisungen zur sicherung des gefangenen unter den veränderten umständen an welchem gard man landen müsse welcher weg zum palast einzuschlagen sei um nicht unnötiges aufsehen zu wecken und vergaß schließlich nicht gute pflege und belohnung für den braven hund der sein bestes getan einzuschärfen das eifrige und aufgeregte schreien der verfolger hatte aufgehört man sah sie das ufer entlang nach der stadt zurück eilen die verschiedenen laute von dort her machten sich wieder geltend das geklimper der bagnios das dröhnen der tomtoms das fieberhaft rastlose pochen der kleinen handtrommeln vor allem aber der immer sich wiederholende fanatische kaliruf der prozession deren tausende von kleinen lampen in stetiger bewegung waren auf den tempel zu und von demselben fort jai kalima jai kalima und indem die barke mit dem gefangenen von dannen glitt schickte kala rama einen trotzig fröhlichen blick dort hinüber sieg der mutter kali nun durch diesen diener kalis nimmermehr die weltwanderer die steine reden was hat denn der arme mulroy getan fragte amanda als die barke nun ihren so lange unterbrochenen kurs wieder aufnahm und in beschleunigtem tempo wie um das versäumte einzuholen über das wasser dahinglitt kala rama der im begriff war den langen weißen musselin wieder um seinen kopf zu winden blickte sie überrascht an so haben sie ihn doch erkannt o ja exzellenz bisweilen war ich im zweifel aber zuletzt habe ich ihn sehr wohl erkannt sie reichte dem minister den ihr anvertrauten edelstein den sie bis jetzt krampfhaft in der hand gehalten hatte anstatt ihn aber in seinen jetzt fertig umgewickelten turban zu stecken beugte kala rama sich vor und befestigte ihn in dem braunen spitzenschleier den amanda über den kopf geworfen hatte er erging sich in lob darüber wie der stein erst jetzt seinen rechten platz gefunden zu haben scheine und rief den professor als zeugen an dieser hatte bis jetzt mit den augen die sich entfernende polizeibarke verfolgt und die lichtergeschmückte stadt betrachtet die erst jetzt als die barke um die ecke bog und aus der bucht in den see hinaus steuerte seinem blick entzogen wurde er vertiefte sich in den gedanken welche hübsche kleine episode dies erlebnis in seinen bald zu schreibenden erinnerungen an indien bilden würde eine fast novelistische erholung von ernsten materien als da war sein gestriges im bazar geführtes tiefgründliches religiös philosophisches gespräch mit dem kaufmann moolroy diese durch kontrast wirksame zusammenstellung kam ihm äußerst glücklich sogar fast genial vor und er war nur mit halber seele dabei als ihn der minister aus seinen gedankentiefen herausrief damit er den effekt des gelben diamanten am kopfe seiner tochter bewundere merkwürdig dachte der gelehrte während er etwas zustimmendes murmelte ein wenig ärgerlich darüber daß ihm ein wie ihm schien sehr fein gesponnener gedankenfaden durch diese unterbrechung zerrissen wurde merkwürdig in einigen stücken zum beispiel wenn es sich um edelsteine handelt sind doch diese inder selbst ihre hervorragendsten männer noch wie die kinder wiederum wollte es amanda scheinen als ob kala rama durch den stein ihre gedanken ablenken wollte und wiederum war ihr menschliches interesse zu stark als daß ihm dies gelingen könnte was hat denn der arme moolroy getan daß man ihn so mit hunden hetzt fragte sie sobald eine passende pause entstand wen rief ihr vater moolroy aber doch nicht mein ehrwürdiger freund aus dem bazar kala rama nickte mit einem gutmütig ironischen lächeln er hatte längst die gewohnheit des professors bemerkt jeden menschen mit dem er einmal einige worte gewechselt hatte freund zu nennen sie hatte den liebenswürdigen grund daß karl eichstätt seine eigene freundliche gesinnung durch ein sehr naives tat tvam asi ohne weiteres bei jedem anderen voraussetzte tat tvam asi das bist du das große wort der inder die wesentliche identität aller lebewesen aussprechend bei der traurigen beschaffenheit dieser welt mußten sich nun dabei bisweilen solche mißklänge ergeben wie hier mit freund das drolligste dabei aber war dies daß jene beschaffenheit der ihn umgebenden welt dem gelehrten theoretisch so wohl bekannt war daß er auf der stelle den schönsten vortrag darüber hätte halten können gespickt mit zitaten aller der weisesten aller der zeiten deshalb mußte der minister ein wenig lächeln ach sie haben auch bei ihm gekauft bemerkte er in einem lässigen ton der mit der erregten frage des professors gar sehr kontrastierte ja er hatte die besten musseline dieser den ich mir gerade um den kopf wickelte war auch von ihm und kann sich sehen lassen er wird mir keinen mehr verkaufen sie wollten wissen mem sahib was mulroy getan hat tagi hat er betrieben sein ganzes leben hindurch und heute zum letzten mal amanda erblasste professor eichstätt fuhr auf wie von einer bremse gestochen mein gott exzellenz sie wollen doch nicht sagen daß der mann in irgendeiner verbindung mit jenen ungeheuern steht von deren mordtaten die zeitungen jetzt so voll sind oh meine behauptung geht etwas weiter als das unmöglich exzellenz hier mußt irgendein unseliges missverständnis obwalten mulroy einer der reichsten männer der stadt wie man mir sagt das war er unstreitig aber ich müßte mich sehr irren wenn sein reichtum nicht weniger von seinen eigenen waren als von denen anderer herrührt und bei seinen geschäftsreisen deren häufigkeit mir oft verdächtig war mögen die mondscheinnächte die ausgiebigsten gewesen sein ich kann's nicht glauben exzellenz protestierte der professor es muß ein irrtum eine verwechselung der person sein noch gestern war ich mit amanda und der aya im bazar um für das morgige fest einige einkäufe zu machen mulroy hat uns mit sorbet bewirtet und ich hatte ein langes gespräch mit ihm über die tiefsten fragen der indischen philosophie wenn ich auch bedauern muß daß mulroy wie leider so viele moderne inder von der hohen idealistischen anschauung eines ankara abgefallen war und die populäre theistische auffassung teilte wie er denn auch in der seelenwanderungslehre ziemlich grobe volksvorstellungen hegte so zeigte er sich doch als ein hochgebildeter und sogar gelehrter ja als ein tiefreligiöser ein wederkundiger mann ohne zweifel tat er das mein lieber professor sahib und ich kann sie nur beglückwünschen daß sie noch zu rechter zeit ein so tiefsinniges gespräch mit einem so hervorragenden tag führen konnten das wird ihnen gewiß zeitlebens eine interessante erinnerung bleiben professor eichstätt sank mit einem seufzer in sich zusammen die worte seines indischen freundes waren zu bestimmt um einen zweifel bestehen zu lassen und sie ließen ihm die tragweite der vorherigen bemerkung des ministers aufdämmern das hinduland des durchsickernden schwarzen blutes sei ihm ein verschlossenes buch anstatt der schönen schriftstellerischen verbindung die er zwischen seinem gestrigen gespräch mit mulroy und seinem jetzigen nächtlichen erlebnis herzustellen im begriff stand sah er eine ganz reelle von recht verfänglicher art die durchaus nicht zu benutzen war die kontrastwirkung fiel für seinen zweck entschieden zu drastisch aus und der gute professor gab sich schweigend dem kummer hin der einen autor ergreift wenn einer seiner feinsten einfälle von brutalen begebenheiten überholt und außer kurs gesetzt wird in ganz andersartige gedanken war amanda versunken der zusammenhang zwischen dem gefährlichen abenteuer edmunds im gebirge und diesem erlebnis war ihr keinen augenblick zweifelhaft sie hatte freilich dem bericht des sekretärs nicht folgen können aber schon durch seine handbewegungen die mehrmals lebhaft in der richtung des gebirges gezeigt hatten war es ihr klar geworden daß man dort oben durch die hilfe des hundes die spur des tags der seinen romal verlor gesucht und auch gefunden hatte vermutlich mittelst dieser seltenen beute mit dem scheusal das ihren geliebten meuchlings hatte erdrosseln wollen und wahrscheinlich dutzende von mordtaten auf seinem gewissen hatte empfand sie kein mitleid und doch konnten ihre gedanken nicht umhin sich fortwährend mit ihm zu beschäftigen der ausdruck kala ramas sieg der mutter kali durch diesen diener nimmermehr und sein ruhiger satz der wird mir keinen musselin mehr verkaufen gaben das schicksal des gefangenen tags deutlich genug an amanda kannte jetzt indien hinglänglich um sich sagen zu können daß man kurzen prozeß machen würde es würde kein defensor da sein der in beweglichen worten den armen angeklagten als ein opfer religiöser zwangsvorstellungen und erblicher belastung hinstellte der rest seiner diesmaligen schicksalsbahn bot der phantasie die sich mit ihm beschäftigte wenig raum es mochte wohl diese gewaltsame begrenzung der perspektive sein vielleicht unterstützt durch die bemerkung des vaters mulroy huldige der naiven volkstümlichen vorstellung von der seelenwanderung die amanda dazu führte das allgemeine schweigen plötzlich durch die frage zu brechen ob nun die buddhisten lehrten daß ein solcher mensch nach dem tode in der gestalt eines wilden bluddürstigen tieres wiedergeboren wird und wie sie halb scherzend hinzufügte ob der gute garuda der schlafend in ihrem schoße lag und beim nennen seines namens leise knurrte etwa in der gestalt eines tapferen vaterlands verteidigers nächstes mal das licht der welt erblicken würde das nicht gerade memsahib antwortete kala rama mit einem ernsten lächeln aber nicht nur die buddhisten sondern alle inder haben zu allen zeiten fest geglaubt daß der tod für jedes wesen nur den übergang in ein neues dasein bedeutet und daß die art dieses daseins ganz und gar durch sein bisheriges verhalten bedingt ist und daß wir alle das sind was wir zu sein verdienen und daß jedes wesen auf dem platze steht auf den es sich selber gestellt hat wie die uralte brihadaranyakam upanishad das so unvergleichlich sagt fiel der professor ein je nachdem er handelt je nachdem er wandelt danach wird er geboren wer gutes tat wird als guter geboren wer böses tat wird als böser geboren je nachdem seine einsicht ist danach tut er das werk je nachdem er das werk tat danach ergeht es ihm und wie überaus anschaulich ist auch das bild von der raupe wie eine raupe nachdem sie zur spitze des blattes gelangt ist einen anderen anfang ergreift und sich selbst dazu hinüberzieht so auch die seele nachdem sie den leib abgeschüttelt und zeitweilig das nichtwissen losgelassen hat ergreift sie einen anderen anfang und zieht sich selbst dazu hinüber das plötzliche auftauchen des indischen grundgedankens hatte auf heilsame weise den indologen aus seinen mißmutigen autorgedanken aufgeweckt mit wahrer begeisterung stürzte er sich in einen vortrag über metempsychose von den indern ging er zu den pythagorean und platonikern von diesen zu den thrakern von dort zu den druiden machte einen flüchtigen besuch in der nordischen edda sprang hinüber zu den negern neugineas und kam über polynesien nach indien zurück dort streifte er die zweifelhaften spuren in rigveda durchstürmte den urwald der brahmanas vertiefte sich in chankaras subtiler distinktion zwischen exoterischer und esoterischer lehre und balancierte auf den messerschneiden buddhistischer skolastik da aber auf diesem gebiete sein vortrag in eine diskussion mit kala rama ausartete flog er plötzlich nach deutschland zurück wo er keine unterbrechung zu fürchten brauchte denn wenn dieser treffliche gelehrte einen menschlichen fehler hatte so war es der daß er gern sich selbst reden hörte und er hatte sich während dieser abenteuerlichen fahrt so stumpf verhalten müssen daß es ihm gewiß zu gönnen war wenn er sich jetzt revanchierte und seiner passion als vortragshalter ein wenig fröhnte was mir nun hier ganz besonders auffällt ist der umstand daß es keineswegs fantastische gemüter von der art jean pauls sind bei denen wir diesen die phantasie zweifelsohne lebhaft anregenden gedanken tiefe wurzeln schlagen sehen im gegenteil es sind vorzugsweise die besonnensten ja recht eigentlich kritischen geister so hat unser prächtiger lessing seine erziehung des menschengeschlechts ganz wesentlich auf ihm aufgebaut und der scharfe nüchternen lichtenberg erklärt uns er könne die vorstellung nicht aus seinem kopfe verjagen daß er schon einmal früher auf der welt gewesen was er dann sehr richtig mit seiner idealistischen grundanschauung zusammenführt und wenn auch der erzkritiker unser großer kant bei seiner fast übertriebenen vorsicht allem dogmatischen gegenüber diesen gedanken nicht in seinen lehrbegriff aufnimmt so setzt er ihn doch gewissermaßen immer voraus denn der und der allein von allen uns bekannten gedanken über die fortdauer nach dem tode entspricht seiner unterscheidung zwischen dem intelligiblen und einem empirischen charakter da doch nicht einzusehen ist warum so ein überzeitlicher intelligibler charakter nur gerade einmal in erscheinung treten sollte während ihm ja die erscheinungsbedingungen immer offen stehen müssen das boot glitt schnell entlang des mächtigen palastberges dessen rote felsenwände nur wenige faden zur rechten dem see so schroff entstiegen daß amanda sich wunderte ob wohl mulroy hier irgendwo eine landungsstelle gefunden hätte und dessen schlagschatten den unregelmäßigen zinnengekrönten rand des gipfels auf die blanke fläche wie auf eine metallene tafel zeichnete daß der berg den mond dem blick verbarg ließ den tropischen sternenhimmel nur um so prachtvoller er glänzen zumal vor den ebenso kurzsichtigen wie begeisterten augen des professors wenn auch eine unmenge kleiner sterne ihnen unsichtbar blieb so prangten die andern um so üppiger und entwickelten sich zu wahren feuerrädern als ob eine schwarzblaue wiese über und über mit silbernen und goldenen flockenkugeln verblühten löwenzahns bedeckt wäre wie kann man rief er aus unter diesem indischen sternenhimmel von unserem kant sprechen ohne zu wünschen daß es ihm vergönnt gewesen wäre sich an diesem unvergleichlichen anblick zu erbauen wiewohl das so sehr viel blassere firmament das sich über königsberg wölbt genügt hat um ihn zu jenem berühmten ausspruch in der kritik der praktischen vernunft zu begeistern du weißt liebe amanda jene stelle die ich dir schon öfters vorgesagt habe zwei dinge erfüllen das gemüt mit immer neuer und zunehmender bewunderung und ehrfurcht je öfter und anhaltender sich das nachdenken damit beschäftigt der bestirnte himmel über mir und das moralische gesetz in mir und zwar so können wir von unserem standpunkt aus ergänzend hinzufügen gehören diese beiden dinge zusammen wie äußeres und inneres so zwar daß die mechanische gesetzmäßigkeit der physischen welt die sich im sternenhimmel dem blick so imposant offenbart im letzten grunde doch mit dem moralischen gesetz identisch sein muß wie umgekehrt ihr inder das mystische walten dieses moralgesetzes nicht gleich den europäern juristisch deutet als die verfügung eines göttlichen richters sondern es uns naturalistisch als ein blind und doch hellseherisch sich vollstreckendes naturgesetz verbildlicht unter dem heiligen namen adrastea die unentrinnbare kennt plotin dieselbe ordnende gerechtigkeit die ihr inder noch schärfer und treffender als das karma als die tat schlechthin bezeichnet nicht zufälliger und willkürlicher wahrlich nehmen sie mein verehrungswürdiger freund ihre hohe stellung als lenker eines edlen volkes ein als jener so überaus hell leuchtende stern gerade an diesem ort und nicht östlicher oder westlicher steht ich meine den dort der so schillernd funkelt gewiß ein planet vermutlich brihaspati wie ihr inder ihn nennt oder jupiter wie wir ihn getauft haben ganz richtig nickte kala rama von dem eure astronomen uns lehren daß er von acht monden begleitet wird ich muß immer daran denken wie strahlend seine nächte sein müssen wenn ich auf meinem dache hin und her gehe und ihn dort oben leuchten sehe eine sehr einschlägige bemerkung exzellenz denn sie erinnert mich an ein durchaus zu unserem thema gehöriges wort kants wer weiß laufen nicht jene trabanten um den jupiter um uns dereinst zu leuchten da haben wir in der tat bei ihm die seelenwanderung denn ob die wiedergeburt auf diesem planeten oder auf einem anderen stattfindet ist ja etwas nebensächliches und auch bei euch indern sind die städten der wiedergeburt über viele himmelssphären verteilt die eine strahlender als die andere was ganz der kantischen anschauung entspricht denn er ist der meinung die er mit triftigen gründen stützt daß die planeten je weiter sie von der sonne entfernt sind aus um so leichterer materie bestehen müssen und schließt daraus daß die auf den ferneren planeten lebenden wesen weniger vom körperlichen beschwert sein werden und ihre geistigen fähigkeiten um so freier entwickeln können so würden wir zu immer größerer vollkommenheit steigen aber selbst eine solche wahrhaft grandiose ansicht vermag diesen tiefen geist doch nicht völlig zu befriedigen und so wendet er sich denn auch schließlich von ihr ab und diese ganze erscheinungswelt gleichsam durchbrechend eröffnet er uns einen blick auf ein gänzlich anders geartetes raum und zeitloses dasein das uns unserem innersten wesen nach zukommt samsara und nirvana sagte kala rama ganz recht verehrtester freund es ist in der tat eine vollkommene parallele wir kommen auf das zurück mein lieber professor worüber wir vorhin uns einigten daß das licht des ostens und des westens im begriffe sind sich zu begegnen was sie mir da sagen scheint mir um so bemerkenswerter zu sein als es wohl kaum anzunehmen ist daß unsere indische lehre auf diesen philosophen der so wenig zur englischen bedeutung seines namens zu passen scheint irgendeinen einfluss hat ausüben können fußnote die englische bedeutung seines namens kennt gleich heuchelei besonders hochkirchliche das wortspiel ist um so berechtigter als einige meinen die ursprüngliche form des wahrscheinlich schottischen namens sei kennt ende fußnote das dürfen wir sicher annehmen exzellenz denn zur zeit kantens wußten wir in europa so gut wie nichts von indien höchstens einige fratzenhafte züge aber nichts von seiner wahren physiognomie war damals zu uns gedrungen das sind eben intuitionen aus den tiefen des menschlichen geistes die sich von selber an den verschiedensten orten und zu den verschiedensten zeiten den weg brechen amanda hatte mit einiger enttäuschung bemerkt wie das gespräch immer mehr in weite weltfernen ja in überweltliche fernen und weiten schweifte und so das ursprüngliche thema das sie so lebhaft interessierte aus seinem gesichtskreis zu verlieren drohte so benutzte sie denn eine bald eintretende pause um die bemerkung einzuschieben daß bei allen verschiedenen formen der wiedergeburtslehre so viel anziehendes ja überzeugendes wenigstens die tieferen von ihnen auch haben mochten dennoch daß eine sie immer unbefriedigt ließe daß so gar keine erinnerung aus dem einen leben in das folgende übergehen und die verschiedenen existenzen des einen wesens verbinden sollte ja glaube nur nicht liebes kind antwortete der vater daß du der erste bist der diese einwendung erhebt vielmehr hat vielleicht keiner sie nicht erhoben und doch wäre derjenige der sie nicht erhübe vielleicht der weiseste denn nicht nur wissen wir nicht ob es für die lebensaufgabe des menschen förderlich wäre wenn er eine solche erinnerung mitbrächte sondern ich denke sogar es gehört keine übergroße besonnenheit dazu um einzusehen daß es im großen und ganzen eine hemmende wirkung auf unsere willensfreiheit ausüben und uns die frische und unmittelbarkeit die zu einem tüchtigen leben gehört nehmen müßte das mag wohl sein aber es will mir immer nicht als dasselbe wesen vorkommen wenn keine erinnerung eine brücke zum vorhergehenden schlägt liebe amanda über diese frage der identität haben wir ja schon gehandelt sagte der professor mit einer leisen ungeduld in seiner stimme denn er liebte es nicht wenn ein gespräch buchtungen machte und auf schon erledigtes zurückkam es ist ein falsches extrem zu sagen daß es ein anderer sei es ist ein ebenso falsches extrem zu sagen es sei derselbe so antwortete buddha als ihm jemand eine diesbezügliche frage stellte amanda schüttelte den kopf als ob sie sich dadurch wenig befriedigt fühlte nun sagte kala rama lächelnd wir wollen gern ihrer tochter zugeben daß diese frage nach der persönlichen identität eine mehr als schwierige ist und das kann uns wohl auch kaum wundern wenn wir bedenken wie schwierig es schon innerhalb des einzelnen lebens ist zu bestimmen worauf denn eigentlich die identität der persönlichkeit beruht sie ist uns so selbstverständlich daß eine frage danach dem unbefangenen ganz überflüssig erscheint je eifriger man sie aber zu beantworten versucht umso schwieriger wird es unser körper verändert sich fortwährend unser geist nicht weniger in welchem sinn ist der greis derselbe wie das kind sie wollen sich nun freilich an der erinnerung halten mem sahib wie an einer festen schnur an der alles angereiht ist aber wie unendlich viele einzelheiten ihres lebens gibt es nicht die ihnen völlig entschwunden sind und doch würden sie nicht in abrede stellen daß sie selber sie erlebt haben nicht wenn sie mich daran erinnerten exzellenz antwortete amanda indem sie den kopf etwas schräg neigte und den minister mit einem neckischen lächeln anblickte die beiden männer lachten leise vergnügt über die schlagfertige parade des mädchens das hast du nun zwar recht schlau geantwortet liebe amanda sagte der vater aber so sollst du uns denn doch nicht davon schlüpfen denn gesetzt es würde durch ein paar ganz zuverlässige zeugen festgestellt du hättest etwas getan daß dir völlig aus der erinnerung geschwunden wäre so müßtest du doch anerkennen daß du es selber gewesen wärst das müßte ich wohl ihre tochter fühlt sich überführt nicht überzeugt und damit ist uns wenig geholfen professor sahib ich denke vielmehr wir müssen auf ihre forderung eingehen sie meinten mem sahib mit ihrem sehr hübschen scherz die erlebte einzelheit eines lebens mag der erinnerung entschwunden sein so muß sie doch imstande sein wieder belebt und in die erinnerung eingefügt zu werden ansonst die identität keine bedeutung habe wer sagt uns nun aber daß dies nicht auch der fall ist mit einem ganzen scheinbar vergessenen lebenslauf die geburt hat uns die erinnerung daran genommen sehr zum vorteil unseres irdischen wandels wie ihr vater so richtig bemerkte warum sollte nicht der tod uns jene erinnerung wiedergeben ein vortrefflicher gedanke rief professor eichstätt das wäre eben jenes zeitweilige loslassen des nichtwissens von dem die upanishad sprach des nichtwissens nämlich dieses empirischen durch sinnenwerkzeuge bedingten erkennens an dessen stelle dann ein höheres bewußtsein treten würde etwa wie wenn einer aus einem traum erwachend sich auf sein eigentliches leben besinnt dabei sich nun aber auch anderer vorhergehender träume erinnert das wäre dann wohl auch jenes unerwartete und unverhoffte von dem der alte dunkle heraklit sagt daß es den menschen nach dem tode erwarte es freut mich daß sie diesen gedanken nicht als phantastisch abweisen sagte kala rama als inder geziemt es mir aber nicht bei ihm stehen zu bleiben und nicht unerwähnt zu lassen daß wir inder bei denen diese wiedergeburtslehre tiefer als bei allen anderen eingewurzelt war tiefer in der tat als irgend eine andere vorstellung und die wir doch auch vielleicht deshalb über erfahrungen auf diesem geheimnisvollen gebiete verfügen die anderen verborgen blieben daß wir sage ich zu allen zeiten überzeugt waren daß einzelne hochstehende menschen die ihre höchsten geistigen kräfte völlig zur entwicklung gebracht haben daß besonders der heilige die fähigkeit hat sich schon in diesem leben eines vorhergehenden oder mehrerer vorhergehender lebensläufe zu erinnern sind sie verzeihen sie mir die frage exzellenz sind sie selber je solchen männern begegnet amanda bereute sofort diese frage gestellt zu haben die sie freilich schlechterdings nicht zu unterdrücken vermochte denn kala rama zögerte bevor er sie beantwortete einen solchen mann kenne ich mem sahib das ist sein guru der mit mir sprach und den er vor dem dritten schakalschrei in den ruinen treffen soll dachte amanda auch professor eichstätt dachte an diesen geheimnisvollen grüßenden wenn das nur nicht irgendein schwindler von einem yogi ist der den guten kala rama zum besten hat aber wir werden besser tun von solchen immerhin seltenen ausnahmefällen abzusehen hub kala rama wieder an und wir können es um so mehr tun als wir uns nicht lange umzusehen brauchen um auch im gewöhnlichen leben dunkle erinnerungen an ein vorhergehendes zu entdecken oder sollte nur unsere indische poesie im stande sein in der plötzlich auflodernden liebe zwischen einem jüngling und einem mädchen die sich kaum noch kennen und die von dann ab einander alles sind ein ahnendes wiedererkennen zu sehen und führt von diesem heroischen höhepunkt nicht eine stufenleiter zu allen unseren sympathien und antipathien hinab sollten wir aber dann etwas anderes in den unwiderstehlichen individuellen trieben und fähigkeiten vor allem in denen des genies erblicken aber ich möchte noch weiter gehen und behaupten daß vielleicht jeder mensch wenn er nur recht aufmerksam in sein inneres blicken wollte dort viele kleine eigenarten und sonderlichkeiten viele nur ihm eigene und immer wiederkehrende bis in die erste kindheit zurück zu verfolgende regungen ja sogar auch bestimmte erinnerungsbilder finden würde die alle unmöglich ihren ursprung in dem gegenwärtigen leben haben können ich glaube doch entgegnete der professor daß sie mein hochverehrter freund mit dieser behauptung etwas zu weit gehen wenigstens in dem letzten punkt wenn sie sogar von bestimmten erinnerungsbildern sprechen die sich nicht auf eindrücke diesseits der geburt zurückführen ließen denn ich muß gestehen daß ich bei mir derartige spuren eines vorhergegangenen erdenwallens nicht finden kann nicht wirklich nicht fragte kala rama mit einem feinen lächeln sehen sie nur recht genau hin gewiß ich will mich der inneren selbstschau hingeben aber bitte scherzte kala rama mit untergeschlagenen beinen zu sitzen und das regelmäßige atem holen nicht zu vergessen o es soll nach alter jogivorschrift geschehen einen lautlosen ort wählend dazu des sitzens rechte art die glieder wie eine schildkröte einziehend langsam den leib mit hauch bis zur herzgegend anfüllend und langsam den hauch wieder ausatmend soll er die schneidhafte fixierung ausüben so umständliche vorbereitungen brauche ich nicht zu machen sagte amanda die worte eurer exzellenz weckten bei mir gerade ein erinnerungsbild an das ich lange nicht gedacht habe es reicht bis in meine früheste kinderzeit zurück ja mir ist in der tat als wäre ich nie ohne es gewesen seine entstehung habe ich mir aber nie erklären können bisweilen habe ich mir gedacht ich müsse das wohl geträumt haben dann bleibt es aber ebenso unerklärlich wie eine solche phantasie in den traum eines kindes hineinkäme und davon hast du mir nie etwas erzählt oder sollte ich das vergessen haben oh nein vater ich habe dir gewiss nichts davon erzählt ich sprach ja mit niemand davon denn obwohl es so lange zurück wie ich mich erinnern kann immer als etwas wirklich erlebtes vor mir stand so hatte es doch zugleich etwas seltsam traumhaftes oder vielmehr unwirkliches an sich na da machst du mich wirklich begierig kala rama sagte nichts beugte sich aber ein wenig vor und betrachtete sie mit einer ernsten aufmerksamkeit die deutlich genug zeigte daß er wenigstens ebenso erwartungsvoll war wie ihr vater amanda errötete die beiden gedankenstriche ihrer augenbrauen rückten sich näher und ihre stirn runzelte sich offenbar kostete es sie eine nicht ganz geringe anstrengung die am nebligen erinnerungshorizonte stehende vision zu bannen und sogar beschreibende worte dafür zu finden ich stehe oder vielleicht sitze ich das weiß ich nicht recht vor einem eigentümlichen kuppelbau nicht so sehr groß scheint es mir aber wunderschön der untere teil ist von stein es führen auch einige stufen hinan und in diesem teil befindet sich eine nische mit einer goldigen sitzenden figur aber anders sitzend als ich sonst jemand hatte sitzen sehen jetzt würde ich sagen es sei ein brahma oder buddha bild die kuppel ist ganz von gold und glänzt wie eine sonne denn das sonnenlicht flutet vom tiefblauen himmel herab ich weiß daß ich immer wenn ich daran dachte mich gewundert habe ob sonnenlicht wirklich so stark sein könne jetzt weiß ich es ist ein offener platz aber hohe bäume stehen hinter dem bau kein wipfel rührt sich alles ist still lautlos und so feierlich so seltsam erwartungsvoll scheint mir aber das kann ich nun erst recht nicht beschreiben und das ist alles fragte der vater ja das ist alles und vielleicht genug meinte kala rama mit bedächtigem kopfnicken nur fügte amanda schüchtern hinzu ein etwas das sich nicht in worte fassen läßt am wenigsten von mir wie ein farbenton etwas das es für sich stellt unter allen anderen vorstellungen ganz abgesehen davon daß ich es ja nie mit diesen meinen augen gesehen haben kann außer im traum fiel der vater ein ich möchte doch hier deiner traumhypothese beipflichten du bist ja als klein immer in meinem studierzimmer herumgekrochen und mußtest ein näßchen in alle bücher stecken die da lagen da kannst du gar wohl in einem der illustrierten werke die ich oft von den bibliotheken hatte die abbildung einer buddhistischen stupa gesehen haben denn ein solcher bau scheint es mir zu sein und dieser eindruck hat sich dann in einem traum zum lebendigen erlebnis gestaltet die erklärung klang wahrscheinlich genug schien aber weder amanda noch kala rama zu befriedigen sie schwiegen beide man befand sich nicht mehr auf dem see das fahrzeug war um die nördliche ecke des palastberges gebogen wo eine tiefe bucht sich öffnete derjenigen an der die stadt lag entsprechend an zwei seiten von niedrigen mit jungeln dicht bewachsenen ufern begrenzt hatte diese bucht zur dritten seite den landeinwärts mählich sich abdachenden palastberg wo sich oben die parkterrassen befanden auf deren lage kala rama seine gäste aufmerksam machte diese in ganz indien berühmte anlage hatte sich ihnen noch nicht geöffnet das war dem morgigen abend vorbehalten bei welchem die europäer dies prachtstück altindischer gartenkunst unter den günstigsten auspizien belebt durch die bunten scharen eines orientalischen hoffestes bewundern sollten am ende der bucht wo der vorberg sich plötzlich aus den jungeln erhob wie ein elefant der in den see hinaustritt um sein abendbad zu nehmen öffnete sich eine allerinnerste bucht die von der deltaartigen ausmündung eines flusses gebildet zu sein schien wo das netz der wasseradern glitzerte erhoben sich aus dem gebüsch verfallene überwucherte mauerwerke stämmige säulen ragten in die luft empor und eine massive kuppel ruhte schwer zwischen den durchbrochenen und leicht bewegten baumkronen an einem bequemen landungsplatze den einige im wasser stehende säulen mit ihrem marmorboden bildeten legte die barke an und man stieg aus reich ornamentierte mit skulpturenschmuck fast überladene marmor säulen standen unregelmäßig verteilt oder lagen umgestürzt auf dem getäfelten boden als ob in mythischer urzeit ein götterpaar sich hier des edlen brettspiels ergötzt und sich in unmut davon erhoben hätte kala rama führte seine gäste eilig fast ungeduldig durch diese palastruine ohne bemerken zu wollen daß der indologe hier eine an der ecke eines pfeilers eingenistete schwellgliedrige göttin näher bewundern möchte dort einem zu seinen füßen hingestreckten kapital gern eine genauere aufmerksamkeit gewidmet hätte oder diese indirekten aufforderungen zum beschaulichen verweilen höchstens mit einem nachher mein lieber professor sahib beantwortend schließlich durchschritt man eine ziemlich gut erhaltene vorhalle und trat durch ihre äußerste säulenreihe auf einige breite stufen hinaus ein offener platz von größeren bäumen unregelmäßig eingehegt hier und da mit niedrigem gebüsch bewachsen breitete sich zu ihren füßen aus etwa hundert schritt entfernt fesselte ein tempelartiges gebäude von vornehmer schlichtheit sofort ihre aufmerksamkeit auf einem niedrigen viereckigen stufenpostament erhob sich ein zylindrischer bau der in waagerechte reich ornamentierte schichten sehr anmutsvoll gegliedert war und von einer herrlich gewölbten kuppel gekrönt wurde wie hell auch der mondschein war der sich über dies offenbar sehr altertümliche kunstdenkmal ergoß so ließ er doch in diesem abstand nur geringe spuren des verfalls erkennen am ehesten noch an den nischen die den mittleren teil des zylinders umgaben an der vorderen und größten glitzerte zur einen seite des schattenrachens der zerbröckelte bogenrand entzückend rief der indologe jetzt verstehe ich wohl verehrtester gönner und freund warum sie so durch die palastruine eilten verfallene säulenhallen gibts ja hier in indien zu tausenden aber eine solche stupa ja amanda das ist ja der kuppelbau den du uns beschreibst sogar die nische ist da freilich leer aber wie merkwürdig ich besinne mich nicht auf irgend einer stupaabbildung eine solche gesehen zu haben wirklich eine perle wie fein ist die profilierung welche lieblichkeit der linien einzig in seiner art und von seiner archäologischen begeisterung getrieben eilte professor eichstätt auf die stupa zu seine beiden gefährten folgten ihm nicht sofort festgebannt durch den anblick stand amanda noch tief atmend mit weit geöffneten augen da als ob sie ein gesicht sähe regungslos stand sie da bis sie endlich als der vater sich etwas entfernt hatte unwillkürlich und halb unbewußt die hand ausstreckte und kala ramas schulter leise berührte der alte inder blickte sie schon unverwandt an mit seinem sanften verständnisvollen lächeln ja mem sahib ihr vater hat recht das ist die stupa die sie uns beschrieben amanda nickte die ahnungsvolle frage die sie sich beim aufbruch zu dieser nächtlichen fahrt vorgelegt hatte werden mir schon heute diese steine reden war beantwortet die steine hatten ihr geredet die welt wanderer die weltwanderer der große bruder als arthur den namen seines vetters lautrufend ihm nacheilte war er im großen zweifel welche richtung edmund wohl eingeschlagen hätte the compounds verrieten nichts dunkel und blendend auf einmal regungslos und stumm breitete der solchermaßen auf angloindisch benamste garten sich schweigend vor ihm und zu beiden seiten confound the compounds aber wahrscheinlich war edmund nach dem landungsplatz am kioskhügel gelaufen schon wollte er nach rechts stürzen als er bemerkte daß einige ziemlich entfernte hohe bambuswedel die sich links gegen das licht erhoben gewaltsam geschüttelt wurden schnell entschlossen eilte er in dieser richtung es war ja ein geheimer ausflug den edmund unternahm das boot war vom oberpriester krishnas geschickt nichts natürlicher als daß es an einem versteckten ort anlegte götter und priester lieben das verborgene dieser teil der compounds war ihm gänzlich unbekannt fußnote the compounds verdorben aus dem portugiesischen campana denn hier lagen die hütten der dienerschaft und mit der verachtung gegen alles eingeborene jagdbeute ausgenommen die den echten engländer auszeichnet hatte er sich wohl gehütet diesem diminutiven dorf je einen besuch abzustatten oder nur in seine nähe zu kommen er kam an den bambusrohren vorüber das dünnste war geknickt ein schmaler fußpfad führte weiter durch das dichte gebüsch er folgte ihm atemlos bald ging es jäh abwärts wasser blinkte durch das dunkle laub wo er es noch nicht vermutete jetzt war die kleine einbuchtung des sees erreicht wo das boot lag im begriff vom land zu stoßen ein kräftiger sprung brachte noch im letzten moment den jungen schotten an bord nach luft schnappend setzte er sich im hintersteven edmund gegenüber der mit einem mehr ärgerlichen als bewillkommenden blick von seiner ankunft notiz nahm aber eine sehr begeisterte aufnahme hatte arthur sowieso nicht erwartet die vier schwarzen bis auf das weiße ländentuch nackten kerle die vorn im boot standen und es mit fast lautlosen aber kräftigen schlägen der kurzen ruder vorwärts sahen zwar nicht danach aus große sprachkenntnisse zu besitzen sie waren aber vom oberpriester geschickt und die beiden engländer waren der ansicht daß man in ihrer lage allem gegenüber was von dem brahmanen kam nicht zu vorsichtig sein könnte die besprechung der brennenden frage war also ausgeschlossen und keiner von ihnen spürte lust von anderen dingen zu reden so saßen sie denn stumm jeder in seine eigenen gedanken vertieft einander gegenüber während das leichte boot pfeilschnell quer über den see schoss offenbar bestrebt sobald wie möglich den schützenden schatten des palastberges um sich gebreitet zu wissen aber hiermit noch nicht zufrieden lief der kahn ganz bis an den fuß des berges hin bevor er die nase nordwärts wandte und eilte dann so nahe entlang des schroffen ufers als ob er sich unter den sandsteinfelsen verbergen wollte die manchmal über seinem wasserpfad hingen wie kolossale erker über der straße edmund blickte seinen vetter spöttisch an spitzte die lippen und pfiff eine alte weise deren worte arthur gar wohl bekannt waren als aber das schweigen nach und nach den beiden vettern zu langweilig wurde eröffneten sie ein gespräch über tagesfragen ob sich wohl das gerücht bestätigen würde daß die sepoy regimenter in nuserabad gemeutert und ihre offiziere erschossen und sich dann mit dem feindlichen rajah von judpore verbündet hätten wobei edmund die meinung äußerte daß wenn es sich nicht bestätigte es bald an irgendeinem anderen ort losgehen würde und mit lebhafter schadenfreude den zusammenbruch der englischen machtstellung in indien prophezeite als man sich hierüber hinlänglich entzweit hatte stellte sich die frage ein ob es wahrscheinlich sei daß prinzessin victoria in absehbarer zeit den thron besteige und inwiefern eine solche eventualität für das britische reich ein segen sein würde diese ansicht vertrat arthur mit ritterlichem eifer um so mehr als er erwartete daß edmund bei seiner geringschätzung der weiber überhaupt sich entschieden gegen die thronbesteigung einer frau erklären würde aber sein zynischer vetter kam nur zu dem resultat daß die größte veränderung die sein würde daß die briten von dann ab god save the queen statt god save the king singen würden falsch singen sie das eine wie das andere besonders ihr schotten mit welchem partischen pfeil nach der patriotischen begeisterung arthurs der notorisch ein schlechter sänger war edmund das gefecht abbrach und wieder zu seiner eigenen musikalischen leistung überging now we're in for it sie waren in der tat offenbar in for it denn das ziel ihrer fahrt konnte nicht länger sehr entfernt sein sie waren um die ecke des palastberges in die nördliche bucht eingelenkt auch hier blieben sie im schatten des höheren ufers wo über den bäumen der parkterrassen ein wachsender silberglanz das baldige erscheinen des mondes verhieß das ende der bucht war schon vorne sichtbar dort tauchten auch säulen und mauerreste empor und ein netz von wasseradern glitzerte durch das dunkle gebüsch edmund stellte das pfeifen ein das boot ließ die ruinenstädte rechts liegen den bequemen landungsplatz zwischen den säulen verschmähend drang auf einem schmalen wasserweg in die jungeln hinein schlüpfte nach einigen minuten in ein versteck von überhängendem gebüsch und blieb liegen die beiden engländer sprangen ans land und stürmten durch das gebüsch edmund voraus bis sie eine kleine lichtung erreichten wo sie von dem boot hinlänglich entfernt waren um nicht gehört werden zu können hier wandte edmund sich fragend an seinen vetter der sofort anfing ich konnte dich nicht hindern in das boot zu springen ich konnte nur nachspringen und der rest war schweigen solange die vier brahmanen sklaven um uns waren gut daß du schwiegst aber was hast du mir denn hier zu sagen wo ich dich ehrlich gestanden nicht brauche o du brauchst mich edmund denn du mußt mich jetzt hören ich habe dir's ja schon gesagt dein spiel hier ist aus nachdem du mit jenem fremden gesprochen hast edmund lachte du glaubst wohl gar ich habe ihm mein geheimnis ausgeplaudert mit worten o nein aber in deinem tiefsten herzen eingeschlossen blieb ihm dein geheimnis so verborgen wie ein wurm es in einem blumenglas ist ihm wem du kennst ihn arthur sah vor sich nieder und schüttelte seinen kopf tätig das sagte er mit einer seltsamen kleinlauten stimme edmund stampfte vor ungeduld zerklaube mir nicht die worte du weißt wenigstens etwas von ihm wer ist er denn wir nennen ihn den großen bruder wer wohl die okkultistische gesellschaft in kalkutta wo du mich so gern einführen wolltest arthur nickte er ist einer von den eurigen o nein das heißt er ist einer von den adepten einer von den dreien die sich herabgelassen haben unsere meister zu sein und aus ihrem unerschöpflichen wissenshort uns so viel zu offenbaren wie es unserem standpunkt angemessen ist diese enthüllung schien einen recht tiefen eindruck auf edmund zu machen er schwieg eine weile und starrte mit gerunzelter stirn vor sich hin und bist du auch deiner sache gewiß du kannst dich nicht irren hast du ihn denn oft gesehen nie bis jetzt und ich weiß ja kaum ob ich jetzt ihn selbst im fleische gesehen habe nun mir scheint doch er war leibhaftig genug da meinte edmund arthur schüttelte zweifelhaft seinen kopf ich kann das nicht sagen sie kommen selten sehr selten aus ihrer einsamkeit heraus diese großen adepten nichts soll ihnen peinlicher sein als ihren erhabenen aufenthalt in den eisumgürteten gefilden des tibetischen himalaya zu verlassen und in die schwerfällige mit schlechtem magnetismus beladene atmosphäre des niederen menschentreibens hinunterzutauchen denn um in geistige verbindung mit den eingeweihten in unserer welt zu treten dazu genügen ihre gedanken die sie wortlos übertragen und denen keine raumesschranke gewachsen ist zuweilen aber lassen sie aus ihrem körper den feinen ätherleib hervorgehen den ätherischen mit sprache wille und verstand begabten doppelgänger wie man den halm aus einem schilfrohr zieht und in dieser gestalt erscheinen sie uns das klingt mir etwas sehr mystisch hast du ihn denn selbst schon so gesehen o dazu bin ich viel zu gering wäre ich so weit gewesen daß ein großer adept mich einer solchen gunst gewürdigt hätte wie hätte ich mich dann jemals in ein so sündhaftes unternehmen wie dieses verstricken können du sprichst noch immer in rätseln wie hast du ihn denn erkennen können weil in unserem sitzungszimmer ein bild von ihm hing nicht eines das mit pinsel und farben hergestellt war nein gleichsam auf das papier hingezaubert als wenn durch magische gewalt ein spiegelbild auf dem glas befestigt worden wäre denn sie wissen viele uns unbekannte kräfte der natur zu benützen und wie ihre züge können sie auch ihre gedanken gleichsam niederfällen selbst hin geschlossene briefe ein plötzliches licht schien durch diese worte dem jungen schotten aufzuleuchten mein gott rief er edmund jene schrift in onkel archibalds brief ja sie war von ihm antwortete edmund ruhig das weiß ich schon er hat darauf hingedeutet nun dann mußt du doch aber selber schon einsehen daß deine pläne hier gescheitert sind so das glaubst du lachte edmund du scheinst mich nur wenig zu kennen ich kenne dich freilich als tollkühn über die maßen aber noch nicht als ganz verrückt mit einem solchen gegner es aufnehmen zu wollen das ist ja der helle wahnsinn und wer sagt dir daß er überhaupt mein gegner ist weil du in deiner kurzsichtigkeit meine dreiste tat als sünde betrachtest ebenso wie auch ein adept für dich ein katechismus held ist anstatt ein riesenmensch der wie die brahmanen sagen jenseit des guten und des bösen steht das sind sophismen unterbrach ihn arthur lebhaft du weißt es selber besser du fühlst es wohl in deinem herzen daß du den gegner gesehen hast nun wohl möge es so sein rief edmund um so besser ich sage dir wenn alle zauberer indiens und tibets mir jetzt entgegenständen um so mehr lockte mich das ziel denn schön ist die gewitterschwangere tropennacht der hindu liebe schöner noch als die ist der herrschertag der mit der rajakrone mir leuchtet aber wahrlich schöner als jene beiden ist das geheimnisvolle zwitterlicht einer drohenden dämmerungsstunde das mit den schatten alter unaussprechlicher mysterien mich umdüstert und darum glaube ich dir es ja auch daß dieser fremde ein adept des höchsten verborgenen wissens ist glaube es weil ich es wünsche eine solche macht in waffen gegen sich zu rufen das denke ich wäre doch einmal etwas du bist von sinnen oh mein gehörsinn ist scharf genug hörst du nicht auch stimmen es ist die rani und ihre aya gewiß eine ebenso bequeme person wie julias amme und darum leb wohl aber arthur hielt ihn krampfhaft am ärmel fest noch ist es zeit edmund du hast eine warnung bekommen wie selten ein mann laß diese unselige rani und ihre amme ihr törichtes spiel treiben schnell zum boote zurück und heiße den vier priestersklaven dich so schnell wie sie rudern können nach hause zu bringen dann löst sich der ganze grausige spuk hiervon selber auf du gehst nach afghanistan und und heirate deine amanda und bin der langweilige lump für den du mich zu halten scheinst nein nein mir ist es anders bestimmt er brauchte sich nicht loszureißen bei dem namen amandas hatte die hand des vetters ihn von selber losgelassen und edmund verschwand im dunkel der jangeln in der richtung wo das wasser rauschte und gurgelte ende von abschnitt fünfundzwanzig abschnitt sechundzwanzig von die weltwanderer dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox die weltwanderer von karl gellerup zweites buch kapitel neun die schwimmende lakschmilampe arthur schickte ihm keinen blick nach achselzuckend warf er sich auf einen umgefallenen baumstamm nieder er hatte getan was ihm seine pflicht gebot hatte den vetter so eindringlich gewarnt wie es ihm möglich war seine ganze beredsamkeit aufgeboten so weit war sein gewissen frei hätte er ihn jetzt noch halten können er würde es nicht tun nein er war froh daß es seiner wohlgemeinten warnung nicht gelungen war den vetter zurückzuhalten edmund eilte zum hinduweib möge sie ihn festhalten seine letzten worte hatten arthur gar zu drohend an das unbehagen erinnert womit die überraschend warme anerkennung die der vetter heute den reizen amandas zollte ihn erfüllt hatte auch war dies unbehagen diese vage furcht vor einer nebenbuhlerschaft seines vetters keineswegs von heute diese furcht war nur in der letzten zeit während ihres hiesigen aufenthalts eingeschläfert worden war aber während der langen flussreise ja schon in kalkutta sehr rege gewesen obwohl edmund wenig oder nichts tat um sie zu rechtfertigen der redliche junge schotte wußte ja sehr wohl daß ein mann vom schlage edmunds etwas bestrickendes für eine junge mädchenfantasie haben kann vielleicht haben muß immerhin wäre er der neigung amandas sicher gewesen dann hätten alle don juan eigenschaften seines vetters ihn wenig heiß gemacht das aber war es ja eben er war keineswegs sicher das herz der geliebten gewonnen zu haben vielmehr befand er sich in dem schwebenden zustand wo ein jüngling in einem moment durch das lächeln seiner dame in den himmel gehoben im nächsten durch einen kalten blick in die hölle gestürzt wird in einem solchen zustand wirkt die gegenwart eines frauengefährlichen mannes wie das summen einer wespe um eine offene wunde der gepeinigte liebhaber wird dann oft eine keimende leidenschaft des mädchens für den andern wittern wo sie in wirklichkeit gar nicht vorhanden ist in der tat hatte arthur oft in amandas wesen diese und jene kleinigkeit bemerkt die er als anzeichen eines sehr lebhaften geheimen interesses für edmund auffaßte hatte aber dabei immer gehofft daß es eben nur seine furcht sei die es so deutete so hatte er es denn mit wahrem jubel begrüßt als der vetter sich kopfüber in dieses liebesabenteuer mit der rani stürzte wenn das ihn weiter mit sich riß und ihn in gefährlichere wasser entführte als jemand von ihnen von anfang an geahnt hatte so konnte er das von seinem jetzigen standpunkt aus nicht mehr bedauern denn für den fall daß das herz amandas wirklich ein wenig für den abenteurer schlug mußte eben dies abenteuer ihr doch die augen öffnen morgen trat edmunds überdreistes unternehmen aus der verborgenheit heraus mochte es nun gelingen oder nicht es würde aber nicht gelingen jedenfalls brachte es auch seine liebessache zur krisis auf eine für ihn vorteilhafte weise denn seine eigene teilnahme an diesem fluchwürdigen verbrechen das war es jetzt mehr denn je in seinen eigenen augen und würde es nicht weniger in denen amandas sein diese teilnahme getraute er sich entschuldigen zu können weil er doch nur aus liebe für sie mitgegangen war aber das stand bei ihm fest die ihm zugeteilte aktive rolle als schützender gefangennehmer kala ramas wollte er weit von sich weisen und morgen abend würde er keinen augenblick von der seite amandas weichen sie war es zu deren schutz er berufen sei etwas beruhigt und noch mehr gehoben durch solche betrachtungen sprang der sohn des landes des gebirges und der see auf und die waldwiese mit schnellen schritten durchmessend sang er laut vor sich hin und zwar wie sein vetter richtig vorausgesagt hatte schrecklich falsch confound their politics frustrate their knavish tricks god save the queen wobei the queen weder die durch edmund gefährdete königin des kleinen hindustaates noch jene zukünftige beherrscherin seines vaterlandes für die er sich soeben in die schanze geschlagen bedeutete sondern die königin seines herzens deren schutz er sich jetzt unter lossagung von allen politischen intrigen begeistert widmete der vollmond stand jetzt goldig strahlend über den baumkronen unwillkürlich schlug arthur die richtung nach dem see ein war aber gar zu sehr von hoffnungsträumen umflattert um darauf zu achten wo und wohin er ging plötzlich befand er sich unmittelbar vor den ruinen er trat hinein wo die säulen am dichtesten standen und auch hier und dort eine mauerecke sich erhob aus einer solchen die von tiefem schatten bedeckt war vernahm er einen ihm vertrauten schnobernden laut ein mongoß natürlich gerade an solchen orten nisten ja die schlangen gern aber wie das tierchen kroch aus der dunklen ecke auf den vom mondschein hell beschienenen marmorboden heraus ein goldener streifen der wie ein gurt sich mitten um seinen leib spannte gab ihm eine täuschende ähnlichkeit mit garuda aber gewiß war es garuda das tierchen winselte vor freude des wiedererkennens hüpfte auf ihn zu und ging mit erhobenem schwanze um ihn herum das fell an seinen beinen wie eine hauskatze reibend arthur's herz pochte wie das eines jünglings soll und muß wenn er in einer wundervollen mondnacht in den romantischsten umgebungen alleinwandelnd plötzlich entdeckt sie ist da daß es ihm sehr schwierig fallen dürfte eine annehmbare erklärung seiner anwesenheit hier zu erfinden und keinen verdacht zu erregen wo verdacht gefährlich war daß es ihm in seiner rolle als verschworener nur gezieme sofort nach dem boot zurückzuschleichen und dort mit den vier schwarzen priesterhunden zu kuschen bis ihr herr und meister von seiner schäferstunde zurückkehrte solche gedanken konnten nicht in einem kopfe aufkommen wo das große gehirn nur für ein zu ihr und das kleine nur für die entsprechende bewegungsdirektion raum hatte die richtung zeigte schon garuda als er dem rastlosen tiere folgend zwischen die säulen auf einige breite stufen hinaustrat gewahrte er kaum hundert schritt von sich entfernt den kuppelbau den er schon im vorüberfahren bemerkt hatte und vernahm von dort stimmen darunter auch jene einzige jetzt sah er sie selbst um die ecke kommen eine männliche gestalt die väterliche folgte ihr dann eine weiß gekleidete ein inder gewiß kala rama einen augenblick später war er an ihrer seite ei herr stiel welche überraschung wo kommen sie denn her o ich wollte mir diese ruinen ansehen man muß sie um die volle stimmung zu bekommen im 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 mondschein sehen denke ich gestern abend konnte ich nicht wie sie wissen morgen ist das fest und länger wollte ich es nicht gerne aufschieben niemand plagte ihn mit unwillkommenen fragen aber er fühlte zwei paar augen mit etwas wie verdacht auf sich ruhen während der gute professor eichstädt ihm scherzend und neckisch genug vorhielt daß unser lieber junger freund anfing ausschweifend zu werden die eine nacht nach schlangen gefahndet die nächste unter ruinen geschwärmt während die dritte schon vergeben war ei ei er hatte seine eigene hypothese über den grund der gerade heute nacht den jungen schotten nach der ruinenstätte geführt hatte und war auch mit diesem grund keineswegs unzufrieden man war selber auch mal jung ich kenne das immer wo sie war arthur fühlte daß er stark errötete und sehr verlegen war und so beeilte er sich ein lebhaftes interesse für das altertümliche architekturwerk zu bekunden ein zylindrischer bau erhob sich auf drei ziemlich hohen stufen und trug die fast halbkugelförmige kuppel das ganze hatte eine höhe von etwa dreißig fuß ein tierfries von einem wellen und laubornament eingeschlossen umlief jetzt durch große lücken unterbrochen den unteren teil des zylinders der auch oben unter der kuppel reich ornamentiert gewesen war wie einzelne noch sitzen gebliebene bruchstücke zeigten in mittlerer höhe wies seine fläche mehrere nischen auf von denen die eine gerade in der mitte nach der viereckigen stufenbasis gerechnet bedeutend größer als die anderen war sie befand sich den palaststufen gerade gegenüber diese große nische lieber junger freund begann der professor hat wie seine exzellenz uns soeben erzählte ein schönes sitzendes buddhabild aus bronze enthalten während die anderen kleineren bildnisse buddhistischer heiliger beherbergt haben wie jammerschade daß von allen diesen bildwerken keines mehr übrig ist denn was wir hier von skulpturen sehen gibt uns eine hohe vorstellung von dem können des meisters unbegreiflich daß sogar das hauptbild die buddhastatue so spurlos verschwinden konnte das werden wir ihren freunden den brahmanen zu verdanken haben sagte kala rama aber ewig bedauerlich ist es denn es soll in der tat ein meisterwerk gewesen sein und muß sich in der nische besonders herrlich ausgenommen haben der buddha war dargestellt wie er unter dem bohbaum saß dessen silberne äste und smaragdenes laub den hintergrund ausfüllte während blumen aus edelsteinen hergestellt den boden bedeckten welchen er mit den fingern der linken hand berührte amanda nickte schweigend und starrte vor sich hin als ob das ganze bildwerk vor ihr aufstiege in der tat meinte sie sich zu erinnern daß jenes bild in der stupa nische das sie erwähnt hatte genau dieser beschreibung entspräche wiewohl sie sich keineswegs sicher fühlte daß ihre phantasie ihr nicht hierbei einen streich spielte das muß ja aber wahrhaft wunderbar gewesen sein rief professor eichstätt aus und welch herrliche zeit für den künstler da er ein so reiches kunstwerk hier aufstellen durfte gewiß eine schöne und stolze zeit sagte kala rama aber auch eine sehr beschäftigte zeit denn nicht nur hatte er damals noch den palast ajatasatus unter arbeit sondern im haine der nonnen ließ ihn gleichzeitig der fürst eine neue vihara bauen eine schöne versammlungshalle die zwar nur aus holz errichtet war aber reich mit schnitzwerk geziert jene gruppe von mangobäumen dort soll ein überrest des heiligen heines sein so daß seine arbeitstellen nahe genug aneinander waren er besuchte sie täglich überall ein auge habend und bei diesen besichtigungen war amara seine stete begleiterin so kam es daß der prinz ajatasatu reichlich gelegenheit hatte sie zu sehen und zu bewundern und bald in liebe für sie erglühte und die fürstin liebte er auch noch fragte amanda er liebte sie wenn auch auf eine andere weise antwortete kala rama jedenfalls erlitt sein verhältnis zu ihr keine veränderung wenn nun dieses verhältnis schon an sich ein verbrechen war so schien es noch weniger entschuldbar dadurch zu werden daß er der fürstin nicht einmal treu blieb sondern sich schon nach kurzer zeit in eine andere verliebte und doch wäre er nicht besser gewesen als erschien dann wäre er in diesen zweiten fehler nicht verfallen so sonderbar und widersprechend auch diese behauptung klingen mag oh ich glaube wohl zu verstehen wie sie das meinen exzellenz sagte amanda unter all dem milden und finsteren wohnte in der tiefe seines wesens gleichsam eine andere lichtere und reinere seele und diese war es mit der er amara liebte sie haben recht mem sahib das ist genau was ich meine antwortete kala rama was sollen wir nun aber sagen wenn wir erfahren daß auch amara sein gefühl erwiderte und daß in kurzer zeit eine heftige liebe zu dem prinzen in ihr entbrannte müssen wir auf ähnliche weise schließen daß unter der lichten seele ihres wesens eine trübe und wilde wohnte die sich durch das furchtbare im wesen des prinzen angezogen fühlte das wollen wir nicht hoffen sagte professor eichstätt und das scheint mir mit dem bilde daß sie uns von amara gegeben haben wenig zu stimmen und was meint denn unser weiblicher berater fragte kala rama mit einem prüfenden blick der amanda vor verlegenheit erröten ließ ich sollte denken daß sie mem amanda sahib am besten imstande wären uns hierüber aufschluß zu geben indem sie sich an die stelle jener amara versetzen und gleichsam ihre seelenschwingungen miterleben ich glaube versetzte amanda nach kurzem zögern daß es in jedem von uns zwei solche seelen gibt und daß das wilde und stürmische element in ajatasattus natur gar wohl einen verhängnisvollen berauschenden anziehungszauber üben könnte auf ein junges mädchen den sproß eines kriegergeschlechtes und das kind eines künstlers in der es bei aller zartheit wohl auch eine abenteuerliche ader gegeben hat und die gewiß nicht zu jener menge gehörte die ihre segel nie dem sturme hissten fußnote die ihre segel und so weiter shelly adonais es sind ja auch kräfte die sowohl in den dienst des guten wie des bösen gestellt werden können und gewiß wird amara sie auf die günstigste weise gedeutet haben günstiger als sie verdienten aber sollte die hauptsache doch nicht die sein daß die blindheit der liebe über die ja viel geklagt wird zugleich hellseherisch macht und daß amara dadurch jenes den anderen verborgenen lichtelement im herzen ajatasattus gewahr wurde und wenn das der fall war müßte sie dann nicht sich selber das gelübde ablegen es von der knechtschaft zu erlösen und zur herrschaft zu bringen kala rama nickte ihr freundlichen beifall zu bevor er aber etwas sagen konnte kam ihm arthur zuvor der junge mann hatte als amanda diesem psychologischen problem gegenübergestellt wurde sie mit erwartungsvoller und ängstlicher spannung beobachtet die nicht wenig dazu beitrug ihre verlegenheit zu steigern und sein gesicht verfinsterte sich zusehends während sie ihre meinung aussprach ich kenne ja nicht die personen von denen hier die rede ist sagte er mit etwas belegter stimme nach dem wenigen aber daß ich habe andeuten hören glaube ich daß das mädchen sich in einen gefährlichen irrtum verstrickte und wenn sie sich selber ein solches gelübde ablegte möchte ich allerdings mit der weltklugen königin in hamlet sagen die dame dünkt es mich verspricht zu viel sagen sie das nicht so sicher sahib antwortete kala rama die weltklugheit kommt oft zu kurz wenn sie entscheiden will was glaube liebe und begeisterung vermögen oder nicht vermögen jedenfalls wollen wir uns gern mit der doppelerklärung mem amanda sahibs zufrieden geben die mir auch in der tat das richtige zu treffen scheint jetzt dürfte es aber zeit sein daß wir uns auch den palast des prinzen ansehen von dem sich freilich nicht so viel hat erhalten können wie von diesem einfachen und geschlossenen bau sie gingen nach dem palast hinüber dessen frontseite wie kala rama ihnen zeigte gerade nach der stupa gerichtet war obwohl freilich das wirkliche verhältnis das umgekehrte war denn als fürst narada sah daß sein bruder seinen palast hier aufführte wählte er für die stupa deren errichtung er schon längst im sinne hatte gerade diesen platz in der hoffnung daß der anblick des herrlichen buddhabildes auf das gemüt seines halbbruders mildernd und erbauend einwirken würde zugleich aber sollte auch dieses kleine heiligtum auf den eintritt in den heiligen hain der nonnen vorbereiten und eine kleine andachtstation vor demselben bilden die wenigen räume des palastes die man noch unterscheiden konnte waren bald durchwandelt in dem zweiten einer größeren halle von welcher noch eine ganze säulenreihe aufrecht stand machte kala rama sie auf die spuren eines niedrigen podiums aufmerksam das für die bayaderen tänze bestimmt war wenn der prinz vornehme gäste unterhielt was allerdings wie er hinzufügte nur einmal geschah nun standen sie wieder auf dem kleinen landungsplatz wo die gondel des ministers etwas seitwärts an den säulen angebunden lag in jener zeit sagte kala rama ging das wasser freilich nicht bis hierher sondern ein jedenfalls nicht sehr breites stück garten erstreckte sich nach dem seeufer hin ich denke es muß malerischer so sein meinte afer es war in der tat ein prächtiger anblick links der palastberg steil aus dem see emporragend auf dessen fläche er seinen schatten legte landeinwärts terrassenförmig abfallend gerade über seinem zinnengeschmückten gipfel der vollmond dessen im wasser zu ihren füßen schwimmendes bild wie ein großes auge blinzelte und sich manchmal beim starken blinzeln zerteilte wobei dann der goldige flackernde widerschein den verstümmelten göttern und nymphen die aus säulennischen hervorlugten oder von den kapitälen herunterlächelten ein seltsames leben verlieh hinter ihnen und zu beiden seiten die von solchen bildwerken belebten stämmigen tiefkanellierten und gurtförmig eingeschnittenen säulen einige im wasser stehend viele abgebrochen andere ihre trägerförmigen kapitäle in die leere luft emporhebend hier ein paar durch das gebälk verbunden dort eine kleine gruppe die drei viertel einer niedrigen kuppel trug in dieser wie eine feder am helm ein großer busch auf dem gebälk hohes gras um die säulenschäfte lianen niederwallende schleier von stängeln blättern und seltsamen blumen weiter links auf der wiese außerhalb der ruinenhalle als rest alter waldherrlichkeit ein paar mächtige banyanbäume deren dunkle kronenmassen wie auf hundert stelzen sich immer weiter hervor wagend sich nach allen seiten ausbreiteten während neue luftwurzeln überall wie schlangen hinunterbaumelten rechts eine gruppe magnolien welche wie bittsuchende unzählige weiße hände nach dem see ausstreckten oder wie opferbringende rote weiß gefütterte porzellantassen neigten dann die durch das tal wie ein dunkler fluß niederwallenden djangeln und hier und da eine schräge palme gleich einem langen neugierigen straußhals endlich darüber hinaus dämmernd leuchtende gebirgsformen die wie aus perlmutter gebaut sich anhäuften bis sie sich auflösten in demselben silberglanz der auch die matt leuchtende fläche des sees in sich sog die lindeluft war schwer gesättigt vom süßen duft der magnolien und von dem bitteren mandelgeruch der zahllosen lotusrosen die auf dem wasser im vordergrund schwammen oder sich darüber erhoben aber auch labend durchtränkt von der frische die einer großen süßwasserfläche entströmt ab und zu wurde die tiefe stille durch den melancholischen schrei einer nachteule unterbrochen und von weit weit her ertönte bisweilen das heisere bellen eines panthers nein sie rief amanda und zeigte nach links wo hinter den bis an das wasser herabhängenden zweigen eines blühenden gebüsches ein kleines licht sich langsam vorwärts bewegte bis es schließlich ganz in den see hinaus glitt ach das ist ja ein irrlicht meinte der professor ich habe noch nie ein solches gesehen aber ich habe mir sie freilich in lebhafter bewegung gedacht hüpfend und spielend wie die unartigen irrlichter in goethes märchen die sogar dem fährmann den kahn umzuwerfen drohen aber in diesem land der stillen meditation scheinen sie sich ganz beruhigt zu haben es ist kein irrlicht vater es ist ein schwimmendes lämpchen eine lakschmilampe der kurzsichtige professor der nur eine unmittelbar auf dem wasser schwimmende flamme gewahrte schüttelte ungläubig den kopf nein da geht wohl deine phantasie mit dir durch liebe amanda und das wäre wohl auch eine gar zu große gunst des zufalls uns gerade heute das zu zeigen o ihre tochter hat schon recht sagte kala rama das ist in der tat ein solches lämpchen das irgendein mädchen der lakschmi opfert nun das muß ich sagen rief professor eichstätt nicht nur die szenerie jener wundervollen sage wird uns heute abend gezeigt sondern auch diese uralte märchenhafte sitte selbst das ist eben auch nur in indien möglich wo nicht nur alles wiederkehrt sondern auch alles sich erhält aber wo bleibt nur das mädchen fragte kala rama denn eigentlich müßte sie ja schon dem lämpchen folgend draußen stehen und in die hände klatschen vor freude weil die göttin ihr opfer annimmt und ihr gebet gewiß erfüllen wird o nein nein exzellenz wandte der professor ein das ist ja weit besser so sonst wäre es nicht eine so vollständige illustration denn auch mahamaya kam ja nicht so weit sondern vergaß ihres lichtschiffleins und blieb drinnen im dunkeln und zwar nicht ganz allein dies mochte wohl von den lippen des ehrbaren professors als eine etwas verfängliche bemerkung anmuten aber es ist zu berücksichtigen daß die begebenheit worauf er hindeutete vor mehr als zwei jahrtausenden sich zugetragen hatte in welchem fall das patina der säkel alle nacktheiten schonend überdeckt so zwar daß es sogar manchmal den anschein hat als ob solche altertümlichen liebschaften nur den dezenten endzweck hatten daß ein professor eichstätt und seine kollegen sie in der fülle der zeit kritisieren edieren kommentieren und annotieren können arthur hatte mit starren augen das schwimmende lichtboot betrachtet hatte er doch über amanda und die herrliche mondlandschaft die er in ihrer gesellschaft genoß schon gänzlich vergessen wie er hierher gekommen war und diese stille leuchtende botschaft erinnerte ihn nur zu lebhaft daran er fühlte den blick des mädchens auf sich ruhen einen blick dem er sonst gerne genug begegnete jetzt aber wandte er sofort wieder den seinen ab von dem ihren der ihn forschend ja gedankenlesend durchleuchtete während er etwas von uralten poetischen sitten der inder murmelte war es möglich daß sie etwas ahnte daß sie das geheimnis der lakschmilampe erriete wie aber war das denkbar er wußte ja nicht welchen schlüssel die geschichte der vorzeit in ihre hand gelegt hatte als er sich wieder getraute sie anzublicken erschrak er über ihre leichenblässe sie lehnte sich in matterstellung an die mächtige säule und ein frösteln überlief ihre gestalt vom scheitel bis zum fuß mein gott fräulein eichstädt was ist ihnen sie erkälten sich gewiß es zieht wirklich ein wenig am wasser jetzt lassen sie mich ihnen doch einen schal holen und er sprang schnell nach dem boot mit anstrengung riß amanda ihren blick von dem schwimmenden lämpchen los das nun ganz still auf dem wasser lag die flamme unbeweglich nach oben und nach unten streckend sie haben mich sehr neugierig gemacht exzellenz mit dem was sie vorher von den drei reiherrufen sagten wäre es sehr vermessen von mir sie zu bitten uns hier an ort und stelle etwas davon zu erzählen wenn ich ihnen damit einen gefallen tun kann antwortete kala rama freundlich will ich herzlich gerne weiter erzählen die plates welche die gute bärbele so sorgfältig im hintersteven der barke in sicherheit gebracht hatte wurden geholt und da es hier keine geeignete stelle gab um sich gesellig niederzulassen kehrte man zur frontseite des palastes zurück die stufen die zum stupa palast hinunter führten bildeten hier eine bequeme reihe von niederen bänken diese wurden mit den plates bedeckt und alle machten sich's bequem kala rama setzte sich auf die oberste stufe und lehnte sich an einen säulenstumpf mit dem ihm eigenen zartgefühl bat er arthur neben sich platz zu nehmen damit dieser sich ja nicht als einen nur geduldeten eindringling fühlen sollte der junge schotte tat das um so lieber als er auf diese weise amanda gerade vor sich hatte das volle mondlicht strömte über sie nieder seltsam glänzte in ihrem dunklen haar der große gelbe edelstein den arthur erst jetzt dort bemerkte und mit einem gewissen mißbehagen wiedererkannte garuda rollte sich zu ihren füßen zusammen und schien mit seinen winzigen spitzen ohren begierig das weitere von jenem furchtbar großen schlangenstein zu vernehmen herr stiel hat nun freilich leider nicht den anfang gehört bemerkte amanda er kommt in medias res meinte der professor wird sich aber wohl leicht zurecht finden ich glaube auch sagte kala rama um so mehr als alles was ich ihnen vorlas doch eigentlich nur die einleitung bildete ende von abschnitt 26 abschnitt 27 von die weltwanderer dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox punkt org die weltwanderer von karl kjellerup zweites buch zehntes kapitel der schlangenstein zweites hauptstück teil 1 als dieser bau dessen ehrwürdige überreste uns jetzt umgeben gerade vollendet war hub kala rama zu erzählen an veranstaltete der prinz ajatasattu ein gast mal zur weihe des hauses wozu er alle seine freunde vor allem aber den hof eingeladen hatte unter den eingeladenen gästen befand sich natürlich auch als bruder des baumeisters der feldherr mahimsasa dieser stand noch immer zwischen dem prinzen und seinen ehrgeizigen plänen ajatasattu hatte letztere keineswegs aufgegeben obwohl er bisweilen zu verzweifeln anfing und immer mehr der meinung zuneigte er müsse geduldig darauf warten daß der tod selbst als sein verbündeter auftrete und mit seiner schlinge den greis aus dem wege räume dies war jedoch eine etwas trostlose aussicht immer genügsam ja hart gegen sich selbst hatte mahimsasa seit jahrzehnten völlig wie ein asket gelebt er bot dem siegtum keine schwäche dar und schien wohl das vedische normalalter von hundert lebensjahren erreichen zu wollen wäre der feldherr nicht gewesen welch günstige gelegenheit zur ausführung seines vorhabens hätte ihm dann nicht dies festgegeben nach der schlaflosen nacht die ihm solche gedanken bereitet hatten trat ajatasattu am festtage auf diese stufen hinaus um zu sehen ob am himmel sich irgendeine wolke zeige die seinen vorbereitungen gefahr drohen könnte da bemerkte er drüben an der ecke der stupa ein seltsames geschöpf das geduckt und mit scheuen bewegungen gleichsam spärend umher schlich es war ein fast gänzlich schwarzer mann nackt bis auf das rote ländentuch sein kopf war vor den strahlen der sonne hinlänglich durch das struppige haar geschützt das ihm fast bis über die kleinen stechenden augen hinunter reichte so daß er keine stirn zu haben schien die nase war eingedrückt der untere teil des gesichtes hervorstehend mit sparsamen bart und geschwollenen lippen in dem einen nasenflügel steckte ein großer eiserner ring als ob er mit einem strick auf den markt gezogen werden sollte um verkauft zu werden ich würde nicht viel für ihn geben lachte ajatasato bei diesem gedanken und doch wer weiß fügte er hinzu indem er auf den vorplatz hinunter trat und sich ihm näherte irgendetwas an dieser sonderbaren erscheinung weckte seine neugier ja zog ihn an dem schwarzen mann schien es ähnlich zu gehen er schlich in einem bogen um den prinzen herum wie ein raubtier das nicht weiß ob es die flucht ergreifen oder losspringen soll gebieterisch winkte der prinz ihn näher was suchst du hier schwarzer hund der so angeredete grinste halb schlau halb furchtsam so daß seine weißen spitzen wolfszähne sich zeigten und den korb streichelnd den er unter dem arme trug sagte er mit einer kriechenden verbeugung raya naga kobra tanzen herr ajatasato forderte ihn mit einer handbewegung auf seine künste zu zeigen sofort setzte der schwarze sich in kauernder stellung auf die erde nieder schlug den deckel des korbes zurück in welchem man nur große grüne blätter gewahrte und begann auf einer kleinen aus rohr und kürbis gefertigten pfeife eine schaurige einförmige weise anzustimmen die bisweilen durch schrille flötentöne unterbrochen wurde die blätter fingen an sich zu bewegen erst der kopf und dann der ganze körper einer schlange glitt über den rand des korbes hinaus ringelte sich auf dem boden richtete sich in die höhe und blähte die haube auf ajatasato trat unwillkürlich einen schritt zurück nie hatte er eine kobra von solcher größe gesehen sie war vorzüglich abgerichtet manchmal nahm der schwarze die rechte hand von der flöte und schnalzte mit den fingern nach dem schlangenkopf hin der mit der geklüfteten zunge spielte und bisweilen nach dem finger schnappte so daß die großen giftfangen sichtbar wurden und der schwarze grinste nur spiel gut nager zärtlich wie ein hündchen der prinz stampfte ungeduldig auf genug der possenkerl lass dein getue und höre mich an der schlangenzähmer legte sofort die flöte beiseite hieß die gehorsame schlange in den korb griechen und drückte behutsam den deckel zu du bist nicht was du scheinen möchtest du bist kein gaukler sagte der prinz mit einem strengen blick wo kommst du her der schlangenzähmer streckte die hand gegen westen aus weit weit her o herr von dort vom sonnenuntergang du lügst dort gegen westen sitzen arier edle stämme weißhäutige männer echtesten geblüts götter entstammt du aber schwarzer hund gehörst den affensprossen im norden an der schlangenzähmer schüttelte den kopf nein nein dort wo die sonne schweig unterbrach ihn der prinz du bist den schlangenanbetern in den gebirgshöhlen entstammt leugne nicht ich kenne die rauhen kehllaute deiner stimme auch weiß ich wohl warum du hier herumschleichst rajanaga vorzeigen herr sagte der schwarze ich spiele sie tanzt uns beiden schafft sie nahrung mir und sich selbst die kluge schlange rajanaga zittere schelm rief der prinz du bist des todes wenn du noch einmal lügst ich zittere herr sieh wie ich zittere flüsterte der schlangenzähmer und in der tat schüttelte die angst seinen ganzen körper wie fieberfrost und du hast grund dazu sagte ajatasattu kalt weiß weiß bist stark bin schwach stöhnte der elende der stolz unseres ganzen landes der greiseheld der in hundert schlachten siegreich unser her geführt hat und wenn feinde nahen noch führen wird der edle mahim sasa als ob dieser name ein stück hingeworfener lockspeise gewesen wäre machte der schwarze eine unwillkürliche raubtierartige bewegung du kennst den namen fragte ajatasattu plötzlich und scharf aber der schlangenzähmer kauerte schon wieder schlaff vor ihm mit blöder stirn vor sich hinblickend ich oh nein mahim sasa niemals nicht gehört so höre ihn denn und merke ihn dir denn der name mahim sasa sollte keinem deines stammes fremd sein mahim sasa war es der vor zehn jahren die schwarze hand die höhlenbewohnenden schlangenanbeter besiegte und uns völlig unterwarf in ihr heiligtum drang er hinein und schlug den schlangen gott der täglich ein kinderhirn als opferschmaus fraß aus seinem schuppenkopf aber nahm er den edelstein der eure tempelgrotte erleuchtete und trägt seitdem an seinem stirnband diesen wundermächtigen stein der gegen feil und schwert und speer ihn feit auch gegen schlangenbiss nicht gegen rajanagas rief der schwarze mit zischender wut ajatasattu lachte laut auf aha dachte ich's mir doch aber der wilde war schon wieder in seine schlaffe blödigkeit zurückgesunken und murmelte mit abgewandtem blick meine nur nicht glauben rajanagas scharfes gift gift der gifte glaube nicht niemand ist gefeit schweig feiger hund herrschte ajatasattu ihn an du hast dich verschnappt oh jetzt kommst du zu spät mit deinen ausreden wie du glaubst nicht oh du weißt es nur zu gut der du hier mit deiner rajanaga nach dem schlangenstein fahndest den zu gewinnen du hergekommen diese worte übten eine vernichtende wirkung auf den schwarzen schlangenzähmer aus er richtete sich in den knien auf hob die hände gegen den himmel und platt vor ihm niederfallen schlug er die stirn gegen den boden o herr schone mein leben gnade herr du weißt alles schone nur mein leben schrankwinschruh nicht arm o unter den seinen nicht eisernen ring in nase goldring in nase schrankwinschruh zeigt dir wo schätze ruhen unermesslich große schätze von schlangen bewacht edelsteine wie eier mit einer gebieterischen bewegung unterbrach ihn der prinz ich schenke dir das leben ja wenn du mir alles eingestehst aber versuche nicht mich zu hintergehen der schlangenzähmer fing an den prinzen anzureden erst mit unterwürfiger von kriechenden bewegungen unterstützter stimme nach und nach aber mit wachsender bis zum dämonischen triumph sich steigernder leidenschaft die fortgerissen durch wut und hoffnung nunmehr die vorhin so sparsam und zerstreut kommenden worte schnell fand und verbannt zumal seine stotternde sprachschwierigkeit mehr gestellt denn wirklich gewesen war dich hintergehen wie könnte ich herr wer könnte weist alles o herr du saßt rajanaga zahm zärtlich wie ein hündchen ein kind kann mit ihr spielen wenn ich flöte doch sieht die kluge den stein im dunkeln leuchten den stein den einst ihr vater der schlangengott als auge in die stirne gefügt besaß in der dunklen tempelgrotte drohnend den mann der den stein trägt ihn beißt die naga und alle kräuter indiens aller zauber selbst der götterstarke garuda spruch den euer priester kennt sie retten nicht den mann den rajanaga beißt nach diesem ausbruch sank der wilde sofort in sein kriechendes tierisches wesen zurück ajatasattu betrachtete ihn eine kleine weile mit einem durchbohrenden blick du hast wahrgeredet diene mir getreu und du sollst den schlangenstein haben ein gellender schrei aus der kehle des wilden dankte ihm ja du kriegst den stein du hast mein wort doch solltest du dich unterwinden auch nur das geringste auf eigene faust zu tun ich sage dir es wäre dir besser der wilde erhob die hände wie abbittend dann als ajatasattu schwieg ergriff er dessen rechten fuß und seinen kopf an den boden drückend setzte er den fuß auf seinen nacken großer häuptling seines stammes schrankwinschru ist dein sklave sei es mit haut und haar antwortete ajatasattu und du wirst es nicht bereuen jetzt aber verbirg dich wie du selbst es willst denn das verstehst du doch wohl nach schlangenart schlüpfe in ein loch verschwinde als hätte dich die erde verschlungen doch wenn hier drei reiherrufe ertönen dann sei zur stelle der schwarze kreuzte die arme über die brust und berührte die erde mit der stirn als zeichen des gehorsams in diesem augenblick sah ajatasattu dass von dem mangohain der nonnen her der hinter der stupakuppel seine blühenden wipfel erhob eine schwester mit langsamen schritten sich näherte die nonne murmelte er gut auch die kann ich gebrauchen wer auf verschiedenes wild ausgeht braucht verschiedene hunde doggen für den eber windspiele für gazellen mit einer herrischen handbewegung wandte er sich an den schlangen zähmer fort schwarzer hund der schlangen zähmer ergriff schnell seinen korb und lief mit tierischer schnelligkeit davon und nun die gelbe hündin angeködert murmelte der prinz sich an die nonne wendend diese hatte sich still und unauffällig niedergeschlagenen blickes an diesen stufen hingestellt eine schlanke gestalt vom scheitel bis zu den füßen in einen laxfarbenen mantel gehüllt der mit seinen geraden falten das edle gesicht streng umrahmte in der rechten hand hielt sie eine irdene almosenschale mit einem verbindlichen und ehrfurchtsvollen lächeln um die lippen trat der prinz auf sie zu und verbeugte sich tief gepriesen seien deine schritte ehrwürdigste isidasi die dich heute mit leerer schale zuerst an meine schwelle führte hochgepriesen seien sie nicht weiter wolle wallen fromme schwester erlaube mir mit eigener hand deine schale bis zum rand zu füllen und so das leichte mittel zu deiner heutigen lebensführung zu schaffen gleichzeitig mir selbst verdienst von ihrer heiligkeit erwerbend isidasi beugte dankend den kopf schnell stieg ajatasato die stufen zur halle hinab und rief den dienern dass sie eiligst die besten speisen aus der küche her schaffen sollten dann wandte er sich wieder an isidasi ein fest ehrwürdigste wird heute in meinem hause vorbereitet dessen bau gerade jetzt vollendet worden ist um diese geringe behausung einzuweihen und dadurch dass ihr dach eine hohe und würdige gesellschaft überschattet bleibenden segen für seine hallen zu gewinnen mein erlauchter bruder der fürst und sein erhabenes gemahl tun mir heute die ehre an bei mir zu speisen auch der feldherr kommt der greise mahim sasa der eurem orden herzlich zugetan ist baku der meister der mir diese wohnung errichtet und dessen hoher sinn dieses wunderherrliche heiligtum dabei zeigte er auf die stupa erschaut und erbaut hat hat freundlich zugesagt und mit ihm dein liebling allerliebling in der tat die holde amara seine tochter würdest du ehrwürdigste bei diesem fester anwesend sein so wäre das ja schon ein segen für mein haus es würde uns allen die höchste freude bereiten und nicht am wenigsten amara die dich wahrlich als eine mutter ehrt und die sich wohl sonst etwas fremd fühlen dürfte wo keine hausfrau waltet wie leider bei mir doch darf ich auch auf eine solche gunst hoffen durch eine neigung des kopfes gab isidasi schweigend ihre zustimmung dankend verbeugte der prinz sich die hände über die post gekreuzt dank dir ehrwürdigste durch diese gunst ermutigt bitte ich jetzt um erlaubnis für die hallen der schwestern in dem mango heine die jetzt wie ich höre vollendet steht die matten stiften zu dürfen ein geringes weihgeschenk freilich doch bei euch gibt ja die gesinnung des gebers erst der gabe den wahren wert und könntest du in meinem herzen lesen der blick isidasis der sich plötzlich vom boden erhob und dem seinigen mit seltsamem leuchten begegnete unterbrach seine rede ich lese darin die unerwartete unterbrechung hatte den prinzen offenbar verblüfft und er schien durch ihren blick seltsam beunruhigt zu sein doch antwortete er sofort mit einem etwas erzwungenen lächeln das hoffe ich zweifle auch nicht daran denn du bist ja weise denn also sagt der buddha der erhabene ich habe meinen jüngern auch jene pfade gewiesen auf denen sie das innerste herz der anderen wesen durchschauen das edle herz als edel das gemeine als gemein das hass erfüllte als hass erfüllt das freigemachte herz als frei erkennen so gewahre ich herz und herzensart soll ich dir deine deuten deute sie herzenskundige antwortete der prinz ich danke dir denn sein eigenes innerstes kennt der mensch ja nicht du denkst die nonne die hier so sitzsam vor mir steht ist eine gleisnerin denn heiligen wandel keuschheit und seelenreinheit gibt es nicht das alles ist nur heuschlerisches wesen wie wenn ich sie mir jetzt mit klugen schmeichelworten und mit reichen gaben ködern könnte daß sie meine liebessache bei amara betreibt und durch falsche rede das fromme kind in meine arme jagt als kupplerin für wahr taugt isidasi erschrocken trat der prinz zurück was sagst du heilige willst du mich auf die probe stellen soll ich dir noch mehr sagen wie soll ich etwa von der fürstin sprechen bei der du keine kupplerin brauchst schweig rief der prinz selbst für einen scherz geht dies zu weit oh deine scherze prinz antwortete die nonne die gehen weit zumal beim fest als diese worte mit bedeutsamer betonung von einem durchbohrenden blick begleitet ihm gleichsam entgegengeschleudert wurden zuckte ajatasatu sichtbar zusammen muß ich auch von dem feste dir sprechen fuhr die nonne nähertretend und mit erhobener stimme fort ajatasatu erblasste was kann sie von meinem vorhaben beim feste wissen dachte er von dem ich noch niemand etwas sagte ja das kaum noch in meinen gedanken reif ist oh sie denkt gewiß an jenes fest beim hofe im penjab wo mein anschlag mißlang diese bettelnonnen hören ja durch wandernde brüder und schwestern was in dem entferntesten winkel vorgeht möge sie die pest holen die faulen schwätzer aber ihre nächsten worte belehrten ihn eines besseren muß ich dir vom feste sprechen und von dem was du dort vorhast ich stammelte der prinz was habe ich vor du träumst nein du träumst prinz und böse träume doch sprich nicht mehr vom feste mit erwachten lade sie nicht ein damit nicht deine stimme der süßen worte spottend dich verrate dich der du verrat im sinne schüsseln füllst gerade als sie diese worte mit drohender stimme und gebieterischen gebärden an den blaß und verwirrt dastehenden prinzen richtete erschienen auf den stufen mehrere diener mit goldenen schüsseln ajatasatu winkte sie heran und begann die almosenschale isidasis zu füllen wie sagtest du noch ehrwürdigste daß ich verrat im sinne schüsseln fülle bei deiner schüssel wahrlich trifft dies nicht zu denn was die andern angeht daß ich's gestehe die möchte ich allerdings heute abend gern verraten an die schnöde sinnenlust doch darüber bist du ja erhaben dir haftet nichts an wie das wasser nicht am lotusblatt und so wähle ich denn ohne furcht für dich die feinsten leckerbissen aus was für andere ein süßes gift ist das nur des lebensfieber noch tödlicher schürt dir kann ich ja damit nicht schaden isidasi blickte ihn ernst an niemand kannst du schaden thor als nur einem dir selbst und helfen kann dir niemand als du selbst als sie diese bedeutungsvollen worte gesagt hatte wandte sie sich und ging langsam nach dem mango heine der nonnen zurück ajatasatu stand noch an demselben ort finster vor sich niederblickend als sein hauspriester baradvaja mit allen zeichen der höchsten erregung aus der vorhalle seines palastes trat und die stufen hinunterschritt prinz hast du schon gehört rief er noch bevor er an der seite ajatasatus war dieser blickte fast zerstreut in die höhe nun was gibt's denn neues was dich so aufregt edler baradvaja ich denke einem priester ziemt es seine würde zu wahren was auch die wandelwelt treibt wenn gegen die götter gefrevelt wird dann ziemt es dem priester sich selbst zu vergessen ajatasatu lachte spöttisch dann müssen die götter wohl unangefrevelt leben denn meines wissens geschah es noch nie daß ein priester sich selbst vergaß doch sprich was ist es dein bruder narada was ist mit ihm fragte ajatasatu mit plötzlicher aufmerksamkeit man sagt ich kann es freilich kaum glauben zwar haben ja diese kahlen und fahlen gottlosen buddhamönche unseren fürsten schon zu manchem streich verleitet der den zorn der götter sichtbar herniederrief darunter das land noch blutend stöhnt doch sollten diese gerüchte sich bestätigen welche gerüchte tausend dämonen rief ajatasatu vor ungeduld stampfend in diesem augenblick ertönten dumpfe trommelschläge aus nächster nähe kinder und junge männer leute aus niederer kaste handwerker tagelöhner strömten herein und drängten sich um die stupa zusammen nun werden wir jetzt erfahren ob es erlogen oder übertrieben ist antwortete baradwaja und hoffentlich bleiben meine lippen verschont mit unrecht deinen bruder des frevels zu zeihen der bis zum throne des indra schreit er stieg wieder die stufen hinan um den volksauflauf besser übersehen zu können während der prinz reglos stehen blieb ein öffentlicher ausrufer von einem trommelschläger und zwei hornbläsern begleitet trat jetzt heran und stellte sich vor der stupa auf die große trommel schwieg und ein hörnerruf ertönte worauf der ausrufer mit lauter stimme folgendes verkündete merkt auf der fürst narada tut kund mitleid mit allem was lebt und leidet lehrt der erhabene der meisterherr der buddha und so verbiete ich fürderhin in meinem reiche das schlachten der haustiere auch am altar gilt dies verbot unblutig ehrt die götter die hörner erschollen die trommel wurde gerührt und der ausrufer entfernte sich von seinem jauchzenden gefolge begleitet um die botschaft des fürsten in den nächsten dörfern zu verkünden baradvaja trat wieder auf den prinzen zu hast du gehört mein sohn fragte er mit erkünstelter ruhe noch habe ich ohren doch kein herz wahrlich sprach der brahmane heftig da du ruhig hier stehen kannst und zuhören wie unser heiliger opferdienst von deinem bruder verboten wird und das zur größten lust des volkes wie es scheint bemerkte ajatasato mit aufgestacheltem spott der auch am priester nicht verloren ging das pest dieses pöbelpack vernichte rief er und spuckte verächtlich aus oh ja das glaube ich das ist ihnen lieb zu hören unblutig ehrt die götter freilich dann braucht ja niemand mehr sein gutes geld für einen opferwidder oder einen stier herzugeben und die paar blumen die dem ketzer götzen hingelegt werden hat man ja für ein gutes wort was man nachher verliert wenn hungersnot viehseuche pest und überschwemmung auf indras zorngebot das land verheert ja daran denkt niemand jetzt man muß das volk darüber aufklären priester prinz man wird es aufklären und zwar sofort drängte ajatasato denn dieses verbot ist gar wohl dazu geeignet unseren anhang anzuspornen und uns neue kräfte zuzuführen lasst nur diese hungerleider beifall schreien die ja doch kein fleisch zu kauen kriegen ihr brahmanen die ihr von opferfett trieft die krieger die gewohnt sind ihre kraft durch rindermark zu stärken ihnen wird diese botschaft zeigen wo sie hingehören oh das wissen sie schon daran fehlt es nicht antwortete der priester das missvergnügen wächst schon breit und hoch allein was hilft uns das solange der greise feldherrn noch neben dem thron als eine treue stütze steht du weißt ja dass ohne ihn und gar gegen ihn kein krieger seinen arm erhebt längst schon hast du gesagt du würdest durch list ihn von hier entfernen dein witz scheint aber zu kurz zu sein so ist denn mahim sasa deine einzige sorge fragte ajatasato nun wer sonst dann sei getrost brahmane was sinnst du prinz bedenke doch er ist gefeit der schlangenstein schützt ihn zwar gegen männer nicht aber gegen tiere und tote sachen ach die vermögen wir nicht zu lenken seufzte der priester diese kraft besaßen zwar unsere altvorderen da leitete der zauberspruch den blitz der blick des zornigen asketen sand tödliche krankheiten aus seine emporgestreckte hand ließ einen felsensturz den schuldigen begraben das war einst doch in diesen zeiten verfallenen glaubens kommt selbst dem frömmsten solche kraft abhanden also selbst dir fragte ajatasato mit schneidendem spott der aber an der dickhäutigkeit des priesters völlig abglitt denn diese frage missverstehend blickte der hauspriester den prinzen ernst und kopfschüttelnd an mir auch rief er o prinz hoffen nichts von priestersprüchen noch von der magiegewalt der brahmanen die götter trauen uns nicht mehr wir müssen uns ihre hilfe erst würdig zeigen ajatasato zuckte die achseln nun ich bin nicht selbst der frömmsten einer doch du wirst erfahren was ich zu lenken vermag hast du nun auch mein haus geweiht wie es sich gebührt so dass es zum festlichen empfang des fürstenpaares bereit ist es ist geweiht antwortete der priester und möge sein gebälk einstürzen wenn mahimsasa jetzt seine schwelle betritt es scheint ja daß die gäste schon nahen fügte er mit einem über die schulter geworfenen blick hinzu wie so früh rief der prinz sie hatten in ihrer erregung nicht gemerkt daß auf dem wege vom nächsten tor des palastparkes ein stattlicher zug von elefanten daher schritt lauter prachttiere deren perlen glitzernder kopfputz und goldige schabracken blendend strahlten und blitzten während die großen sonnenschirme sich über ihrem rücken wie ungeheure blumen leise schaukelten der ganze hof meldete baradwaja dem prinzen der aus irgendeinem grunde selbst nicht hinblickte sondern näher vor die stupa hintrat donnerwolke der alte kriegsilf mahimsasas ist der dritte in seinem hauder sehe ich neben dem feldherrnmeister baku ist nicht auch seine tochter amara da fragte der prinz über die schulter zurück die schätze ich am meisten von seinen werken oh ja jetzt sehe ich sie blicke nicht mehr hin riet der prinz ihm und indem er in der stellung eines anbetenden vor dem buddhabild der stupa sich beugte sagte er diesem seinem werke will ich mich jetzt beugen das möge ihr gefallen und alle täuschen sie haben uns schon gesehen und dürfen keinen argwohn schöpfen stell dich deshalb jetzt an als ob du mich wütend schältest aber höre mich an ich höre prinz antwortete der brahmane ayatasattu erhob die hand als ob er ein gebet an den buddha richtete und sagte mit klarer ruhiger stimme heute nacht beim fest stirbt mahimsasa prinz rief der brahmane entsetzt einen schritt zurückweichend recht so bahradwaja sagte ayatasattu nur heftiger die mahnung war überflüssig jene unerwartete verkündigung hatte den priester in großen schrecken versetzt mußte er doch befürchten daß der prinz durch seine vorwürfe angespornt alle vorsicht beiseite schiebe und irgendeinen verzweifelten schritt vorhabe der sie alle vernichten würde flehen streckte er die hand nach ayatasattu aus aber bedenke mein prinz ich bespöre dich keine gewalt zufall reiner zufall antwortete der prinz mit milder stimme niemand wird uns beschuldigen kein verdacht wird sich regen du aber sorge dafür daß alle die es mit uns halten zu meinem fest zusammenströmen und bereit sind ich werde dafür sorgen prinz antwortete der brahmane ein wenig beruhigt aber vergiß vor allem das schelten nicht mahnte ayatasattu doch merke dir ich will nicht daß mein bruder getötet wird frei ziehe er seines weges wird er uns doch nie mit waffen bedrohen mit einem rohen lachen antwortete der brahmane sein gewand sei der gelbe mantel eines buddhamönches und die heimatlosigkeit sein reich zu seinem seelenheil setzte der prinz fort wie dankbar muß er mir sein dem kann er ja jetzt ganz leben ich nehme ihm die last der krone ab und eine ungetreue frau dazu den ich dir jetzt schicke erhabener buddha und nimm ihn gnädig auf und rechne es mir günstig an daß ich ihn so befreie nimm ihn du götterfeind rief der brahmane mit heftiger gebärde und möge er die letzte gabe von diesem lande sein während nun die beiden scheinbar sich zankend so sich unterhielten waren die elefanten schon in eine frontlinie geschwenkt und auf einen ruf der lenker alle gleichzeitig niedergekniet worauf die insassen der hodas herunterstiegen schon wollte amara die ihren blick von dem prinzen und seinem hauptpriester nicht wegwandte näher an die stupe herantreten als sie sich an einem zipfel ihres kleides zurückgehalten fühlte es war das tier mit der hand wie unsere vedischen altvorderen so sinnig den elefanten nannten der sie nicht gehen ließ mahimsasa der sich soeben mit der behendigkeit eines jünglings heruntergeschwungen hatte sagte lachend ei was hat denn unsere liebe amara so in anspruch nehmen können daß sie vergisst donnerwolke den gewohnten bissen zu reichen errötend und verwirrt fand amara in einer falte ihres kleides ein paar große bananen die sie für den elefanten mitgenommen hatte und kaufte sich durch die gabe los deutlich konnte man jetzt die worte vernehmen die der sichtbar auf das höchste erbitterte brahmane mit wahrer donnerstimme dem ihm den rücken zukehrenden prinzen nachschleuderte ich aber baradwaja der priester ich schüttele jetzt den staub von meinen füßen prinz nimmermehr die schwelle hier zu überschreiten nein abtrünniger der du dich hier dem ketzer gotte beugst suche dir einen anderen priester für deine hallen deine weiten höfe wo von jetzt ab kahle gelb gekleidete asketen ein und aus gehen baradwaja flucht dir und deinem hause o erhabener rief der prinz seine zusammengelegten hände gegen das buddhabild ausstreckend lehre du mich solche worte in demut tragen amara wandte sich zum feldherrn und zeigte mit der hand nach den beiden sie doch o heim o vater wand sie sich dann an meister baku der sich jetzt ihnen zugesellt hatte siehe wie der stolze prinz so fromm vor dem werk deiner hände dasteht und so böse worte demütig über sich ergehen läßt freilich ein wunderlicher anblick meinte mahim sasa der brahmane der im begriff wegzugehen sich ihnen einige schritte genähert hatte wandte sich noch einmal gegen den prinzen und rief mit drohenden gebärden nach fluch dir und deinem hause und dich wandte er sich nun an den fürsten dem er gegenüber stand dich der du den opferdienst verbietest fürst dich treffe der zorn der götter er treffe mich antwortete der fürst mit milder ruhe wenn sie blutdürstige dämonen sind sind sie aber wirklich götter dann werden sie mich lieben und euch werden sie nicht länger hassen euch brahmanen weil ihr nun nicht mehr in ihren tempeln unschuldige geschöpfe hinschlachtet jenen zur schande und euch selbst zum verderben dann eilte narada ohne der drohungen des abgehenden brahmanen zu achten auf seinen bruder zu und umarmte ihn herzlich gesegnet sei die stunde mein lieber bruder da ich dich vor dem bilde des erhabenen andacht üben finde mein herr und bruder antwortete ajatasattu du wurdest wahrlich vom geiste der weisheit gelenkt als du hier so nah an meinem hause diese stupe bauen ließest die bakus kunstreiche meisterhand gar herrlich schuf denn vor den zügen dieses heerenbildes mußte mein herz wie eis in der sonnenglut zerschmelzen und sehnsucht nach dem frieden dessen abglanz uns aus diesen zügen entgegen strahlt ergriff mich lächelnd wandte der fürst sich an baku habe ich nicht immer gesagt das sei ein wunderwerk und ein wunder hat es auch schon bewirkt vielleicht macht das die andacht herr die meine hand geführt hat antwortete der künstler mahamaya betrachtete das buddha bild mit jenem oberflächlichen blick den große herren und frauen die als gönner auftreten allemal für solche werke übrig haben in einem ton der nicht frei von übermut war und mit einem huldreichen herablassenden lächeln daß der meister in seiner durch bewunderung für die schöne frau gesteigerten künstlereitelkeit für bare münze hinnahm sagte sie das bild ist gut und ich bereue es jetzt auch nicht daß ich mein badegeld für dieses jahr den ganzen zins zweier dörfer auf vergoldung und edelsteine daran verwendet habe ajatasattu ergriff ihre hand und über diese sich beugend flüsterte er leise mit schmeichelnder stimme daher der zauber darauf wandte er sich an baku verehrter meister ich bitte erkläre nun meiner neu bekehrten unwissenheit wie du uns hier den buddha dargestellt hast mein prinz antwortete baku als ich vor dieser aufgabe stand da habe ich mir gedacht was kann ich wohl besseres tun als meine fromme tochter zu fragen wie sie am liebsten ihren herrn und heiland abgebildet sähe das hast du wahrlich wohl gedacht sagte ajatasattu und wandte sich sofort an amara so möge uns des meisters tochter berichten was sie zur antwort gab tief errötend und verlegen stand das liebliche mädchen da mahimsasa aber streichelte ihr leise den kopf und ermunterte sie dem verlangen des prinzen nachzukommen der prinz hat ja recht von deinen lippen erklingt es am lieblichsten du weißt ja oheim fing amara schüchtern an indem sie dadurch mut schöpfte daß sie es nur dem guten greis erzählte du weißt ja wie froh ich immer war wenn ein jakata erzähler kam und uns aus den früheren geburten buddhas so manches wissen ließ sind es auch nur märchen für das volk wie die weisen nonnen behaupten mir war alles heilig wahr und manche träne habe ich vor rührung geweint wenn er als tier im wilden forst geboren voll treue und liebe fröhlich sein leben hingab um seine gefährten zu retten so bat ich also den vater den vollendeten unter dem bodabaum sitzend darzustellen in jener schreckensnacht als er gegen mara den bösen die erde als zeugin seiner guten taten in vergangenen leben anrief so ist es denn flüsterte ajatasato der goldene mantel zwar die gabe der fürstin die seele des bildes aber die deine prinz sagte amara erschrocken und verwirrt ach rede doch nicht so die seele eines sündigen geschöpfes gewiß nicht sündig aber schwach scheint mir du zitterst deine hand ist kalt dein auge brennt baku trat bei diesen worten näher heran und betrachtete seine tochter mit einem tief bekümmerten blick ja ich weiß nicht was in diesen tagen dem kinde fehlt ein schleichendes fieber scheint ihr zu drohen ja das mädchen siegt so dahin seufzte mahim sasa kopfschüttelnd es macht mir rechten kummer o es ist nichts antwortete amara ausweichend aber der fürst erklärte so etwas dürfe nicht leicht genommen werden ihr wohlsein sei ihnen allen gar zu teuer und er würde noch heute seinen eigenen leibarzt zu ihr schicken mich nimmt es wahrlich nicht wunder sagte die fürstin wenn diese zarte pflanze in einer luft schmachtet die jetzt so schwer ja gewitterschwanger ist dass selbst meine kräftig blühende statur auch darin krankt und indem sie sich zum prinzen wandte und diesen mit einem festen bedeutungsvollen blick ansah fügte sie hinzu wie meinst du lieber schwager ob nicht indra bald diesen schwülen dunst zu wolken ballern wird und mit blitzen und gewitterluft die erde erquicken ihren blick mit einem ähnlichen erwidern sagte der prinz die priester die solche wetterzeichen wohl zu deuten wissen sagen mir sie seien gerade jetzt eines solchen umschlags gegenwärtig dann verbeugte er sich vor dem fürsten und lud ihn ein in den palast einzutreten nicht jetzt lieber bruder antwortete narada noch ist es zu früh wir beabsichtigen uns nach dem heine der nonnen zu begeben um uns dort die versammlungshalle zu besehen die unser meister baku sehr kunstvoll gebaut hat benutzen wir die zeit ach mir ist es wirklich gar nicht wohl sagte die fürstin der tag ist mir zu heiß und ich kehre lieber nach der gartenhalle zurück wo kühle brunnen labung spenden um dort die abendstunde abzuwarten ein anderes mal mein lieber meister wandte sie sich hultvoll an baku werde ich dein neues kunstwerk bewundern bis diese ersehnte abendstunde meine lieben gäste nach meiner halle ruft sagte der prinz darf auch ich nicht müßig sein damit sie nichts vermissen was ihren sinn festlich erfreuen kann und nachdem er sich höflich verabschiedet hatte trat er in seinen palast hinein wo die vorhänge der halle jetzt von den dienern vorgezogen wurden damit nicht die hitze der mittagsstunde zu sehr eindringe der fürst aber von dem feldherrn dem meister und seiner tochter wie auch von seinem allerhöchsten gefolge begleitet begab sich zu fuß nach dem mangohain der nonnen die elefanten wurden zurückgeschickt da für sie kein gebrauch mehr war denn der fürst beabsichtigte im haine zu verweilen bis die abendkühle eintrat mahamaya blieb mit nimbavati und ihren frauen zurück schickte sie aber bald fort unter dem vorwande daß sie dort am heiligen bilde in einsamkeit um heilung stehen möchten denn ihr käme es vor als ob ein schleichendes fieber ihr in den gliedern läge was das nun für ein fieber war verstand nimbavati nur zu gut sie bat dringend bei ihr bleiben zu dürfen denn sie fürchtete daß die sehnsucht und die ungeduld die in der fürstin raste sie zu einem unüberlegten schritt von gar zu großer unvorsichtigkeit treiben könnte aber vergebens mahamaya wollte auf keine vorstellung hören und die milchschwester mußte ihrem ausdrücklichen befehl gehorchen ende von abschnitt 27 gelesen von hukuspokus